Einen wunderschönen Donnerstagabend und herzlich willkommen zum heutigen Stream. Schön, dass schon einige Leute da sind und ja, heute ist der große Tag gekommen, denn Fatales wurde released und ja, den werden wir uns jetzt natürlich gleich anschauen. Das ist logisch, deswegen habe ich heute ja auch extra ein Stündchen früher angefangen, damit wir den auch dann ausgiebig heute probieren können, erledigen können. Ich weiß es noch nicht, wir werden sehen. Schauen wir mal, schauen wir mal, was er für einen Kampf abgibt. Ich bin super gespannt, ich bin mega neugierig und ja, ich denke, wir werden heute den Schwarzen Drachen klatschen. So sieht es auf jeden Fall aus. Ich hoffe, ihr hattet soweit einen schönen Tag heute und ja, könnt jetzt noch ein bisschen den Abend genießen. So, auf jeden Fall erstmal guten Abend Garuga, guten Abend Damn Boy, guten Abend Silversakura, guten Abend Diakiller, guten Abend Xamorok, guten Abend Arculman, guten Abend Chiron, guten Abend Bomber, guten Abend Zedeph, guten Abend Kataharex, guten Abend Rikazi und guten Abend Kuma. Schön, dass ihr alle da seid und willkommen natürlich auch an alle anderen, die gerade bloß zuschauen und nicht im Chat sind. Von euch, willkommen. Ich hoffe, du hast Angst vor Fatales. Oh ja, oh ja. Ich habe aber tatsächlich, also ich würde sagen, ich habe ein kleines Fünkchen mehr Lust, Fatales zu sehen und fertig zu machen, als ich Angst vor ihm habe. Bei Alatrion war es andersrum, muss ich sagen. Also vor Alatrion hatte ich sehr viel mehr Angst, weil man vielleicht aber auch schon ein bisschen wusste, was auf einen zukommt. Jetzt bei Fatales ist es halt so, okay, mal sehen, was so passieren wird und wie das Ganze ablaufen wird. Klingt aber auf jeden Fall sehr cool. Vielleicht, weil bei ihm mehr Story dahinter steckt, ne? Das kann gut sein. Er hat meinen Namen laut gesagt, er mag mich. Ich hatte übel Angst vor Fatales. Ja, also wie gesagt, ich habe definitiv auch mächtig Schiss vor ihm. Ich habe nicht aufgepasst, ich muss noch 13 Minuten updaten. Ah, das ist mies. Das ist super mies. Das habe ich dieses Mal, dieses Mal habe ich extra, das ist, eine Sekunde nachdem ich zu Hause war, habe ich meine PS4 angeschaltet, dass ja das Update fertig war. Also schön, dass vor Ort kaum was zum Kampf gesagt wurde. Man ist viel neugieriger, absolut, ja, absolut. Wobei die Frage gewesen wäre, bei Alatrion mit dem Judgment, ich weiß nicht, ob es die Leute verstanden hätten. Ich meine, die Leute haben es immer noch nicht verstanden, nachdem der Trailer ja damals schon kam, ne? Von dem her, ich verstehe schon, also ich finde es so auch cooler, aber vielleicht war es bei Alatrion notwendig. Er hatte einen recht netten Fatales Stream um 3 Uhr. Okay, das ist auch nice. Schöne Streamzeiten hast du, Bomber. Oh, sehr, sehr cool. Schön. Hatte mir überlegt, bei jedem Tod muss ich einen trinken. Es ging nicht gut aus für mich. Na, das hört sich schon mal einerseits gut an, andererseits nicht so gut. Oh, krass. Sehr, sehr cool. Wollte nicht warten. Na ja, ne, wenn man die Möglichkeit hat, das ist, hätte ich heute nicht arbeiten müssen, hätte ich wahrscheinlich auch schon irgendwie 16 Uhr angefangen oder so. Das ist schon cool. Mein Stream hat sich gedacht, ach, Mountain Blade 2, dass er schon ewig nicht mehr gespielt hat. Das will er sicher als erstes geupdatet haben. Ah, also dein Steam. Ja, ja. Das ist gemein. Kopfschmerzen hast du irgendwann noch. Uh. Ja, okay. Ähm. Aber ich hoffe, es war es wert. Gehört die Fatales Rüstung so richtig krass sein? Ich bin gespannt. Ich denke schon, wenn sie so ein Geheimnis draus gemacht haben, dann ist das bestimmt irgendwas krasses. Und guten Abend, Atrox. Willkommen zu Steam. Schön, dass du mal wirst. Ähm. So, und guten Abend, Trigios. Nicht wahr? Ja, genau. Guten Abend, Trigios auch. Willkommen zu Steam. Bin ich wieder verarscht. Gunlands ist ziemlich ungünstig dafür. Mal wieder. Ja, gut. Gunlands. Ja, schwierig, ne? Äh. Rückmeldung hätte ich das viel cooler gefunden, wenn wir selbst herausfinden müssen, wie das Judgment funktioniert. Ja, mal die ganze Community auf eine internetweite Detektivjagd checken. Wie mir das viel überlebt. Hätte ich auch cool gefunden, ja. Auf jeden Fall. Das ist, ich meine, auch bei Behemoth wurde dir ja nicht haarklein erzählt, wie man, wie man das stoppt. Nicht wahr? Vor allem Extreme Behemoth. Äh, mit der letzten Phase, mit dem einen Stein. Von dem her hätten sie es eigentlich auch so machen können, weil, wenn du weißt, okay, Elementarschaden, dann haust du halt drauf und irgendwann fällt er halt um. Und dann siehst du, oh, so stoppt man das. Oder so ist es halt eben besser. Ähm. Deswegen, ja, ich hätte es auch schöner gefunden. Aber es ist halt, es ist immer ein großer Unterschied zwischen, ne, Monster an der Veteranen, ähm, und halt kompletten Neulingen, die, die sich da vielleicht auch nicht reinarbeiten wollen. Ist immer schwierig. Je, je offener du ja ein Spiel hast, desto schwieriger ist es dann halt, irgendwelche Herausforderungen reinzubringen. Ich bin um sieben Uhr ins Bett heute Morgen. Oh Gott. Okay. Alle irgendwie die Nacht durchgemacht. Sehr gut. Was habt ihr Spielen? An dem ich gemerkt habe, hm, schon zwölf plus Stunden wach gewesen. Ich mach das lieber später. Ja, klingt auch nicht schlecht. Das ist, ich seh schon, jeder ist komplett fertig nach dem ersten Tag von Fatales. Hahaha. Ich war kurz nach sechs im Bett. Hahaha. Oh, großartig. Äh, Xenex, vielen, vielen Dank für den Follow. Sehr freundlich von dir. Dankeschön. Willkommen zu Steam. Hast du eigentlich Interesse an Genshin Impact? Oder ist das nicht so deins? Ich hab ein kleines bisschen was gesehen. Sah jetzt noch nicht so meinem, äh, Zeug aus. Außerdem, wenn es sehr wie Breath of the Wild sein soll, dann reicht mir, glaub ich, vorerst mal Breath of the Wild. Äh, dann will ich nicht nochmal eine riesengroße, leere Welt, die du durchrennst. Ähm, ich könnte mir nochmal ein kleines bisschen mehr anschauen. Ich hab größtenteils ein bisschen Manuing gesehen und so. Also, nicht wirklich viel, viel Gameplay. Vielleicht müsste ich noch ein bisschen Gameplay sehen, aber, äh, im großen Sinne mal ist mein Interesse nicht so stark an, äh, an dem Spiel. Und das, äh, halt eben auch noch, Dings. Genshin ist nicht so leer. Okay, okay. Na, immerhin. Hahaha. Das ist ja schon mal schöner. Hahaha. Ja, ich weiß es noch nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Ähm. Und das Bezahlmodell kommt dann halt irgendwie noch dazu, find ich nicht so prickelnd. Also, klar, man muss sich nichts kaufen, ne, aber ist trotzdem nie so meins. Deswegen, ach, eher nicht. Äh, bin auch hier. Hat er ausgerechnet heute bis 17 Uhr Schule. Das ist gemein. Hahaha. Das dachten sie sich extra. Aber guten Abend, Pecco. Willkommen zu Steam. Und Flav, natürlich auch dich, ne. Guten Abend. Kurz noch sechs ist doch, ich ist sie. Ich war nach neun im Bett. Was zur Hölle macht ihr alle? Hahaha. Meine Güte. Bin seit zwei Stunden wach. Okay. Ich hab mir auch kurz durch den Kopf gehen lassen, ob ich, äh, ob ich heute Urlaub nehmen soll, heute und morgen. Aber hat dann nicht so gut funktioniert, nicht so gut gepasst, aber, äh, das ist halt schon krass. Na, Fatales, ja. Na, schön, wenn wir ein bisschen Update durch sind. Das könnte noch ne Weile, ähm, das könnte noch ne Weile dauern. Äh, schön ist, dass du die Fatales Katzenröse schon kennst. Dann kann ich dich nicht spoilern. Ja, ja, das, äh, das ist ganz gut. Aber da kennen wir ja schon alles. Das ist richtig. Fatales war so heftig, dass meine PS4 abgestürzt ist. Ähm, okay. Gut. So. Ist aber das träglichste Free-to-Play, was ich so kenne. Ich muss so regelrecht suchen, wie man überhaupt Echtgeld ausgeben kann. Das wird einem so gar nicht ins Gesicht geschoben. Und hab es in den sechs Stunden Spielzeit bisher nicht einmal eine Währung gezogen. Komplett ohne voran. Das ist cool. Das ist sehr, sehr cool. Also das spricht schon mal sehr stark für das Spiel. Ähm, das ist halt, wie du sagst, dass du es halt nicht komplett ins Gesicht geklatscht bekommst. Weil das ist ja normalerweise immer das große Problem, nicht wahr? Ähm, da ist schon eine Währung direkt drin. Hm. Ah, gut. Die Katze. Schauen wir mal. Ähm, aber wie gesagt, vorerst mal wahrscheinlich nicht. Vorher hätte ich 15 andere Spiele, die ich spielen würde, bevor ich da nochmal reingucken würde. Äh, und guten Abend auf Plagueis. Ich hab schon kurz vor 5 Schluss gemacht. Ich hab tatsächlich, äh, auch noch nicht gespielt, sondern nur ins Stream geschaut. Das Stream hat Fatales nicht schlagen können. Oh, okay. Krass. Das ist krass. Äh, so. Dann sehen wir uns in den nächsten Spielen wieder. Ja, wenn dann weitere 30 Spiele released wurden. Hahaha. Äh, Genshin Impact 4-5 Stunden, sowie der Elder Scrolls. Online 1-2 gezockt. Nach einer aller Vernichtung meinerseits hab ich aufgehört und hab ins Bett. Okay. Hahaha. Aber alle... Heute war einfach der Tag, wo jeder, wo jeder ewig, äh, ewig wach geblieben ist. Finde ich schön. Hahaha. Finde ich sehr schön. Gut. Ich denke, auch wenn ihr beiden jetzt da seid, schön, dass ihr dazugekommen seid. Ähm, wir probieren aber erstmal den Fatales Solo. So, das heißt, wir gehen hier erstmal raus und nehmen natürlich die große Quest an. Da bin ich super gespannt. Wenn da hab ich mein Ziel erreicht, Fatales Solo besiegen. Ah, krass. Das ist sehr, sehr krass. Glückwunsch. Glückwunsch. Wird sicherlich nicht einfach. Davon geh ich mal sehr stark aus. Was dann mit dem Vault angeht, muss ich aber erst mal die Iceborne Story fertig spielen. Dann sieben Monate an Updates aufholen. Ja. Hahaha. Das dauert ein gutes Stück. Glückwunsch. Da ist einiges dabei gewesen. Hahaha. Vier Minuten. Da musst du vielleicht jetzt weggucken, wenn du die Story nicht sehen willst. Wobei, wir laden ja noch vier Minuten Siliana. Deswegen keine Sorge. Hat mich auch nur wahnsinnig gemacht. Hahaha. Kann ich mir gut vorstellen. Äh, ATVK interessiert mich eigentlich mehr. Äh, ich mache erstmal Fatales, damit ich joinen kann. Das ist vielleicht nicht schlecht. Und guten Abend, Lichtschakal. Aber ATVK ist ja noch gar nicht raus, ne? Was ich eh schon gespoilt hat. Ah, schade. Das ist schade. Ist doch jetzt mir egal. Kampf ist mir wichtig. Ja, es könnte sein, dass es vier Minuten Story gibt. Dann solltest du durch sein. Hahaha. Kommt später. Genau, genau. So, so war mir eigentlich. Dass, äh, dass der dann ein kleines bisschen später kommt. Also zumindest hätte ich ihn nirgendwo gesehen. Die USJ ist ja verfügbar. Die beiden USJ-Quests. Wieso stand es dann in Update Notes? Naja, weil er mit dem Update dazu kam. Aber nur nicht freigeschalten ist. Das war ja schon, äh, schon länger so. Ähm. Also es ist schon öfters so. Äh, wie gesagt. Also er ist theoretisch jetzt drin, der AT-Vilkaner. Aber er ist halt eine begrenzte, äh, eine begrenzte Quest. Äh, oder eine zeitlich begrenzte Quest, die halt gerade eben nicht verfügbar ist. Das ist halt das Problem. Also das, das, äh, das Fatales Update war Fatales, AT-Vilkaner und USJ. Und zwei der drei Sachen sind jetzt halt gerade verfügbar. Äh, Fatales Solo. Aber ob der nicht noch schwerer als aller ist? Äh, das kann gut sein. Aber ich will ihn trotzdem mal probieren. Das ist, ich werde kläglich scheitern. So viel steht ziemlich sicher fest. Aber ich finde es ganz cool, die Story und so auch erst mal Solo anzugehen. Und dann sehen wir, wie das Ganze läuft. Und dann werden wir einen Multiplayer machen. Vielleicht werde ich ihn irgendwann mal Solo schaffen. Aber ob wir mal sehen. Und Destroyer, vielen, vielen Dank für den Follow. Sehr freundlich von dir. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ein paar Versuche kannst du ja machen. Äh, schau mal. Ich meine, ich will jetzt nicht, äh, ich will jetzt nicht drei Stunden lang einfach bloß Solo Fatales grinden. Äh, wenn ich einfach keine Ahnung habe, wie er funktioniert. Deswegen würde ich es wahrscheinlich eher wie bei Allatrion machen. Dass ich ihn halt irgendwann dann mal Solo probiere, nachdem wir ihn mal ein bisschen gemacht haben. Guck mal. Du hast acht Stunden schon. Fatales? Okay, das ist heftig. Ich habe kurz von der Miel aufgehört zu spielen. Ähm, dann war halt gewundertbedingt das ganze letzte Semester nicht in meiner schönen Wohnung. Wo der PC steht, auf dem ich im World laufen würde. Ah, okay. Das, äh, das ist fies. Das, äh, das ist dann natürlich sehr, sehr blöd. Äh, äh, da musst du jetzt ja ordentlich was nachholen. Ach so, acht Stunden schon nicht geschafft. Ja, siehste, also von dem her, äh, ist es vielleicht ganz gut, wenn wir dann nach vielleicht dem zweiten Versuch, äh, dann den Multiplayer machen und ihn mal ein bisschen erledigen. Weil, ich muss ihn nicht Solo erst erledigt haben, bis ich dann, bis ich ihn dann Multiplayer mache. Es ist andersrum eigentlich sehr viel sinnvoller. Sehe ich zumindest. Aber mal gucken. Wir haben hier noch ein paar Sachen, die ich gerne Solo erledigen würde. Äh, ich habe ihn halt kurz vor dem Stream das erste Mal besiegt. Ja, also ich gehe auch nicht davon aus, dass ich ihn heute Solo schaffen werde. Das ist, äh, klar. Das kommt mit einer Blödsinn. Äh, ich gehe mittlerweile, äh, als Heilerin, äh, mit, äh, und die Leute bleiben trotzdem doof rumstehen. Ja, ich meine, das bekommst du aus den Leuten aber auch nicht unbedingt raus. Das ist eben das. So, reden wir mal mit der, mit dem munteren Top-Auswahl. Mal sehen, was das abgehen wird. Muss ich zuerst meine Rüstung wechseln? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es dann direkt losgeht. Deswegen packen wir mal wieder eine schicke Rüstung ein. Die silberette Rüstung ist, glaube ich, keine schlechte Sache. Was haben wir denn als Kopf? Ähm, hm. Hm. Gute Frage. Nee. Äh, gute Frage. Sähe jetzt nicht so schlecht aus. Könnte man schon machen. Äh, bin mal... Ich bin mal da behördlich nicht. Okay. Na dann. Thermenrüstung ist vielleicht auch gar nicht schlecht. So ein Bändchen nochmal um. Vielleicht nehmen wir das. Kommission? Nee. Gildenkreuz. Das war das. Genau. Schmetterlingshelm. Blüte ist auch nicht verkehrt. Ah, nein. Stimmt, das sind die kompletten Sets. Richtig. Bin drin. Yes. Ich darf endlich starten. Kann mir jemand seine Schwäche wispern. Äh, sollte Drache sein. Sollte Drache sein. Äh. Äh. Achso, ein bisschen gewispern. Ja, gut. Nee, aber das ist ein Longset. Das passt ganz gut gerade. Es freut mich, dass in Emerald ein bisschen auf fatales Lore auch eingehen. Ist ja nicht nur irgendein großer, böser Drache. Es ist der große, böser Drache. Ja, und das wurde halt noch nie irgendwie richtig gezeigt, ne? Bin ich mal gespannt. Da auf die Story bin ich tatsächlich auch sehr gespannt. So, jetzt aber. Let's go. Wie läuft die Jagd? Ich glaube, ich habe dir nie davon erzählt. Aber sobald ich meine Aufgaben hier erledigt habe, möchte ich wieder ein wenig Zeit in der alten Welt verbringen. Der Anführer des Feldteams hat gesagt, dass er mich begleiten will. Okay. Aber so wie die Dinge derzeit laufen, es wird wohl noch eine Weile dauern, bevor wir zurück können. Hä? Du weißt schon. Oder etwa nicht. Hat dich niemand eingeweiht? Worin? Oh, Rajant und zugenäht. Ich sollte dich ja einweihen. Der Anführer des Feldteams wollte, dass ich dich finde. Er sagt, er würde dich brauchen. Das fällt dir früh ein. Los, gehen wir und finden heraus, was er möchte. Machen wir das. Und guten Abend, Kenneth. Willkommen zu streamen. Okay, mal sehen, was er will. Sind alle hier? Gut, dann können wir ja anfangen. Heute stehen zwei Dinge auf dem Plan. Zuerst sind da Berichte von unseren Speeren, die nichts Gutes verheißen. Es wurde erneut ein Allatrion in der abgelegenen Schlucht gesichtet. Wirklich? Unmöglich. Nach so kurzer Zeit? Um ehrlich zu sein, die Speer haben sich auch gewundert. Wenn wir das Ding nicht ganz schnell loswerden, wird es eine Spur der Verwüstung durch die neue Welt ziehen. Wir haben schon eine besondere Aufgabe vorbereitet. Sobald ihr bereit seid, solltet ihr in die abgelegene Schlucht aufbrechen. Was? Was geht hier vor? Warum passieren solche Dinge immer wieder? Zuerst ist dieser rote Drache aufgetaucht und kurz danach ein Allatrion. Derartige Ereignisse sind zu gravierend, um Zufall zu sein. Die neue Welt und unsere Heimatstädte sind nur Teil eines größeren Ökosystems. Hoffen wir mal, dass die alte Welt verschont bleibt. Ja, das ist alles sehr besorgniserregend. Was ist denn die andere Sache, über die wir heute reden müssen? Ach, richtig. Mein Großvater musste für eine Weile in die alte Welt zurückkehren. Hä? Warum? Was ist passiert? Keine Ahnung. Ich habe nur gehört, dass ihr von der Gilde umgehend zur Rückkehr aufgefordert wurde. Das klingt nie gut. Das ist zeitlich eher ungünstig. Ich verstehe, dass ihr euch alle Sorgen macht. Aber bis zu seiner Rückkehr können wir nichts tun, außer uns um diesen Allatrion zu kümmern. Verstanden? Jawohl! I guess... Okay. Untersuche die Rückkehr des Allatrion in der abgelegenen Schlucht. Aha. Allatrion ist wieder in der abgelegenen Schlucht aufgetaucht. Nimm die besondere Aufgabe Triumph des Morgengrauens an und starte die Untersuchung umgehend. In Iceborn musst du mit Charakteren... Ja, Lila. Aha. Das ist faszinierend. Das ist sehr faszinierend. Ah, perfekt. Ich habe auf dich gewartet. Deine Wildexpertin kam vorbei und sagte, deine letzte Untersuchung wäre abgeschlossen. Ich würde das nicht glauben, aber ich kenne dich. Eine derartige Anlass verlangt nach etwas Besonderem. Ich habe eine Quest nur für dich erstellt. Oh, shit. Das ist die letzte Quest der Quests. Hoppla. Gut, dann hau raus. Sie heißt, die Stadt gehört uns. Und ich würde sie niemandem anvertrauen, der nicht deine Vorgeschichte hat. Ich glaube, die wird dich schön herausfordern. Auch etwas Nettes für dich, wenn du sie abschließt. Ich halte die mal nicht länger auf. Viel Spaß. Okay. Uh, das ist die... Die alle Quests Quest. Die ist ja widerlich. Ich dachte, man braucht die 200er Quest. Für alle Quests. Keine Spoiler, bitte. Keine Spoiler, bitte. Okay, aber die sind nicht tempered, ne? Das ist Tigi, Nagakuga, das ist Samtrios. Ach, Quatsch, Samtrios. Zinogre, Brachy und Glavenus. Das geht jetzt sogar irgendwie, würde ich sagen. Mal sehen, je nachdem, wie die aufräumen. Ist doch schön. Ja, ist doch eine nette Quest. Äh, irgendwie ist es schön, wenn sie nach dem x-ten Mal wieder erklären, wie die Postgame-Quests angenommen werden. Das ist schon, schon sehr merkwürdig, ne? Weil die ja alle anderen Quests dafür gemacht haben muss. Hahaha. Oh Gott. Dragon for ca. 10 Minuten, Aladhron werde ich wohl nicht erst solo machen, das Spiel. Ich glaube nicht. Puh. Triumph des Morgengrauens. Töte den Aladhron. Es wurde erneut ein feuriger Aladhron gesichtet. Schlimmer noch, wir haben Berichte erhalten, dass die alte Welt von Katastrophen heimgesucht wird. Ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt, denn, äh, denn wir werden das untersuchen müssen. Der Aladhron ist wichtiger. Das wäre so die einzige Quest im ganzen Spiel mit Samtrios. Hahaha. Äh, der kommt da einfach, kommt da einfach so reingewatschelt. Äh, ich mach die mal solo. Das sage ich jetzt einfach mal. Hm. Ich probiere die einfach mal solo. Hahaha. Äh. Fand ich bei mir sehr lustig. Er ist wieder aufgetaucht. Ich habe ihn doch noch gar nicht gemacht bis jetzt. Aber kannst du ihn dann überhaupt annehmen? Weil, musst du ihn nicht erledigt haben? Okay. Äh, ich probiere ihn einfach mal solo. Weil, das Ganze kommt mir etwas fischig vor. Hahaha. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ähm. Deswegen, gucken wir mal. Genau, wegen dem habe ich mir so gedacht. Mission fehlgeschlagen, ab ins Bett. Da kann ich. Ich brauche den anderen Aladhron nicht. Man muss ihn nur gesichtet haben. Ach, das ist interessant. Das ist ja sehr interessant. Hahaha. Hahaha. Damit habe ich jetzt auch nicht, oder das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Hahaha. Hahaha. Äh, so. Der Boy sprüht regelrecht vor Konfidenz. Solo Aladhron. Ja, easy. I-sie. Hahaha. Ja, aber ihm bloß begegnet sein, nicht gekillt haben. Das ist krass. Doch nicht fatal ist. Ich bin verwirrt. Naja, hättest du nicht durch die, durch die Story durchgerusht, dann hättest du gehört, dass zuerst ein weiterer, äh, Aladhron gesichtet wurde. Hahaha. Äh, nehmen wir mal das. Ich hätte schon gedacht, dass ich jetzt die besondere Aufgabe von den Wenigsten gemacht haben muss. Ja, dachte ich auch. Ähm. Dachte ich jetzt eigentlich auch. Aber gut, wenn du ihn eh nochmal erledigen musst, dann musst du ja theoretisch den anderen nicht erledigen, ne? Dadurch, durch diese Quest ist ja jetzt garantiert, dass du einen Aladhron erlegen musst. Hahaha. Was sehr weird ist. Das, okay. Von mir aus. Ähm, gehen wir es an, würde ich sagen. Schauen wir mal, ob wir die fette Riesenechse da unten in der Schlucht erledigen können. Nistet sich da aber gleich nochmal in der Aladhron ein. Ich fass es nicht, ne? Der dachte sich so, uh, der Platz sieht schön aus. Hahaha. Ich glaube, eher Capcom will, dass man bei aller schwitzt. Und für Fatal ist total fertig, Nino gemacht wird. Wenn du stark genug für krasse Monster bist. Äh, ja. Warum passiert das alles so plötzlich? Das kann nicht gut sein. Ja, das kann überhaupt nicht gut sein. Das ist zwei Aladhron direkt hintereinander, die auftauchen. Ist kein gutes Zeichen. Hahaha. Da muss man, muss man einfach so sagen. Hahaha. Guten Tag. Na? Was geht? Lange nicht gesehen, mein Freund. Hahaha. Ich finde es auch schön, wie wir davor extra noch gesagt haben. Oh, lass uns nochmal Aladhron machen. Damit wir, damit wir den nochmal raus haben. Hahaha. Ja, ne? War sehr wichtig, Aladhron nochmal zu machen. Hahaha. Oh Gott. Ich hätte vielleicht den Mantel nicht nehmen sollen. Ne, egal. So, erstmal auf die Beinchen. Ist ja sinnvoller, das, äh, gegen die Wand springen zu machen. Gegen die Wand drücken zu machen, erst wenn er fliegt. Nicht wahr? Schau mal. Oh. Oh. Okay. Na gut, wir können mal hier drauf springen zum Reiten. Gucken wir mal. Das war ein schneller Lebensretter. Wow. Hahaha. Der hat nicht sehr lange gehalten, muss ich leider sagen. Ah, mal sehen. Probieren wir einfach nochmal unser Bestes bei ihm hier. Au. Äh. Hahaha, okay. Oh mein Gott. Ja, komm. Das ist... Aladhron an sich ist ja nicht, ist ja nicht so schlimm, ne? Aber die Kombos, die er halt raushaut, die sind halt so widerlich. Das ist Feuerball. Blitz. Feuerball. Blitztod. Hahaha. Hahaha. Du kannst halt nichts dagegen tun. Ich hab jetzt auch überhaupt nicht meine Dekos angeschaut. Das war auch total dämlich. Ich war zu sehr überrascht von, äh, von Aladhron. Dass ich jetzt auf meine Dekos gar nicht geachtet habe. Was wie gesagt keine gute Idee war. Äh, weil ich hab definitiv keinen Resistor drin, wie ich gerade eben sehe. Und das ist natürlich extrem doof. Hahaha. Weil jetzt häng ich hier halt mit Drachenelementen rum. Oh, das ist so uncool. Oh. Massiver Schaden. Okay. Oh Gott, ich hab keinerlei Resistor drin, oder wie. Och. Wie ärgerlich. Oh, ja. Toll. Null Bären. Ich weiß nicht, ob ich welche dabei hab, aber spätestens jetzt... Also habe ich, aber... Null Bären sind halt total bescheuert. Ja, ich bin tot. Uh. Null Bären sind halt doof, weil... Du wirst halt so häufig von Elementarsachen getroffen. Da bringen dir Null Bären fast gar nichts. Und die zehn Null Bären sind halt schnell weg, als die, als die Liebe ist. Wenn du aufhören könntest, ständig irgendwelche Angriffe zu machen, bei denen ich ihn nicht angreifen kann. Ja, das ist auch sehr nett. Ach, er ist noch. Ich hab nicht gesehen, dass er angeschlagen ist noch. Jetzt halt ich schon Beispiel wieder. Ich hätte jetzt schon drei Null Bären rausgehauen. Das ist Null Bären bei Latrion, finde ich, furchtbar. Zwei Resistor ist sehr viel sinnvoll. Ja, GG. Wechselt jetzt schon in die Drachenphase? Was zur Hölle. Okay. Okay. Ist klar, ne? Ist klar. Ich hatte ja auch jede Menge Zeit, den anzugreifen. Diese ganzen zwei Sekunden, wo er mal nicht irgendwas rausgehauen hat. Ach, er ist Aggro. Ja. Hörne kann ich halt vergessen. Ich hab ihn halt noch nicht mal so. Warum ist er denn Aggro? Wovon überhaupt? Ich mach halt keinen Elementschaden. Ach, Gott. Ja, ihn gegen die Wand zu werfen, hilft jetzt halt auch nicht mehr. Ich verstehe nicht, weswegen er Aggro ist. Ich hab ihm keinen Schaden gemacht. Dann kann ich das natürlich vergessen, ihn irgendwo hinzuklatschen. Wie gesagt, er ist auch wahnsinnig schnell einfach jetzt Aggro geworden. Oh, Gott. Es hilft ja gegen das Drachenschaden. Das ist das Wichtigste, wegen des Cation. Schon, ja. Aber guck doch mal, wie schnell ich Drachenschaden bekomme. Es bringt nichts. Es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Ist mir schon bewusst, dass es wichtig ist. Aber wie gesagt, es bringt halt einfach nichts. Das ist halt eben das. Ich schluck hier Nullbären, als wären es... Oh, als wären es Smarties. So kannst du nicht gegen Galatrion klarkommen. Das ist doch mal ein Problem. Ah ja, wie gesagt, das ist halt auch GG, weil... Ich kann ihm ja jetzt nicht die Hörner kaputt machen, wenn ich ihn nicht legen kann, weil er jetzt Aggro ist. Ich verstehe nicht, warum der so schnell Aggro geworden ist. Ohne, dass ich ihn... Habe ich ihn bewegt? Und ich habe ihn auch nicht bewegt? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es halt wirklich nicht. Ah, schade. Also außer irgendwas hier in dem Kampf wäre komplett anders als zum Sonstigen. Äh, sieht es nicht aus, als könnte ich hier irgendwas reißen. Ja. Ah, ich bekomme auch nicht einmal meinen Boost und dann macht er das halt wieder. Ah. So, und Eis kann ich jetzt halt an sich auch nicht wegnehmen, weil ich das für Drache sparen muss. Ach, das kotzt mich wieder an, dass ich halt nicht... Dass ich halt keinen Stolz nachgedacht habe. Ja, danke. Toll. Das hast du sehr toll gemacht. Ich kann die wenigsten Megatränke nachkombinieren. Ja, das ist lächerlich. Mein Ladrad... Mein Ladrad... Äh, mein Ladradrad ist ewig nicht in die Drachenphase gegangen. Okay. Puh. Weiß ich jetzt auch nicht, was das sollte, aber das war halt nahezu unmöglich, das irgendwie in den Griff zu bekommen, ne? Äh, gut, jetzt hat er... Hat er ja die Eisphase. Jetzt können wir auf... Äh, Feuer wechseln. Wobei Feuer ja definitiv nicht unsere Stärke ist. Ähm... Objektruhe. Ich würde gerne noch Tränke mitnehmen. Das kannst du zumindest nachrüsten. Ja, pfff, toll. Nullbeeren kann ich wieder mitnehmen. Ja, das kann ich noch machen. Nach... äh, machen. Naja. Verteil des Clips, äh... dürfte vielen misslingen. Allein wegen aller. Allein wegen seiner Ulti, wie viel zu schwer ist. Oh, ich weiß aber nicht. Ich denke, mittlerweile haben Leute doch alle auch raus. Resistor. Wie soll ich jetzt Resistor reinbringen? Wie genau stellst du dir das vor? Gibt's da einen Trick, den ich nicht kenne? Kannst keine Dekos ändern. Ja, ich war mir nicht sicher, wo die Dinger kommen. Jaaah. Hör doch auf, hochzufliegen. Na gut. Ja, jetzt muss ich ihn theoretisch eigentlich jetzt gegen die Wand hauen. Weil ansonsten ist er ja nachher wieder aggro. Das hat mich halt am meisten angekotzt, ne? Na... Er ist schon wieder aggro. Er wird einfach instant aggro. Was soll ist das denn? Hä? Okay. Ja gut. Klar. Das ist... Ist ja auch nicht notwendig, ihn irgendwie gegen die Wand zu hauen, ne? Braucht man ja nicht. Ist so lächerlich einfach. Entschuldigung, dass ich nicht innerhalb von zwei Schlägen ihn gegen die Wand haue. Aber was ist das denn für ein Alatrion? Ist einfach der hyper-aggro-Alatrion. Okay. Darauf war ich natürlich nicht vorbereitet. Ich hatte... Ich hatte gehofft, dass man wenigstens eine Chance hat, ihn zu bekämpfen. Aber... Das ist halt irgendwie ein hartes GG. Schade. Natürlich ärgerlich, wenn es gleich so anfängt, ne? Weil... Das ist nach zwei Schlägen direkt aggro wieder. Das ist, wie gesagt, halt schon ein bisschen lächerlich dann. Da kannst du halt nichts tun. Ich meine, vielleicht wird jetzt wieder normal... Ähm... Vielleicht wird jetzt wieder normal, wenn er dann in seiner Drachenphase ist. Aber... Mal sehen. Was liegt denn da im Namen? Es könnte gut sein. Könnte gut sein. Hab gewonnen. Glückwunsch. Ach, war sie? Ach... Ach... Okay. Er hat seinen toten Kopf. Ich hab's gerade eben schon am Puls gesehen, dass er scheinbar nicht so krass ist. Aber zweites Judgment werden wir ziemlich sicher trotzdem nicht überstehen. Aber dann haben wir ja nochmal ein Leben. Das könnte also funktionieren. Oh, ne, 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 ne. Das ist jetzt richtig widerlich. Nein! Oh, da musste ich den Trank leider skippen. Oh! Oh! Okay. Oh! Warte. Dings ist jetzt sehr schnell weg gewesen. Oder ist jetzt sehr schnell weg hier... Eis? Hab ich doch Resistor drin? Bloß bei Drache nicht? Oder? Keine Ahnung. Ah, ich bin aber gleich nochmal tot. Äh... So. Problem ist halt, das bringt mir alles nichts, wenn ich gleich eh nochmal draufgehe. Hahaha. Ah! Das hat mich tatsächlich gerade gerettet, der Gleitermantel. Hahaha. Als ob du dich nochmal drehst. Oh, Gott. Ja, bye. Es ist halt so lächerlich, ne? Ach. Ja, danke. Ich würde dich so gerne mal angreifen. Oh, Gott. Aber selbst wenn er weniger Leben hat, finde ich es arg mies, dass er halt einfach instant immer in die Aggro-Phase geht. Das ist halt theoretisch gerade ein Dauer-Aggro-Allatrion. Und der... Das ist keine angenehme Sache. So was willst du dann halt auch nicht machen. Das wäre so schön, wenn ich dir mal wieder ein bisschen Schaden machen könnte. Yes! GG. Goddammit. Er ist tatsächlich nicht mal mehr in deine zweite Phase gegangen. Meine Gefühle sind verletzt. Zählt das? Hahaha. Hahaha. Zlatron ist eigentlich hart genervt. Das macht den ganzen Kampf schneller. Äh, naja, wenn er hart genervt ist, dann ist es klar. Was ist schlimm an Dauer-Aggro, Alla? Ist doch gut wegen Aufhetzer. Naja, ich spiele halt nicht hart Aufhetzer. Und B ist es, würde ich sagen, sehr viel angenehmer, wenn du ihn mal zu Boden werfen kannst. Hahaha. Das ist halt eben das. Das ist, es tut mir leid, dass ich tatsächlich mit, äh, mit gegen die Wand werfen spielen muss. Hahaha. Aber ich finde es ganz angenehm, wenn die Monster mal kurz liegen. Hahaha. Hahaha. Wie gesagt, ich spiele halt nicht hart Aufhetzer. Hahaha. Ah, GG. Meine Güte. Was für ein Biest. Ah, Gott. Isenaller habe ich gemacht. Äh, sagt einer, es gibt es über ihn aus. Hahaha. Ja, der, der war schon eklig, aber er geht auf jeden Fall. Jetzt hast du alle mal Solo gemacht. Ja, toll. Hahaha. Wow. Hey, ein Schleifjuwel. Ah, es ist nicht, jede Person hat zwei Teile Raging Brache in der Rüstung. Ich habe zwei Teile Raging Brache in der Rüstung. Aber ich weiß nicht, ob es die sind, die man haben will. Ach, je. Haben ein Kürbisfeld verpflanzt und müssen sie wachsen. Na dann. Hahaha. Da drüge ich die Daumen, dass sie gut wachsen. Aber sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich habe es leider noch nicht hinbekommen. Äh. Ich habe den Verdacht, dass der ein Sinn hätte, dem geschwächten Alatron, darin besteht, ihr gefallische Optimistus für den Fatales-Kampf zu geben. Weiß ich nicht. Das ist, ich denke, es ist halt einfach bloß nochmal so eine gewisse Story. Eine Story-Quest. Dass du halt nicht einfach sagst, hey, ist hier Fatales. Sondern halt das Ganze ein bisschen aufbaus. Das war halt eben eine Story-Quest so gesehen. Und keine richtige Alatron-Quest. Das ist halt eben das. Ich weiß nicht, ob sie da so ein Fake-Out machen müssen. Oh, guck mal. Es ist so leicht. Denke ich eher nicht. So, streichen wir das Pugi noch. Aber hätte ich natürlich gewusst, dass es so schnell Agro ist, dann hätte ich natürlich auch ganz anders agiert am Anfang. Dann hätte ich natürlich direkt gegen eine Wand gehauen und hätte dann halt versucht, schneller drauf zu hauen. Dass wir dann vielleicht ihn auch vom ersten Judge mit abhalten können. Naja. Es hat ja funktioniert. Fieses Fake-Out in dem Sinne, dass ich, dass man halt eben auf einen, oder ich mich auf einen normalen Fatales eingestellt habe. Und nicht mit der schwächeren Version gerechnet habe. Ach je. Verdammt, das tust du auch zuerst Solo probieren, oder? Ja, ja. Das ist, äh, das ist eigentlich der Plan gewesen. Und dann kam Alatron dazwischen. Bin gerade mit Super Mario 35 beschäftigt. Wenn ich sehe, wie schlecht ich bin, kann man nicht glauben, dass ich damit aufgewachsen bin. Naja, erstens ist ja eine komplett andere Umgebung. Und, äh, zweitens, nur weil du damit aufgewachsen bist, heißt das ja nicht, dass du ein Profi automatisch bist, ne? Ach, schön. Das Pukki hast du heute so oft gestreichelt. Okay. Na gut, dann hau mal raus, was es Neues gibt. Oh. So, machen wir das. Let's go. Habe ich mehr Zeit zum Essen. Der Einzige, der enttäuscht hat, war der Alatron selber. Ach, ist sie schon oft genug, keine Sorge. Habe ich schon oft genug miterlebt. Boss, wir sollten vielleicht die Gilde in unserem nächsten Bericht über die steigende Zahl an Zwischenfällen informieren. Haben immer mehr Alatron hier. Bitte, bitte schickt Hilfe. Alatron Ferien-Resort gesichtet. Die Gilde sammelt Informationen über das Monsterverhalten in jeder Region, aber sie stellt auch Katastrophenberichte zusammen. Wir könnten ihr schicken, was wir haben, damit sie sich auf den schlimmstmöglichen Fall vorbereiten kann. Ein guter Vorschlag. Kümmere dich um die notwendigen Vorbereitungen. Verstanden. So, und was jetzt müssen wir jetzt... Ich muss das Vergesse. Der Kommandant ist wohl wieder nach Asteria zurückgekehrt. Okay. Hä, wirklich? Er ist schon wieder zurück? Hey, ich hab eine Idee. Wenn du ihm von der Alatron-Untersuchung berichtest, wie wäre es, wenn du ihm auf die Nerven gehst, bis er dir verrät, warum ihn die Gilde eingestellt hat? Gute Idee, oder? Auf jeden Fall. Meinst du das wirklich ernst? Gut, gut. Ich gebe dir die Unterlagen. Rede mit dem Kommandanten, wenn du bereit bist. Werden wir tun. Möchtest du nach Asteria reisen? Naja, ich hab ja fast keine andere Wahl, ne? Wenn's so reingeploppt wird. Eher von mir aus. Machen wir. Was müssen wir als nächstes tun? Savijiva jagen? Oder nochmal ein Shareshwalder? Äh, so. Willkommen in Alatron-World, ja. Essen ist Shana. Oder Essen, Shana. Willkommen zu Stream. Und, äh, Voyage. Voyage? Ist so richtig? Ich hoffe es. Aber auf jeden Fall auch Willkommen zu Stream. Guten Abend. Und, äh, das nächste kommt Großjagoras, ja. Achso, Zoromagdoros. Stimmt richtig. Fehlt auch noch. Äh, schön. Wir importieren die ganzen Alatrion einfach zurück in die alte Welt. Savij ist bestimmt auch schon leid von den ganzen Alatrion. Seine Heimat besetzt. Ja. Äh, ich würde es, äh, äh, Voyage? Achso. Ja, mit, mit das G, also mehr betont, ne? Voyage. Okay, passt. Äh, aber auf jeden Fall Willkommen. Schön, dass du da bist. Okay, dann, äh, versuchen wir mal in Erfahrung zu bringen, was der Kommandant so getrieben hat in der alten Welt. Hi. Grüße, Jägerin. Ich habe mir gerade den Bericht über die Alatrion-Untersuchung angesehen. Okay. Wir werden ihn umgehend an die Gilde schicken. Hervorragende Arbeit, wie immer. Mhm. Oh, ich verstehe. Es ist wohl nur natürlich, dass Gerüchte entstehen, wenn mich die Gilde einbestellte. Irgendwann wäre sowieso der Zeitpunkt gekommen, dich in die Sache einzuweihen. Okay. Die Wahrheit ist, dass seit einiger Zeit ein Gemeinschaftsprojekt zwischen mehreren Ländern und Organisationen geplant wird. Die Forschungskommission wurde gebeten, an diesem Projekt teilzunehmen. Unsere Expertise in Sachen unidentifizierte Lebensformen und Ökosysteme sowie unsere hervorragende Feldarbeit sollen wohl hilfreich sein. Klingt gut. Und zeigen wir Ihnen, dass Sie recht haben. Ein Gast hier in Astera wird das Projekt näher erklären. Vertreter jeder Einheit werden anwesend sein. Natürlich brauchen wir dich dort auch. Komm. Dann passt ja, dass ich da bin. Wunderschön. Nice. Wie schnell du über das Meer gefustest. Dabei haben die nur Segelschiffe. Antike geheime Hyperantriebe. Ja, klar. Das ist, dann packst du so ein bisschen Basal-Juice-Bomben rein und dann fliegst du aber durch über das Meer. Ist das die eine ernste Smash? Ich bin mir ziemlich sicher, ja. Ziemlich sicher, ja. Sind wir vollzählig? Gut. Dann tritt der Rad offiziell zusammen. Uh, stylish. Ähm. Ähm. Ich kann da leider gerade eben das Ganze nicht auseinanderhalten. Tut mir leid. Also, ich weiß nicht, wo ich Sachen splitten soll. Kolaxelvarsch? Ist das so richtig? Ich weiß es nicht. Ich glaube, da muss man irgendwo was splitten, oder? Aber ich habe keine Ahnung wo. Es tut mir leid. Aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank für den Follow. Sehr freundlich von dir. Es tut mir sehr leid, dass ich deinen Namen leider gerade eben nicht weiß, wie man ihn ausspricht. Tut mir leid. Schön. Aber wie gesagt, vielen, vielen Dank und willkommen zum Stüm. So, okay. Coole Sache hier. Wie ich bereits allen erzählt habe, wird derzeit an einem internationalen Gemeinschaftsprojekt gearbeitet. Die Forschungskommission wurde gebeten, an diesem Projekt teilzunehmen. Unser Gast wird uns mit den Einzelheiten vertraut machen. Guten Tag. Vielen Dank, Kommandant. Ich leite dieses Gemeinschaftsprojekt und hoffe, euch alle bald näher kennenzulernen. Schicker Mantel hast du da. Du? Du bist Teil der Kommission? General, es ist eine Ehre, sie wiederzusehen. Ich hätte nicht gedacht, in der neuen Welt ein vertrautes Gesicht zu sehen. Entschuldigung. Wir werden später Zeit finden, uns zu unterhalten. Nun, kommen wir zum Kern der Sache. An mehreren Orten der Welt sind verschiedene außergewöhnliche Phänomene aufgetreten. Außerdem haben wir Berichte unserer Katastropheneinheit bekommen. Kleine, unregelmäßige Erdbeben, Waldbrände, die so häufig ausbrechen, dass ihr Rauch die Sonne verdunkelt. Einheimische Wesen und Monster verschwinden gleichermaßen und sogar die Drachenältesten werden seltener. Niemand weiß warum. Okay, sind sie alle nach Eisborn rüber? So klingt die Stimme vom General. Ja? Das stimmt, du hast voll geschrieben, dass du keine Stimmen hast. Das ist komisch. Sehr komisch. Also, oh nein, nicht der schon wieder so. Kann ich mir das blöde Geschwätz wieder anhören? Wir haben jedoch in unseren Aufzeichnungen einen Fall gefunden, der ähnlich ist. Allerdings nur einen. Das klingt nie gut. Eine Frage. Hat hier jemand schon einmal von Schrade gehört? Uh. Ja, das glorreiche Land Schrade. Ich habe gelesen, dass es eine mächtige Nation gewesen ist, die vor einer Ewigkeit plötzlich verschwand. Niemand weiß, was passiert ist. Und die ehemalige Region von Schrade ist meines Wissens nach jetzt schwergeblüht. Ihr wisst gut Bescheid. Dann habt ihr bestimmt auch schon von den Legenden um Schrade gehört. Ja. Die Geschichte von Schrades Untergang. Ein unglaubliches Monster soll das Land in einer einzigen Nacht niedergebrannt haben. Aber warum fragen sie uns das? Warum nur? Aufzeichnungen über Schrade sind selten, aber hier und da gibt es sie. Beispielsweise in diplomatischen Dokumenten und Tagebüchern. In einem Artikel aus der Zeit von Schrades Zerstörung werden mehrere Vorkommnisse erwähnt. Erdbeben, brennende Wälder, Vögel und Monster verschwinden, keine Sonne, Drachenälteste verschwinden und wenige Monate später verschwand Schrade. Ich weiß, dass fürchterliche Drachenälteste in der neuen Welt aufgetaucht sind. Das ist kein Zufall. Es kündigt sich an. Alles geschieht erneut. Und es verkündet die Rückkehr desjenigen, der Schrade zernichtet hat. Der Schwarze Drache Fatales. Ein Albtraum, der nur in Legenden lebt. Die Gilde und alle Länder sind sich einig, dass der Fatales wieder in der Schlossruine von Schrade erscheinen wird. Und dass er dort ausgelöscht werden soll. Unsere Aufgabe ist es, auf sein Erscheinen vorbereitet zu sein und die Bestie zu töten. Wann soll er denn Schloss Schrade erreichen? Hm, wahrscheinlich jetzt. Das können wir nicht mit Sicherheit sagen. Aber wenn wir den Aufzeichnungen Glauben schenken, haben wir noch einige Monate Zeit. Das klingt ja nicht schlecht. Genügend Zeit, um ein paar Latrions zu erledigen, nicht wahr? Kennen wir seinen derzeitigen Aufenthaltsort? Nein, darüber haben wir keine Informationen. Keine Hinweise darauf, wo er herkommt oder wo er letztendlich hin will. Unser Wissen darüber ist so dürftig, dass es den Namen Fatales Phänomen verdient hätte. Ist es überhaupt möglich, ihn zur Strecke zu bringen? Hoffen wir es. Wenn nicht, wird alles Leben enden. Na ja, in Schrade, ne? Jetzt mal hören. Dann willkommen, Marcel. Das ist... Wenn ein Schrade auftaucht, dann ist doch bloß wieder das Leben in Schrade zu Ende, oder? Hm. Fatales wird leider ein paar Monate verschoben, ja. Sorry. Wir werden jetzt alle teilnehmenden Länder alarmieren und uns vorbereiten. Die Forschungskommission muss schnell handeln. Der General und ich werden der Hauptgruppe vorauseilen, um uns vor Ort ein Bild der Lage zu machen. Wir möchten außerdem, dass ihr Jäger uns begleitet. Jawohl. Später werden wir die ganze Kommission versammeln und erklären, was passiert. Wäre jetzt cool, wenn man sich theoretisch in Richtung Schloss Schrade vorkämpfen müsste, also gameplaytechnisch, dass es halt so ein großes, langes Gebiet gibt, wo vielleicht irgendwie, keine Ahnung, ein paar Monster rumhängen und so, die du dann halt erledigen kannst. Wäre schon cool. So irgendwie so eine Multi-Quest, vielleicht vier Monster, die vielleicht so in den Ruinen in Schrade theoretisch rumhängen, bis das Schloss erreicht. Das wäre mir jetzt direkt in den Sinn gekommen. Ich habe das Gefühl, dass wir einfach bloß den Skip-Button drücken. Größte Belagungswaffe in Schrade ist einfach nur ein fettes Katapult, das mit tollen, mit toten angezündeten Alatrions beladen wird. Aber wir haben ja ein paar. Ich war drauf, mit dir die Quest zu starten. Okay, okay. Ich habe gleich geladen. Monster sind ja alle verschwunden. Ja, vielleicht hängt noch irgendwas rum. Irgendwas gibt es sicherlich noch. Ah, dieses Smash-Up, da musst du ja denken, was ab sofort meine Kämpfeauswahl sein wird. Ja. Ich bin schon davon ausgegangen, dass es dir, äh, dass es dir gefallen wird. War kurz weg. Hast du ihn schon down? Ne, wir müssen noch, wir müssen noch vier Monate warten. Das ist wie, wir trainieren jetzt vier Monate lang. Äh, je. So, besondere Aufgabe. Der schwarze Drache. Streuen ein paar Derpy-Gürkchen rum, ja. Irgendwie sowas. Welche Monster sollen das nur sein? Höllenzino und drei Allas? Aber alle bitte in einem Gebiet dann. Wäre cool, passt aber nicht zur Lore. Ähm, als hat es, ähm, als hat es so eine scheiß Angst. Was war fatal ist, dass es im Kreis von Kilometern von Storchstraat kein Lebewesen gibt. Äh, ja. Ich mein, kann ja sein, dass sich irgendwelche Viecher davon angezogen fühlen, von dieser, von dieser gruseligen Macht. Äh, gibt ja immer so ein paar theoretisch Aasfresser, die dann halt eben von sowas profitieren, würde ich sagen. Ähm. Ja, wie gesagt, man hätte ja theoretisch laut Lore auch reinbringen können, dass es doch irgendwelche Monster gibt, die halt eben, äh, das ganz gut genießen. Äh, ein paar Monate trainieren kriegt man bei Fatal ist ganz gut, ja. Äh, wie wäre es per Deko-Rüstung, deine erste Rüstung aus dem Base-Game nachzubauen, da sozusagen die letzte Quest mit Story ist, die ganze Zeit zu würdigen. Äh, weiß ich nicht. Äh, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob wir das so, so machen wollen. Äh, weil meine erste Rüstung aus dem Base-Game, das sieht dann halt ziemlich, äh, ziemlich lame aus, oder? Äh, wenn wir da halt mit, mit Gammelset dieodisch rumrennen. Das ist so das. Also, nette Idee, aber, wie gesagt, ich weiß nicht, wie das kommt, wenn wir das so machen. Wenn, dann sollten wir halt schon irgendwas, weil wir sind ja theoretisch gewachsen in dieser Zeit, ne. Können wir jetzt nochmal hoch zu ihr gehen, könnte ich machen. Äh, hab ich gesagt, guten Abend, Devious. Auf jeden Fall, wenn dann, wenn nicht, dann guten Abend, Devious, äh, Devious auf jeden Fall. Willkommen zu streamen. Äh, so, ansonsten haben wir nichts. Können wir zu ihr gehen. Wenn man sich nicht, äh, fliehen, werden halt gefressen von Fatal ist. Ja, aber er ist doch jetzt noch gar nicht da. Das ist doch das. Das ist doch eben die Sache. Also, bis Fatal ist ja da ist, weil Fatal scheint ja gerade eben nicht in Schloss Schrade zu sein. Doch ist er. Es hieß doch gerade eben, sein Aufenthaltsort ist unbekannt. Und sie gehen schon mal vor nach Schloss Schrade. Da sie in Schloss Schrade ist, ist mir schon klar, aber... Äh, es ist halt... Äh, gutes Argument, dass es mich gesteigert hat. Sehr gutes Argument, mein Herr. Ja. Wie gesagt, also, aber wie gesagt, ich, ich verstehe deinen, ich verstehe deinen Ding, ist dein Gedankengang. Wäre auf jeden Fall nochmal stylisch, aber vielleicht mal irgendwas anderes. Mal sehen. Das ist halt eben die Sache. Deswegen, naja, keine Ahnung. Er scheint, als wüsste niemand, wo der Fatal ist. Alle Organisationen suchen nach ihm, ergebnislos. Es würde mich nicht wundern, wenn er in einem alten Märchenbuch von Seite zu Seite springt. Immer zum Kampf bereit. Klar, auf jeden Fall. Du siehst, in den Schloss Schrade einfach nur so ein Riesenbuch rumliegen und da kommt er dann raus. So, der schwarze Drache. Erste Rüstung tragen, also Leder. Naja, die erste Rüstung, die ich mir, glaube ich, selber zusammengebastelt habe. Wenn dann. Es wird Zeit für uns, dass wir den Fatale stellen. Gemeinsam mit allen anderen bekannten Nationen und Organisationen werden wir die Welt vor dieser legendären Bedrohung befreien. Wenn du bereit bist, setzen wir die Siegel. Ich bin sowas von nicht bereit. Let's go. Fünfmal ohnmächtig werden. Oho, oho. Alle suchen überall, außer in Schrade. Wovor Schrade haben sie zu viel Angst. Ja, gut, okay. Ich spare von Märchen, wird jetzt eine Gildenjungfer. Vielleicht, also irgendwo ist sie ja eine Gildenjungfer, ne? Halt, nein. Aber meistens 24. Ja, das war, das war klar. Das war Diefen-Dief schon klar. Da es 24 ist so. Gemeinsam, ja. So, dann dürfen wir jetzt unsere schwarze Ernte auspacken. Sehr schön. Hier tun wir natürlich auch die Dekos jetzt mal ändern. Drache, Drache, passt mir soweit. Das ist gar nicht schlecht. Hier habe ich einen Phönix. Tja, ja, da hatte ich nämlich nur das Explosions-Zurveel drin. Total dämlich. Damit kämen wir auf Stufe 4 hoch. Das ist ziemlich cool. Gefällt mir, nehmen wir auf jeden Fall. Äh, ansonsten, Aufweich und Schutz. Haben wir jetzt Aufweich nicht komplett voll? Müssen wir mal gucken. Los, Killin, Kanter 2.0. Oh, das war nicht die richtige Taste. Ich wünsche dir viel Spaß. Dankeschön. Dankeschön. Egal wie es läuft. Das wird auf jeden Fall eine witzige Erfahrung. Das ist ja, ist ja schon mal das. Äh, Drachenangriff 4. Genau. 860 Drache. Das ist nicht schlecht. Hm. Aufhetzer, Betäubungsüberstand, Gesundheitsboost. Schwächevorteile haben wir dreimal. Genau. Göttliche Segen haben wir zweimal. Das ist halt cool. Ähm, okay. Klingt schon mal gar nicht schlecht. So, ich habe bisher einmal geschafft. Drücke die Daumen, während ich nebenbei kämpfe. Aber nicht drauf gehen, deswegen. Aber Fatalis ist einfach mitten im Schloss mit einer Disco-Kugel und ein paar fetten Puzzler-Sprechern. Und hält den größten Rave auf dem Kontinent ab. Ohne, dass es jemand mitkriegt, ja. Der hat Schrader einfach zu einer Partymeile gemacht. Hat Kanter nicht knapp vier Stunden gebraucht, wird ein langer Abend. Naja, ich grinde ihn ja zum Glück nicht komplett solo, ne. Aber wenn Kanter vier Stunden braucht, das ist krass. Das hat was zu sagen. Das hat auf jeden Fall was auszusagen. Hat ein paar Nummies aufgehängt. Kanter hat es ja die Nacht übertrieben, okay. So, hier hatten wir nämlich Aufweich und Schutz drin. Ähm, also so wie es bekannt ist, ähm, so wie er früher war, macht er auf jeden Fall viel Feuerschaden und eventuell ein bisschen Drache. Das bisschen Drache könnte natürlich ein bisschen eklig sein. Je nachdem, wie häufig er es macht. Äh, schau mal. Gegen Feuer sollten wir eigentlich ziemlich gut dabei sein. Herausforderer Lebenskraft ist nicht verkehrt. Hm, so ein Aufhetzer nehme ich da sehr gerne mit. Ich meine, Aufhetzer zwei haben wir da nicht. Ansonsten haben wir aber auch nichts für die Lebenskraft. Deswegen ist es immer blöd. Das Schleif, können wir da noch irgendwas tun? Aber ich weiß nicht, in welche Richtung ich gehen wollte. Wir könnten mehr Aufhetzer. Aufhetzer, aber, ähm, ich weiß nicht genau für was. Das ist eben das Problem. Die beiden Wartungen will ich ganz gerne behalten. Forschungsgruppen, Entschlussrade vorbeigehend. Ach, verdammt, Kiezer hört schon wie die Musik gestohlen. Egal. Fatal ist erst mal wichtiger zu finden. Ach je. Ich denke, das passt soweit so. Also ich wüsste jetzt gerade eben nicht, was ich ändern will. Die beiden Drachensachen hier sind ganz cool. Äh, ansonsten Aufweich und Schutz. Da können wir sicherlich noch irgendwas anderes für Aufweich finden. Aber das Aufweich würde ich gerne behalten. Äh, deswegen gibt es da nicht so viel. Ähm, wir können statt dem Schleifexperte, können wir Resistorexperte nehmen. Dann sind wir da vielleicht ein bisschen besser dabei. Äh, falls er Drachenschaden macht. Ähm, weil dann ist halt schon mal ein 50% reduziert. Das wäre mal gar nicht verkehrt. Äh, wenn er halt nur Feuer macht, dann ist es egal. Haben wir auf YouTube erstmal, heute erstmal seinen erfolgreichen Rann angeguckt. Sehr gut. Äh, TDS, äh, haben ihn vermutlich einmal schief angeschaut. Ist umgekippt. Hahaha, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ähm, Schleife ist aber auch ganz cool. Vor allem, wenn du eins gegen eins gegen so einen riesen Drachen ältest und hockst, dann kann Schleife schon ganz cool sein. Ich verzichte mal auf Resistor. Weil ich denke, dass er nicht so viel Drachenelementen machen wird. Ähm, ich könnte damit falsch liegen, auf jeden Fall. Aber wir werden sehen. Bomben können wir mitnehmen, die beiden Sachen können wir mitnehmen. Gebratenes Steak von mir aus. Ähm, Lebensstaub. Ich weiß nicht, wie viele Bomben wir setzen werden können, aber mal sehen. Mal sehen. Gegessen haben wir? Nein, haben wir noch nicht. Dann werden wir das tun. Gerade hast du Verteidigungsquests raus. Die Junge ist der Spaß. Okay. Willkommen zum Stream von Lichtschakal. Schön, dass du mal bist. Ähm, so. Ich glaube, da nehme ich bloß Verteidigung. Und dann, naja, haben wir. Heute halt nicht die, die besten Sachen dabei. Heldentum. Ich glaube nicht, dass Heldentum die beste, die beste Sache ist. Ähm. Sonst ein Spezialist. Helden, oder Helden. Ja, doch, Heldentum. Schneid. Ja, Schneid ist aber. Ne, Schneid bringt mir auch gar nichts. Schneid habe ich ja eh schon. Äh, das ist das Problem. Absicherung. Ja, weiß ich nicht. Wir können fünfmal draufgehen. Sechstes Mal draufgehen wird das Ganze nicht ändern. Das ist die, die Sache. Ähm. Ja, dann nehmen wir Heldentum. Vielleicht machen wir dann einmal mehr Schaden oder so. Nehmen wir den Red Tearstone Ring. Mal sehen, was er bringt. Punkt. Okay. Dann denke ich, sind wir soweit bereit. Minus zehn Drache ist halt widerlich. Aber wie gesagt, ich hoffe mal, dass er nicht zu viel Drachenschaden macht. Okay, ab geht's. Gleich Schloss Schrade besuchen gehen. So sieht's aus. Das ist halt schon das Coolste. Also egal, wie die Quest wird und so. Aber hey, Schloss Schrade, ne. Das ist halt mega, mega cool. Aber den Ort wiederzusehen. Okay, ich bin etwas nervös. Nach dem Malatrion jetzt doch nochmal ein bisschen mehr. Weil das Ganze doch jetzt sehr aufgebauscht wird, ne. ATSA regelt. Solange du dich nicht treffen lässt, schon. So, let's go. Let's go. Wir at Dragon vermissen. Waren gute Jäger. Schade, dass es nun von uns gehen wird. Schön. Ja, auf zur alten Welt. Go. Ich hab einen Zettel gefunden. Oh. Die Schrade-Map. Also er hat tatsächlich einen Zettel gefunden. Oh, das ist ein Gildenjäger, oder? Wie gut. Sie bringen ihnen die Schleuder bei. Das ist cool. Oh, ich hätte meinen Puke umändern können. Bist du bereit? Hätte nicht gedacht, die Heimat wiederzusehen. Nicht auf die Art. Ah, also nervös? Glaub mir, verstehe ich. Aber mein neuer Freund und ich werden dich nach Kräften unterstützen. Mit mir hier wird dir nichts passieren. Du hast so. Schon gesagt, du bist spitze. Aber ich will wissen, was sie denkt. Ja. Ich auch. Ich glaube, es hat keine Zeit zu wissen. Ah, das ist echt schön. So tierisch, dass es aussieht wie am Anfang. Wie am Tisch sitzen. Das ist der Grundriss von Schloss Schrade. Waffen aus der letzten Schlacht sind noch vor Ort. Okay. Die Kanonen sind hier. Uh, stylisch. Aha. Okay. Okay, Binder sind wichtig, ja. Uh, nice. Mega cool, das gerade eben. Oh. Oh, ja. Ihr habt nicht irgendwo automatische Drachenreißer, oder? Äh, okay. Ach, dass du dich buffen kannst und so, ne? Interessant. Oh, shit. Darf ich mir die Karte mal angucken? Schloss Schrade fühlt sich unwirklich an. Ich weiß, es klingt kitschig, aber es fühlt sich an, als wäre das bloß eine Gute-Nacht-Geschichte. Hm. Hm. Das verstehe ich gut. Die Legende des Fatales wurde von Generation zu Generation zu Generation weitergegeben. Das Wort Fatales war nie als Name für eine Bestie gedacht. Nein, das Wort sollte eine Art Existenz beschreiben. Doch im Laufe der Zeit wurde es schließlich zum Namen des Monsters. Wir stellen uns also nicht einem Monster, sondern der Geschichte. Das ist cool. Wir sind bald da. Macht euch bereit. Okay. Haben die alle Gewehrlanzen? Das ist die Gewehrlanzen-Gang. Es existiert wirklich. Es war nicht nur eine Legende. Ah, Wahnsinn. Ich, ich kann es nicht beschreiben. Aber es ist, als würden sich die Vergangenheit und die Gegenwart hier treffen. Schön beschrieben. Es sind Lanzen, Entschuldigung. Es ist halt die Lanzen-Gang. Es sind fette Lanzen. Die war nicht auf den Lageplänen. Oh. Das ist nicht gut. Sie blockiert den Drachenspeer? Dann sind auch die Ballisten und die Schutzwand unerreichbar. Haben sie die improvisiert? Erst den Fatales bekämpft und die dann zusammengenagelt? Scheinbar. Das bedeutet letztlich, konnten sie den Drachenspeer nicht einsetzen. Sie sahen die Niederlage ein und brachen den Kampf ab. Nein. Sie haben ihn eingesetzt. Sie kämpften hart um ihr Leben. Um ihre Heimat. Aber waren schließlich unterlegen. Sie standen bis zum bitteren Ende. Bei einem Rückzug wäre nichts übrig geblieben, nachdem der Fatales fertig war. Ich hatte kein Recht zu urteilen. Also, was sollen wir tun? Mit der Barrikade können wir den Drachenspeer nicht nutzen. Reißen wir sie ein. Jawohl. Holt ein paar Leute her. Okay. Unsere Truppen? Sie sollen wohl bald hier eintreffen. Gut. Die sind schnell. Sobald wir vereint sind, sollten wir stark genug sein. Wir sind auch noch da. Da wir die Flugdrachen haben, werden wir da oben ein Lager errichten. Schön weit weg. Das klingt gut. Wir werden die Karten aktualisieren. Was ist? Was ist? Warte! Unmöglich! Jetzt heben! Was? Jetzt schon? Weg! Kommandant, die Hauptgruppe kommt bald, richtig? Korrekt. Die Chancen? Die stehen nicht gut. Wir verschaffen euch Zeit zur Flucht. Nein, das ist wahr. Alle raus! Wir dürfen keine Fehler machen. Dann mal los jetzt. Jawohl! Ins Lager! Schnell! Diese beiden Jäger zu unterschätzen, war sein größter Fehler. Ich weiß das nur zu genau. Was ist ein Fehler? Das ist das Fatale. Das ist Generals. Na gut, okay. Der Fatale ist. so sieht's aus. Oh, er ist mächtig. Oh, er ist sehr mächtig. ja, na? Ja, das haben alle Monster vereint. Die Kanone? Oh. Welche Kanonen? Wo? Okay. Guten Tag. Was zur Hölle? Der, der hämmert einfach, einfach raus. Egal, ob da jemand steht oder nicht. Ach, die Kanonen. Ich see. Okay. Geh mir ein bisschen Rückung, Deckung. Ich kann jetzt wieder essen. Ne, noch brauche ich. Ach so, sie sind alle geladen. Goddammit. Nein. Fah, gar nicht gut. Hörst du wohl auf, nach mir zu schnappen? Ich fass es nicht. Wie unhöflich. Feuer! Da sind bloß zwei Kugeln drin. Bam! Ja, zwei sind besser als keine. Puh. Ja, ich glaub, die Kanone existiert nicht mehr so lange. Das ist mies. Ja. Das war's mit meinem Mättchen. Ja, da oben zu kämpfen ist definitiv Selbstmord. Wie denn? Das ist das Problem an Fatales. Er wackelt dich um. oh, dankeschön. Sehr nett. Das war schon immer das Problem an Fatales. Oh, okay. Das heißt, da geht's ein bisschen feurig zur Sache und die hintere Sache explodiert dann. Das ist das hintere Feld. Okay, ich hab keine Ahnung, wo und wann und wie. man ihn gescheit angreifen kann. Oh, so sieht's aus. Okay, mit seinem Kopf komm ich da überhaupt nicht klar, mit seinem Movement. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich da agieren soll. Uh, jetzt wird's interessant. Toll, dankeschön. jetzt können wir uns an ihn dran klammern. Äh, ja, der Kopf ist generell schwer zu erreichen. Na, jetzt geh ich erst mal auf den Kopf, liebe Freunde. Oh, mein Gott. Ah, Binder, ja, Binder, Binder, Binder. Ähm. Oh, Gott. Ich mein, da kann ich ihn dann ganz gut angreifen, ne? Aber ich hab halt Angst davor. Boah, das ist so eklig, dass er das dann macht. Danke. Ich hab halt Angst davor, dann in seinen Kopf zu klammern. Ich würd gern mal, hörst du wohl auf damit? Und weg, 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 weg. Oh, das war knapp. Wo ist denn der Binder? Oh, oh, wow, das trifft noch, okay. Nein. Okay, dankeschön. Okay, da ist ne Balliste, aber wo sind die Binder? Ja, der hält uns alle hier in Schach. Ach, toll. Weißt du, es sah auf der Karte so schön aus, wo die ganzen Sachen sind, aber das ist halt nicht so einfach, das dann hier zu finden. Achso, ich soll Fatales ablenken. Achso. Oh, mein Gott. Das war jetzt irgendwie nicht so übersichtlich. Vor allem, ich soll Fatales ablenken, ne? Klar, ne? Soll ich so ne Leuchtpistole holen? und dann vor ihm herwackeln? Ansonsten hätte ich nicht wirklich ne Ahnung, wie das funktionieren soll. Oh mein Gott. Ah! Oh, wenn der so rumwackelt. Das hat keine Chance, den gescheit zu treffen. Dankeschön. Das ist nicht ein Jurassic Park. Gefühlt schon. Gefühlt schon. Wieder nicht getroffen. Das trifft mich. Okay. So, und jetzt bräuchte ich halt nur einen Moment, wo ich an seinen Kopf reinklammern kann. Wo er mich nicht instant wegsprengt. Na also, gucke mal. Danke. Ja, gut. Ich sehe schon, wie das läuft. Ich sehe schon, wie das läuft. Oh nein. Ich brenne immer noch. Also, irgendwie an den Kopf rankommen, das ist halt keine Chance. Vor allem, ich kann halt auch nicht wirklich, aber ich sehe nicht, dass der den Ballistenbinder irgendwie übernimmt. den Mittelteil angreifen, damit wir ihn bitten können. Ach so, okay. Aber den Mittel... Das Ding... Wie ist... Ich kann ihn nicht kontrollieren. Das ist total bescheuert. Okay. Los, kontrollieren... Ja, klar, ne? Fatales kontrollieren, logisch. Der Mittelteil. Jetzt steht er aber wieder auf allen Vieren. Das heißt, ich kann ihn wieder nicht binden, oder wie? Das Spiel. Ich muss definitiv mehr auf die Brust gehen. Der Kopf ist Blödsinn. Das ist rein der Selbstmord. Kopf versuchen anzugreifen, weil er dich damit immer weghauen wird. Hier kann ich wenigstens versuchen, Schaden zu machen. Zu langsam. Hey, ist Aggro. Immerhin Aggro bekommen. Äh, immerhin Aggro bekommen. Oh. Das ist ja schon mal schon mal eine gute Sache. Oh, okay. Das ist eigentlich ganz gut. Also, das ist interessant. Wie man das... Ich wollte nicht an seinen Kopf. Ha, wo bin ich? Okay, ich bin an seinem Brust. Okay. Na, beim Rumwackeln. Rumwackeln ist immer halt noch die mächtigste Fähigkeit von der Latrion. Es wurde nicht anders gemacht. Ich habe wenigstens meinen Trank nehmen können. Immerhin das. Oh, okay. Schweifpeitsche. Interessant. Ja, aber die angeschlagene Brust anzugreifen ist so viel angenehmer als zu versuchen, seinen Kopf anzugreifen. Oh Gott. Das war neu. Ja. Natürlich Fatales. Meine Güte. Ah, okay. Äh, ja. Im Moment geht es mir eigentlich gerade ganz gut, muss ich sagen. Und da sind die Wand knutschen. Wenn er aggro ist, ist das sehr einfach. Wow. Wie dem schweren Schaden. Der hat einmal zugebissen. Nein, der hat Plop getötet. Ah. Schade. Ehrlich. Ach, Goddammit. Puh. Sehr, sehr heftig. Das war jetzt gerade eben ultra langweiliger Tod. Ich bin dabei. Ah, ich habe auch nicht meine Buffs genommen. Wie sie alle da oben rumstehen. Ob sie es schaffen werden? Ich würde gerne die Vorratskiste anschauen. Nicht davor hinrollen. Äh, nein. Flugstation. War gar nicht mal so übel. Ich weiß es nicht. Also gefühlt so vom Spiel aus gesehen haben wir gar nichts erreicht. Guck mal da runter. Naja, da ist der Kampf gerade am Laufen. Wir haben hier Ballisten Muni. Aber Ballisten Muni ist komplett unnötig. Okay. Tun wir das? Ja, 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 ja. Okay, er ist richtig widerlich, wenn du entfernt bist. Ich will ja zu dir ran, aber du lässt mich ja nicht. Meine Güte. Oh, mein Gott. Das ist ja richtig bescheuert. Die 5 Meter zu ihm sind das widerlichste an dem ganzen Kampf. Weil das ist unmöglich. Die schlimmste Sache, zu ihm laufen. ich fasse es immer noch nicht, dass es vorgeschlagen wird. Wie denn? Versuche echt mein Möglichstes, aber keine Chance. Er steht aufrecht. Den Mittelteil angreifen, damit wir ihn binden können. Der bindet ja nichts. Ich versuche hier mein Bestes, aber er bindet ja nichts. Achso, das war nicht an mich gerichtet. Okay. Und jetzt wird scheinbar Zeit, ihn zu binden, weil ich ihn... Wie denn? Hat einer von euch, die gerade eben labern, hier mal den Kampf gesehen. Jetzt steht der wieder. Nee, okay. Also jetzt sitzt der wieder, theoretisch. Ich hoffe, das explodiert nicht. Lass ihn zurückschrecken. Ja! Oh Gott, ich bin gleich tot. Okay, das mit dem Binder ist ultra widerlich. Du bekommst es halt einfach nicht hin. Also ich zumindest nicht. Nein, okay, danke. Ja! Okay, endlich! Yes! Sehr schön! Macht ihn fertig! Wo ist unsere Unterstützung? Ich gebe mein Bestes! Ach, komm schon! Oh Gott! Oh, was hast du vor! Nicht ins Lager! Äh, bye! Sieht er sich zurück? Ich glaube nicht. Nein, zu früh gefreut. Oh Mann! Nein! Ich bin, zer Halt! Ich bin, ich bin, ich bin, däu. Ich bin, ich bin, ich bin. ich bin, ich bin, und, Start uns! Mann am Boden! Die Barrikade ist zerstört! Wo bleibt der Drachenspeer? Wird ermittelt! Ich gebe Bescheid! Die Kommission ist endlich hier! Die beiden Jäger haben uns genug Zeit verschaffen. Ein Funke der Hoffnung. Wir müssen ihn nutzen! Beeilen wir uns! Los! Jawohl! Verdammt! Ich werde wohl nie wie er. Hey Leute! Zwei Dinge. Erstens. Die bewegliche Balliste und die Schutzwand sind einsatzbereit. Der Drachenspeer ist bald soweit. Setze sie ein, wenn die Zeit reif ist. Zweitens. Die Hauptgruppe ist hier. Hilfe steht bereit! Geh, ich kümmere mich um ihn! Das Ding ist echt Partnerin! Oh ja! Aber das bedeutet, dass du es töten kannst! Da bin ich mir nicht so sicher. Ich hatte schon echt Panik, dass sie ihn wirklich sterben lassen haben. Ich war kurzzeitig schon echt schockiert. Na? Bereit für Runde zwei? Die Schutzwand der Festung wird verschalteraktiviert. Nutze sie, um vor seinen Angriffen Deckung zu suchen. Nutze die Ballisten und Kanonen, wenn er fliegt. Ich verstehe jetzt, weswegen wir die Schutzwand brauchen. Das ist sehr gut. Ich sollte nicht neben ihr schärfen. Nein! Wenigstens haben wir das Schärfende bekommen. Nein, nicht auf Blob! Hör auf Blob anzugreifen! Ich kann nicht schießen. Jetzt! Stirb, Riesen-Echse! Stirb! Ha 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 ha! Okay, ein paar gute Treffer haben gelandet. Oh, er aber auch. Oh aber sehr, sehr schöne Musik. Nein! Hör auf, hier zu kämpfen! Oh, der dümmste Punkt, wo er hätte landen können. Der dümmste Punkt. Also es ist krass, dass er jetzt scheinbar seine eigene Art Judgment hat. Wie ich das jetzt verstehe. Gerade mit der Schutzwand auch. Finde ich schön, dass Capcom immer wieder neue Wege für solche Judgments findet. Sah auf jeden Fall sehr stylisch aus. Okay, das mit der Kanone kannst du auch so hart vergessen, Solo, oder? Du wirst ihn niemals gescheit treffen mit der Kanone. Weil er jetzt einfach zuschnappt, dann bist du tot. Ja, bye. Okay. Jetzt bin ich dran! Feuer! Bam! Das juckt ihn halt gar nicht. Toll! Ich hab's doch gewusst. Es ist so dumm. Warum hab ich's überhaupt versucht? Zu viert kannst du das vielleicht machen, aber alleine ist das halt... Ähm... Ehe ist das halt komplett bescheuert. Ach Gott. Na dann. Hab die Kanonen-Solo auch komplett umgerät. Ja, Solo ist das. Kompletter Blödsinn. Ha! Da steht er! Hm. Wo ist mein Spielzeug hin? Ich hatte grad so'n Spaß. Ich find's langsam lästig, dass jedes Monster ne Ulti bekommen muss. Ah, ich weiß nicht. Es hat halt... Es trägt etwas zu etwas Großem bei, weil... Es ist halt... Sind die Monster... Ähm... Ach so! Ah! I see. Ich muss da abspringen. Ich dachte grad, was macht der Fluchdrache? Ist der besoffen? Vielleicht. Oh, what? Pfff. Ha, 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 ha. Mit G-Mal geht's aber erstaunlich gut. Na ja, einmal, oder? Oder geht das öfters? Keine Ahnung. Ja, das ist ein GG. Ganz toll. Was für ein toller Angriff. Ha, ha, ha. Schiffst du da runter. Ihr sollt mitmachen. Na ja, wir brauchen nicht noch mehr Tote. Wir brauchen definitiv nicht noch mehr Tote. Och. Das war ja arg bescheuert grad. Okay, er hat also einen mega Feuerangriff. Wenn du nochmal rüber gehen kannst. Wow, okay. Hä, was bringt das denn überhaupt? Wenn ich nicht dort landen kann. Oder wenn ich ihn nicht währenddessen angreifen kann. Nicht die beste Idee. Keine Ration mehr. Oh, er ist aggro. Oh, von der Richtung. Ich lebe noch. Also, das war mein Dings wahrscheinlich, ne? Mein Stehvermögen, schätze ich mal. Oh, in den Kampf wieder reinkommen. Ist halt so ätzend. Oh, jetzt legt er die ganze Zeit Sachen unter sich. Ah, das ist richtig uncool. Darf ich jetzt schon den Drachensperr triggern? Oder ist das auch so eine Events-Sache? Na, ist das eine Events-Sache. Okay. Wäre zu schön gewesen. Au. Weil das wäre halt der Moment gewesen. Hä, ist das schon wieder normal? Oh. Ja, das hält so lange. Oh Gott. Das war sehr knapp. Okay, was geht jetzt ab? Jetzt muss ich erst mal wieder komplett neu lernen. Oh Gott. Und voll in dem Feuer drin gelandet. Oh je. Okay, er kann sich so platt wälzen. Er war gerade flink unterwegs. Da kannst du die großen Kombos aber auch echt nicht raushauen. Nein. Okay, er fliegt los wieder. Na ja gut, aber ich kann die Ballistenbindung benutzen. Feuer! Yes! Ich bin Elite-Allatrion-Binder. Da bist du kein Problem, du Schlangen-Echse, du. Wäre doch gelacht, wenn ich dich nicht gebunden bekomme. Na ja gut. Leider nicht lange. Ich hasse. Die Musik ist unendlich schön. Auf jeden Fall. Die Musik ist viel zu schön. Das ganze Kampfgebiet ist auch wunderschön gemacht, ne? Okay. Voll ins Knie gehauen. Als ob das auch noch trifft. Oh, wow. Was ist das denn? Er trifft einen halt wirklich ständig. Habe ich überhaupt noch? Nein, habe ich nicht. Was? Ach, noch von der letzten Runde hatte ich die noch rausgehauen. Das ist ja ärgerlich. Ja, das war blöd. Damit hatte ich jetzt gerade nicht gerechnet. Oh Gott. Das ist auch sehr unangenehm. Wenn er das so macht. Okay. Und Feuer! Bam! Yes! Wunderschön. Fatales Material. Ich habe eine fatale Scherbe. Hat sich schon gelohnt. Hat sich schon gelohnt. Äh. Lebensstaub. Ich muss gerade irgendwas nehmen. Das bringt halt gar nichts. Das bringt, um genau zu sein, gar nichts. Okay. Puh. Oh. Das Material, du kannst sterben, ja. Oh, das sieht so cool aus, wie er da entlang wälzt. Das sieht so cool aus. Das Problem ist halt, dass wir gerade eben weder den Drachensperr noch die Tür nutzen dürfen und müssen. Das heißt, wir sind halt gerade eben nicht unbedingt schnell dran. Das sehe ich als gewisses Problem im Moment. Okay. Mäntelchen weg. Oh, okay. Okay. Wenigstens da konnte man dann zeitig ausweichen. Mmh. Das ist so mies. Weil es so weit reicht. Okay. Das hat auch noch getroffen. Das ist halt absolut tödlich. Das macht dich halt so fertig. Ich mach einfach alles fertig. Ah, wie hab ich Feuer gefangen? Ich kann sein Bein angreifen? Na, er fliegt wieder. Aber meine bewegliche Balliste ist noch nicht bereit. Und einen Schussbinder hab ich auch keinen mehr. Was mach ich jetzt? Oder ist meine bewegliche Balliste wieder soweit? Nee. Ähm. Tja. Verbleibende Zeit 10 Minuten. Ja, gut. Er fackelt hier jetzt halt ein bisschen, ne? Schwierig. Hab ich noch einen? Okay. Da kommt er angesegelt. Auch recht. Oh, nein. Wenn du mich bitte mal zwei Sekunden in Ruhe lassen könntest. Ich hab halt keine Tränke mehr. Nein, 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 nein. Oh, ich wollte wegrollen. Oh, du kannst halt keine zwei Sekunden mal zuhauen. Danke, Blob. Aufwärts wird komplett nachgelassen. Das ist cool. Ich wollte nicht sein Bein angreifen. Das ist schon sehr cool. Oh, Gott. Eine Minute ist bewegliche Balliste. Okay. Das klingt ja mal gar nicht so schlecht. Ah, ich kann's fast nicht machen. Also ihn anklammern, während er... Während ich nicht meinen Mantel trage. Ich glaub, das kannst du halt hart vergessen, oder? Jetzt! Komm schon! Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Hä? Bam? Was war denn das? What? Hä? Okay, das hab ich jetzt gar nicht verstanden. Warum hat das nur 200 Schaden gemacht? Und warum ist er da einfach bloß gegen den... Äh... Warum ist es einfach bloß so rumgewackelt? Weil er keine Wand getroffen hat, oder wie? Ich dachte, er rennt dann halt auf die Wand zu. Na, eine Minute. Ich weiß nicht, wie ich diese eine Minute überleben soll. Ganz herrlich. Nein, das war vielleicht ein Fehler. Okay. War's zum Glück nicht. Sehr schön. Oh, er liegt grad. Na. Scheinbar, rennt er nicht dabei? Nee, er hat ja vorhin... Oh! Also, wenn er auf zwei Beinen steht, dann setze ich ihn auf vier Beine zurück. Ah, okay. Ja, GG. Ho, blopp! Ho, close, close, close. Close, close, close. Close, 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 close. Hahaha. Äh, die Clutch Heals von Blob. Ich fass es nicht. Oh, Gott. Wenn er auf vielen steht, kann er gegen eine Wand gehauen werden. Ah, ja, okay. Ich verstehe. Oh, komm schon! Ach, früher hätte das funktioniert. Das ist immer das Schlimme an World. Früher hätte ich da... Hätte ich da weghechten können. Schade. Puh. Wie lange haben wir noch lebt, so ganz ohne Tränke. Ja, Blob haut raus. Blob haut definitiv raus. Blob ist hier der absolute MVP in dem Kampf. Hahaha. Oh. Ja. 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 Und ja. Okay. Yeah, 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 yeah. Kannst du noch auf Absicherung essen? Ach so, ja, könnte ich. Aber ich kann keine... Oh, doch. Ich kann Gourmet Gutschein. Nice. Gut, das hätte ich davor machen können. Stimmt. Hier zu essen habe ich komplett vergessen. Ich sehe schon, ich werde Fatales einfach lassen. Timeout, obwohl ich gefühlt ziemlich aggressiv spiele. Aber ich denke... Also ich weiß nicht, wie lange du es machst. Keine Ahnung. Jetzt habe ich noch ein zusätzliches Leben durch die Absicherung, nicht wahr? Glaube ich zumindest. Ich wollte gerade sagen, ich habe mich reingesneakt, aber kein bisschen. Fatales sieht alles. Ich will eigentlich fast warten, bis er wieder fliegt. Oh, jetzt ist er gerade auf allen Vieren. Ich bin so doof. Ich wollte nicht in die Richtung weg. Jetzt müsste ich ihn erstmal gegen eine Wand lotsen. Und eine der schlechtesten Sachen ist ihn auf... Oh, hi. Außerdem brauche ich zuerst mal Steine. Dann können wir ihn jetzt gegen eine Wand lotsen. Die zählt, ich schätze mal, oder? Weil er ist gerade auf allen Vieren. Kleine Zeit, fünf Minuten. Oh Gott. Wie ist ihn durch die Gegend? Ach, komm schon. Ist nicht dein fucking Ernst. Immer. Immer, wenn ich ein Monster gegen die Wand tauen will, wird es aggro. Ah. Ah ja, wir müssen ja sehr weit entfernt sein, wenn wir kein einziges Mal den Drachensperr benutzen dürfen. Oder Drachensperr ist so eine Final-Sache. Aber denke ich fast nicht. Keine Ahnung. Ich hätte gedacht, dass man den Drachensperr vielleicht zwei, dreimal benutzt. Das wäre so meine Sache gewesen. Deswegen bin ich gerade ihm etwas irritiert, dass ich den nicht benutzen darf bisher. Aber vielleicht ist es wirklich so, das letzte bisschen Platz zu machen. Keine Ahnung. Ich hätte vorhin halt auffüllen müssen. Dann hätte ich in der zweiten Runde auch, oder in der dritten Runde, aggressiver spielen können. Okay, er fliegt. Ich glaube schon. Also viel Schaden wie möglich raushauen. Vielleicht kriegen wir ihn ja noch irgendwie ein bisschen in weitere Phasen. Oh, das ist gar nicht gut. Ich muss erst mal komplett drehen. Stirb, Drache des Todes. Oh Gott. Wäre natürlich schön gewesen, wenn ich mal ein anderes Männchen noch gehabt hätte. Kannst du bitte an die... Ich kann dich mehr als Kreis drücken an der Balliste dran. Wäre schön, wenn du da noch rangehst. Ja, komm! Ist nicht dein fucking Ernst. Es ist nicht dein Ernst. Es ist so lächerlich. Es ist so unfassbar lächerlich. Gut, ich meine, jetzt fliegt er halt auch nicht mehr. Aber ich wollte ihn halt... Du dummes Biest, du! Ich meine, vom Puls her sieht er nicht so schlecht aus, nicht wahr? Klar, jetzt nicht... Theoretisch nicht halbtot, aber... Ich habe schon gesündere Monster gesehen. Pulstechnisch. Da kannst du halt schön seitlich stehen. Natürlich nicht dann. Diese Bomben. Diese Bomben. Das ist das einfach das Schlimmste an ihm. Stehvermögen. Ich liebe Stehvermögen. Und wieder ran an ihn. Das ist... Nee, ist so wichtig bei ihm. Das ist so absolut wichtig. So nah an ihm dran bleibst. Ja. Das rumwackeln. Ja. Der Todesstoß. Können wir an sein Bein ran. Ja. Jeder Schaden zählt. Hey, das ist wieder normal. Wir haben doch Steine. Aber wir haben keinen Mantel. Das heißt... Ach, und der ist... Schade. Würden wir natürlich am liebsten dann... Auf allen vier Beinen... Äh... Weghauen. Da ist leider bloß der kleine Schritt dann, wenn ich das Schwert draußen habe. Ja, komm. Was für ein lächerlicher Schuss das war. Oh Gott. Die Musik ist der Wann. Nein, ich wollte... Ich wollte einfach nur... Oh. Ich wollte meinen Trank trinken. Zumindest geht die Autoballiste nicht schnell kaputt. Ein bisschen getrivial in der Story gegen Velcana. Und sie gar nicht benutzen, weil er einfach als Kollateralschaden draufgegangen ist. Ja, das ist dann ein bisschen doof. Das ist richtig. Oh, du stehst jetzt halt am ganz falschen Eck der Karte, mein Freund. Ja, besser. Aber halt immer noch aufrecht. Immer noch aufrecht. Und immer noch kein Trigger für die... Für den Schutzwall. Really? Also ich hätte halt echt gedacht, dass es relativ schnell kommt, oder? Ich bin sehr verwirrt. Ach, da stand er im Weg. Guten Abend, Noctis. Willkommen zu Steam. Naja, du hast die Vorgeschichte zu Fatales verpasst. Wenn du es so sehen willst. So, jetzt aber. Bam! Okay, ich wollte schon sagen. Yay! Kopf gebrochen. Nice. Schätze ich zumindest mal. Oder Beine. Also Arme. Schönes Ding. Schade. Schade. Zeit vorbei. GG. Ich habe mit einem Leben die zweite Phase ausgelöst. Glaube ich, dass es gut geht. Klingt knifflig. Ja, schade. Aber hey, gerade noch Fatales Pectus. Bloß ein... Bloß ein Ding. Bloß ein Panzer. Ah, sehr cool. Machst du wirklich damage, um die Solo zu machen? Nein! Krasse News. Sehr gute Runde. Hatte man beim ersten Mal alle Versuche aufgebraucht, bevor die Zeit um war. Also nicht schlecht. Ja, ich denke auch. Fernkampf ist so gearscht gegen ihn. Ja, du kannst... Fernkampf kannst du... Wie gesagt, ich habe ja gesehen, äh, wie... Ähm... Wie eklig es ist, überhaupt diese zwei Meter zu ihm ranzukommen. Ich will nicht wissen, wie es ist, wenn du ständig von ihm wegstehst. Äh, 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 äh. Äh, das ist heftig. Das ist sehr, sehr heftig. Krasses Biest. Absolut krasses Biest. Die halbe Stunde durchgehalten. Ja, da bin ich jetzt auch ein bisschen stolz drauf. Das ist, äh... Das war schon ganz cool. Vielleicht war es einfacher, weil wir gewisse Stellen nicht erreicht haben. Gewisse Phasen, gewisse Stellen, gewisse Angriffe. Ähm... Aber, ja. Ich bin eigentlich auch damit ganz happy. Das ist... Es war ja nie gewollt, ihn zu besiegen. Na? Äh, das ist das. Und für den ersten Versuch, ähm... Muss ich schon sagen... Hat sich das jetzt auch gut angefühlt. Cooler Kampf. Auf jeden Fall. Das ist absolut heftig. Ich muss sagen, das Zeitlimit in der Quest ist auch ein bisschen fragwürdig. Ich meine... So, wir werden alle sterben. Wenn du dich aufhältst. Wie, du brauchst länger als eine halbe Stunde. Naja, wer weiß, was nach der halben Stunde passiert. Hahahaha. Möchtest du ein paar Tipps? Ah, ich weiß nicht. Ich würde ihn jetzt einfach nochmal probieren, wenn ihr nichts dagegen habt. Ähm... Und danach können wir vielleicht Multiplayer machen. Wenn das, äh... Wenn das vor euch so... So in Ordnung ist. Weil wir kommen ihn ja auf jeden Fall sehr viel schneller in die zweite Phase. Nicht wahr? Da kommt er ja so viel schneller rein. War das schon letzte Phase? Was für eine unintelligente Frage, Reckloff. Hahaha. Was für eine absolut bescheuerte Frage. Ey, das Monster, das du noch nie besiegt hast. Und das du gerade eben erst das erste Mal gesehen hast. Warst du schon in der letzten Phase? Du weißt selber, wie dumm das ist. Weil ich keine Ahnung habe, wie viele Phasen das Ding hat, ne? Und bitte schreib mir jetzt, wie viele Phasen es hat. Damit ich dich bannen kann. Hahaha. Hahaha. Hätte ich jetzt gerade gute Lust dazu. Hahaha. Ach, es ist mal wieder... Manchmal wäre es auch einfach sinnvoller, wenn man sich mal kurz überlegt, was man so schreibt, ne? Hahaha. Hahaha. Das Ding könnte 20 Phasen haben. Hahaha. Ach. Woher soll ich es denn wissen? Ich weiß noch nicht, weil ich vorhin erst gekommen bin. Ja, trotzdem ist es eine doofe Frage. Hahaha. Und da alle... Da jeder gerade eben vom ersten Versuch geredet hat, hätte man das schnell zusammensetzen können. Dass ich gerade eben an meinem ersten Versuch gescheitert bin, oder? Hahaha. 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 Äh, so. Hey, woher weißt du, dass er 20 Phasen hat? Hahaha. Capcom hat es mir geflüstert. Hahaha. Die haben mich vorher schon ein bisschen gebrieft. Ähm. Was kann ich anders machen? Was kann ich vom gerade eben wertigen Versuch anders machen? Wäre jetzt die größte Frage. Garnix? Hahaha. Ähm. Wenn ich mich ganz hart anstrenge, dann fällt mir gar nichts ein. Hahaha. Ich hätte einen kleinen Tipp, der dir beim Klammern etwas helfen kann, wenn du das Reste hast. Ja, hau raus. Hau raus. Darfst du gerne raushauen. Ähm. Sei Sprintzaft? Nehm es einfach mal mit. Und ansonsten muss ich einfach ein bisschen flinker sein. Also ich habe viel zu lange versucht, die, ähm, Objektsets zum schnellen Aufhören. Ähm. Nicht von den Bomben treffen lassen, das klingt nach einer guten Idee. Hahaha. Äh. Ich meine, ich habe das Set ja. Aber ich will nicht alles aus dem Set benutzen. Also ich kann das Set nachher, äh, kann ich das Set, äh, schnell einpacken. Wenn du das meinst. Ähm. Oder nachher habe ich das, das Set dann schnell verfügbar. Im Moment wird es nicht so notwendig sein. Ich überlege halt, ob der Lebensrettermantel so sinnvoll ist. Für manche Angriffe schon. Ich glaube, ich behalte das so. Ich mag den Lebensrettermantel. Äh. Wie praktisch ein Neu-Anschwäch-Deko wäre, ist es so schlimm, mit Insektenliefer anzuschwächen. Wenn das viel schneller ist und das, äh, du es zweimal machen musst. Ja, das ist, du hast halt keine Chance, ne? Du hast, man muss halt wirklich sagen, du hast keine Chance, es anzuschwächen. Das ist immer ein bisschen schade. Äh, deswegen, deswegen war es auch für mich eine sehr angenehme Sache, äh, jetzt auf die Switch-Ags zu gehen, weil du halt direkt anhitten kannst. Das ist so wichtig, gerade bei den ganzen großen Biastern. Soll ich auf Elementarwiderstand gehen? Er macht nahezu nur Elementarsachen. Ich meine, ich habe eigentlich eine gute Feuerresistenz, aber es juckt ihn halt nicht. Ähm, aber das sollte alles elementarbasierend sein, was er raushaut. Also die größten Sachen. Deswegen, vielleicht da nochmal mehr Feuerabwehr sollte helfen. Kannst dich bei vielen Feuerangriffen an den Kopf hängen, äh, die wie in Strahl sind. Nur bei Feuerbällen wirst du getroffen. Okay. Okay. Das ist, äh, gut zu wissen, ja. Das heißt, auch wenn er da so, so rumwackelt und dann den, den langen, äh, Kreisangriff macht. Äh, da kann ich mich dann auch ranhängen. Ähm. Weil, äh, das klingt dann echt gut. Das gäbe dann einen guten Moment, um ihn anzugreifen. Äh, das ist schön, dass man dann bei allen Feuer, Feuerangriffen, ähm, Kopf hängen, die wie in Strahl sind. Ja, ja. Dass man da sich immer in den Kopf hängen kann. Das ist super, super wichtig, das zu wissen. Dass du da nicht rausgehauen wirst. Okay, das kann ich versuchen zu nutzen. Neue Anschwechdeko kann man doch einschmelzen. Ich dachte auch, nicht wahr? Ich muss den Nahkampfwaffe lernen. Ja, ich glaube, Fernkampf kannst du bei Fatales vergessen. Ich glaube, das wird so nichts. Äh, gut. Können so machen. Okay, probier's nochmal. Und da hat der Großflächige vor ihm, wo er sich kurz nicht bewegen kann. Ja, okay. Auch da immer. Gut, ich meine, da hab ich immer auf den Kopf gehauen, aber ich könnte natürlich auch ihm dann gut ins Gesicht, äh, klammern, ne? Das wäre dann sicherlich ganz gut. Okay. Dann muss ich hier gut was an meinem Set ändern, um es rein zu quetschen. Halt, nein, nicht Deko-Rüstung. Wie ist es mit dem Feuerschutzmantel? Wo ist das? Ausrüstung ändern. Wie ist es mit dem Feuerschutzmantel? Was hat ein Feuerschutzmantel? Der hat drei, nicht wahr? Ja, der hat drei, nee, das ist ein Aufschlagmantel. Ähnliches Prinzip. Der hat sogar bis zwei Slots. Das ist 180, 210, 180, 120. Das ist halt das, der hat halt so einen kurzen Cooldown, ne? Das ist halt das Schöne an ihm. Ansonsten wäre ein Feuerschutzmantel halt doch sehr interessant. Feuerschutzmantel hilft, ja. Aber mit Feuerschutzmantel kann ich dann halt eigentlich meinen Lebensretter vergessen. Wenn du jetzt nochmal Solo machst, lege ich mich mal kurz hin. Vielleicht hilft es ein bisschen gegen die Kopfschmerzen. Ich drücke die Daumen, dass es ein bisschen besser wird. Tut mir natürlich leid. Tut mir leid, das zu hören. Jedenfalls habe ich das Gefühl, ja, ich denke schon, ich denke schon, dass das hilft. Weil negiert Feuerpest, Explosionsfest, sowie Schaden von heißen Umgebungen. Also von dem her, gut, Explosionspest macht er jetzt nicht, aber er macht ja viele Explosions- und Feuerattacken. Deswegen, ich denke auch, dass du dann einfach ein bisschen durchstehen kannst durch die Angriffe, statt ständig Panik zu haben. Dann vielleicht den Gleitermantel. Das heißt Gleiter und Feuerschutz, damit ich meinen Feuerschutzmantel schneller wieder habe. Aber wie ist denn der Cooldown zwischen Feuerschutz und... Der Feuerschutz hat 210, der hat 300, ja, okay. Guten Abend, Wolf Link, willkommen zu Steam. Schön, dass du dabei bist. Da müssen wir jetzt bloß noch gucken, was wir hier machen wollen. Wir haben hier Wartung und Frost. Gut, darüber machen wir uns nochmal Gedanken. Und guten Abend, Necrofan, willkommen zu Steam. Schön, dass du dabei bist. Das heißt, was können wir hier jetzt reinpacken? Gut, Feuerwehr wäre jetzt nicht so relevant. Wartung für den Gleitermantel ist dann natürlich auch interessant. Man könnte auch einfach bloß zwei Wartungsjuwele reinpacken. Was macht die Black Dragon Kill Fraktion? Naja, sie ist gerade etwas im Stolpern. Kannst du übrigens die eine Feuerattacke mit der Mega Reichweite blocken. Nur wenn ich ein Schild habe, nicht wahr? Aber okay. Gut zu wissen. Blocken wird nichts mit Morphax, ja. Aber gut zu wissen. Das ist auf jeden Fall interessant. Jetzt tatsächlich ernst gemeint. Es ist interessant, aber ja. Mir schwer was bringen. Ich könnte noch ein bisschen Drache raufhauen. Dann hätten wir 10% Zusatzboost. Aber wie viel wärmen wir denn dann? Das wird jetzt halt gar nicht angezeigt. Achso, das wird nicht angezeigt, weil was... Ja, gut, okay. Morgen kommt mein neues Rechnerchen. Wenn der Latryon und Fatal ist ein echt nicer Grafik gekillt. Uh, sehr, sehr cool. Schön. Das ist schön zu hören. Das ist extrem cool. Ich hab ein Hammer auf Großschweid gewechselt. Hammer bringt echt nicht viel. Okay. Ich dachte eigentlich, wenn du ihn irgendwie im Griff bekommst mit dem auf dem Boden sein, dann dachte ich, dass der Hammer vielleicht viel bringen könnte, oder? Weil du dann schnell umwerfen kannst. Aber keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich probier's mal so. Das heißt, der Feuerschutzmantel bufft uns jetzt. Und der Gleitermantel ist wie immer für die Wartung da. Ich glaube, es ist nicht verkehrt. Oh, ist die Moonzustand? Das ist mies. Okay, das wusste ich nicht. Ist natürlich sehr mies. Okay, wir kommen dann vielleicht auf 900 oder so irgendwas. Mal sehen. Sie haben auch einen neuen Skill eingefügt, der die Agro erhöht, wenn man angreift. Oh, okay. Das ist interessant. Das hört sich gut an. Hat das Vieh auch so eine Mechanik wie Alatrion? Oder einfach große, böse Mob? Ich war noch nicht dort, aber ich hab das Gefühl, dass es einen gewissen Angriff gibt. Aber den macht er nicht so häufig. Scheinbar. Oder ich war sehr schlecht. Aber scheinbar gibt es da irgendwas. Okay. Wir sind wieder drin. Machen wir weiter. Aber ist das jetzt Phase 1 oder Phase 2? So ein fatales Fliegs klingt der Kommandant auch wie ein Hammerman. Achso, ja, tatsächlich. Okay. Wo ist unser Buddy? Weil das ist jetzt Phase 1. Aber wo ist unser Freund? 1 nur ohne Hilfe. Ach, echt? Wie mies. Die Hilfe war so angenehm. Ich will meine Hilfe zurück. Kann ich mein Game resetten? Ich will nicht ohne Hilfe Phase 1 machen. Verletzt ist doch bescheuert, weil die Dings stehen auch wieder. Wenn dann ganz oder gar nicht, ne? Ich dachte jetzt, wir spawnen instant in Phase 2. Ich hab mich schon gefreut. Nein, nicht den Trank. Ich hab noch mal weiter. Das ist cool. Das ist mega cool, dass das so geht. Okay, man müsste ihn dann nur treffen. Notrufhilfezeichen holt Freunde, hab ich gehört. Ja, gut. Muss das dann so machen. Tragisch. Kann ich ihn jetzt auch schieben? Oh ja, tatsächlich. Das ist angenehm. Bam. Yes. Ach, klar. Er stand. Ach, ärgerlich. Na, egal. Er ist ja immer noch nicht aggro. Das heißt, grundlegend könnte ich ihn ja jetzt wieder wieder hinschieben. Ich bräuchte bloß ein paar Steinchen. Ah, super interessant, dass er bloß beim ersten Mal kommt. Hier waren doch auch Steine da. Weil er guckt halt nur so schön in die Richtung. Oh, das ist die Mega-Explosion. Der hab ich gerade nicht realisiert. Mach den Feueratem. Danke. Ich bin ein fatales Flüsterer. Nein, nicht drehen, nicht drehen, nicht drehen, bitte nicht. Okay, danke. Oh, das wäre so ärgerlich gewesen. Wenn ich ihn jetzt zu weit gedreht hätte. So viel Damage trotz Mantel. Das ist ein fatales. Es ist ein fatales. Nicht zu unterschätzen, das Biest. Was war das für ein Angriff? Im höchsten Maßen merkwürdig. Kann ich aber halt auch wirklich nicht ran. Punkt für dich. Das ging jetzt zum Beispiel als Schaden. Das war jetzt so ein normaler Feuerangriff. Der ging jetzt eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Okay, Schweifee. Oh, aber mega, mega cool. Ich mag den fatales hier super, super gerne. Er ist halt jetzt wirklich bedrohlich. Vor allem, er macht halt so viele Feuerangriffe jetzt. dass es früher war der schlimmste Angriff von Fatales, dass er sich rumgeschnägelt hat. Jetzt macht er wenigstens auch mal was wirklich Drachenältesten-mäßiges. Er kämpft tatsächlich mit seinen Effekten. Hä? Oh. Ja, die Musik passt auch. Mega. Nein, der Schnapper, der Schnapper tut jetzt halt weh. Der Schnapper tut jetzt richtig weh. Okay. Und es könnte schief gehen, aber ich probiere es. Ja, das macht schön viel Schaden. Ja, das hat richtig gut Schaden gemacht. Das gefällt mir. Das Feuer schnappen, ne? Und jetzt Gleitermantel. Oh, nein. Ich glaube nicht. Ja, Blob, das war gerade nicht die... Tach. Ich will immer hechten, aber es geht nicht. Das ist mir so ärgerlich. Puh, das geht. Gott, diese Feuerbälle. Und wie wird er jetzt gebunden? Oder wird er jetzt in der ersten Phase auch nicht gebunden? Ja, das ist super cool. Das ist super cool. Nein, nicht sein Knie. Ah. Habe ich mein Set umgebaut? Vielleicht klappt es ja jetzt. Ich drücke die Daumen. Ich drücke die Daumen. Ja, okay, den kann er noch. Das ist schön. Das ist der urtypische fatale Schweifschwung. Hahaha. Das ist nice. Dass er den noch kann. Sehr, sehr schön. Ich hau jetzt hier einfach mal raus. Wir hätten auch einfach so draufhauen können, aber das ist fast ein bisschen... ein bisschen angenehmer. Jetzt aber, ne? Fallen muss ich jetzt gleich schon weg. Ich bin immer noch... Oh, ich wollte gerade sagen, ich bin immer noch zu nah dran, aber zum Glück nicht. Uh. Ich sehe schon, ich werde morgen abgefackelt. Ach, jeder wird abgefackelt. Keine Sorge. Das ist keine Schande. Ich muss es selber binden. Okay, aber ich weiß nicht wie. Vielleicht ist es auch angenehmer, das... Uh, what? Fallen, das war ein Instant Kill, ne? Wie zur Hölle bin ich da nicht gestorben? Ja, da bin ich gestorben. Uff. Boah, das ist ja so mies. Das ist so mies. Dass du jetzt halt eben theoretisch... Jetzt in der ersten Phase auf dich allein gestellt bist. Das ist an sich, müsstest du eigentlich das Spiel resetten. Hahahaha. Ach, je. Also, wenn du die Quests einmal versagst. Hahahaha. Weil, also ganz ehrlich, ich finde es aber auch irgendwo nicht fair. Das ist ein alter Nova-Angriff. Ja, schon immer heftig. Ja, das ist schon richtig. Der haut halt, haut halt schon rein. Ich meine, das ist Ballisten-Money, aber die bringt mir halt auch nichts. Weil es ist halt jetzt theoretisch, äh, eigentlich ja ein, ähm, wie sagt man denn? Das ist eine Bestrafung, dass ich die Quests beim ersten Mal nicht geschafft habe. Das ist halt eben die Sache. Okay. Ja. Ich muss ja nicht aufstehen. Das ist das Warum auch. Ja, Gigi. Hörst du wohl auf damit? Goddammit. Nein! Ich wollte, ich wollte da nicht hoch. Ach, komm schon. Och, das ist richtig dumm. Aber das habe ich schon immer gehasst, dass man so magnetisch ist zu diesen Wänden. Hahahaha. Zu keine Sekunde wollte ich dort hochklettern. Aber das Spiel, kleb dich da einfach ran. Er hat noch die Sprintsefte. Hach. Das war ein cooler Schrei. Okay. Okay, das war zum Glück ein Feueratem. Er steht halt gerade eben wieder. Das heißt, wir könnten ein Steinchen suchen. Ich muss auch dringend wissen, wo Steine sind hier in der Arena. Das ist auch super wichtig. Sind die bloß da hinten? Ja. Das ist vollkommen klar, dass mich das gerade noch getroffen hat. Das ist, wie soll es denn auch anders sein? Er steht halt eben noch aufrecht. Das ist halt echt blöd. Hey. Oder, ja, okay, das ist ein Phasen. Nee, ist das ein Phasenwechsel dann? Ist so merkwürdig, weil er teilweise halt, auch wenn er aufrecht ist, äh, trotzdem, ähm, trotzdem auf die, auf die Beine geht. Das war halt eben ein Feuerball. Jetzt sucht nur einer. Stehvermögen. Oh. Schade. Nein. Warum probiere ich es überhaupt? Du kannst nicht an den Monster einfach entlangklammern. Äh, ich stecke unter ihm. Ich komme hier nicht raus. Danke. Meine Güte. Gott, das ist so viel schwieriger. Was zur Hölle? Also, wirklich. Das verstehe ich echt nicht. Das ist halt schon heftig. Das ist aus Magnetstein gebaut. Du hast so viel Metall an dir, ja. Das ist halt schon heftig, wie, wie schwierig die erste Phase jetzt ist. Finde ich schon etwas mies. Und ich habe mich kein bisschen gebufft, naja. Kann aber sein, dass er etwas weniger Leben hat. Ich weiß es nicht. Oh, ich will hechten. Der erste Runde. Es fühlt sich zumindest gerade nicht so an. Gefühlt brauche ich so viel länger und bekomme so viel mehr aufs Maul. Da werde ich niemals die zweite Phase erreichen. Ja gut, jetzt bin ich eh, eh erledigt. Nein. Okay. Das ist halt das Problem ohne, ohne den Goldmantel. Kannst halt tatsächlich nicht so viel tun. Das bringt halt nichts. Das bringt halt überhaupt nichts. Weil gegen die Wand kann ich ihn nicht schleudern. Das ist ziemlich klar. Naja. das steht halt wieder. Okay. Gut. Ja, okay. Es trifft mich auch in die Luft. Ja, das ist, also, ja, ist schade. Ist schade. Ich hatte irgendwie ein bisschen Hoffnung so, ey, wir können noch ein bisschen in der zweiten Phase verkloppen und so, aber jetzt habe ich halt massive Probleme schon in der ersten Phase. Weil du schon hier komplett auf dich alleine gestellt bist. Das ist die erste Phase, ist jetzt so gesehen die zweite Phase. Nur, dass er jetzt halt nicht ab und zu rumfliegt. Ähm. Was die Sache halt so viel schwieriger macht. Na gut. Guten Abend, Ninja Nacho. Ich habe Vertrauen in dich. Ja, wenn ich viermal draufgehe und ihm bisher 200 Schaden gemacht habe. Das ist, äh, du hast dein Vertrauen sehr schlecht angelegt, Garuga. Ne, ich muss jetzt halt wirklich von Anfang an ihn voll und ganz lernen. Das ist halt eben die Sache. Das ist halt das Heftige dran. Beide Mantel sind halt gerade nicht verfügbar. Er schnappt die ganze Zeit. Ich muss ihn jetzt halt zweimal drehen. Und dann ist noch ein furchtbarer Winkel. Toll. Dann macht er halt die normalen Fatales Moves, ne? Ja, das ist halt das. Dann macht er halt die normalen Fatales Moves. Das ist Wackel, Wackel, Schnapp, Wackel, Wackel, Schnapp. Du kannst ihn halt nicht angreifen. Das ist ärgerlich. Das ist halt echt ärgerlich. Das, äh, ja. Das deprimiert mich jetzt ein bisschen leider. Ähm, dass du jetzt halt so hart in der ersten Phase schon grinden musst. Im Vergleich zu gerade eben. Ähm, wo du in der ersten Phase halt eben, äh, ja, eine gute Zeit hast. Das ist in der zweiten Phase dann halt eben raushauen konntest. Pff, schade. Na gut, machen wir Multiplayer, oder? Ich weiß nicht. Habt ihr Lust? Äh, haben wir, Marcel, willst du dazukommen? Haben wir vier Leute? Äh, Kevum hat es doch etwas übertrieben. Äh, finde ich jetzt nicht. Also, ich finde es halt blöd, dass du bestraft wirst, dass du sie dich beim ersten Mal schaffst. Das ist halt eben das. Aber ansonsten, er wirkt nicht übertrieben. Das ist eben das. Nochmal, nee. Nochmal heißt, ich grinde jetzt drei Stunden lang die erste Phase. Das ist Blödsinn. Nochmal, ich hätte es gemacht, äh, also, ich hätte es ja gerne gemacht, wenn ich, wenn ich jetzt weitergekommen wäre. Aber wie gesagt, das ist Blödsinn. Da bräuchte ich sehr lange jetzt, um überhaupt erst mal in die zweite Phase zu kommen. Das können wir gerne irgendwann machen, aber, ähm, ich will ihn dann vielleicht auch einfach mal bekämpfen. Wie gesagt, wenn er, wenn es so gelaufen wäre, wie vorhin, dann vielleicht. Oder dann ja. war. Aber, das kostet aber bloß mega viel Zeit. Sehe ich jetzt keinen Sinn darinter. Halt, wie, wie am Anfang schon gesagt, ich will ihn nicht zu Tode grinden. Und das muss ich jetzt tun. Schade. Ich finde es tatsächlich nicht schade. Muss ich sagen. Ich finde es nicht schade, dass ich tatsächlich auch gerne den Kampf ein bisschen sehen will. Weil, je öfter ich jetzt die erste Phase machen würde und er mich umwackelt, desto weniger Bock hätte ich auf ihn. Weißt du, was ich meine? Äh, deswegen finde ich es tatsächlich nicht schade. Also, ich würde mir gerne den Spaß an Fatales behalten. Und, der ist jetzt ein bisschen runtergegangen, äh, weil ich jetzt halt die erste Phase hardgrinden muss. Ähm, das, äh, finde ich jetzt schon nicht mehr so toll. Und wie gesagt, jeder Versuch, den ich da jetzt entgegen klatschen würde, äh, würde mir tatsächlich weniger Spaß machen. Da bist du vielleicht anders aufgebaut als ich, aber, äh, ja, das ist halt eben das. Jetzt schon? Naja, es ist halt einfach, es ist jetzt ein komplett anderer Kampf, den ich lernen muss. Was heißt jetzt schon? Ist halt schade. Das ist das Vergleich Kampf 1 mit Kampf 2. Das ist Kampf 1, war storytechnisch aufgebaut, du hattest viele Möglichkeiten, was zu machen und so. Du, du wurdest vorangetrieben und dann Phase 2, okay, jetzt du gegen Fatales. Du warst aufgepumpt. Und jetzt ist halt so, Fatales steht da, töte ihn. Verstehe ich nicht ganz. Das wäre so als, äh, keine Ahnung, ähm, als, wenn du bei der ersten Valkana verteiltest, Verteidigung, wenn du einmal verlierst, dann ist niemand mehr dort und du musst alles selber machen. Es gibt auch keinen Drachenreißer mehr und so. Das ist halt, wie gesagt, ich müsste jetzt halt sehr lange darauf hinarbeiten, überhaupt erst die zweite Phase zu bekommen. Wie du gerade eben gesehen hast. Ich war weit davon entfernt, die zweite Phase zu erreichen, ziemlich sicher. Und den Grind kann ich mir irgendwann mal geben, aber ich habe darauf gerade eben keinen Bock. Das ist zweite Phase Grinden, hätte ich, äh, hätte ich definitiv Bock gehabt. Aber erste Phase Grinden, ähm, bin ich jetzt nicht so der Fan davon. Und zudem habe ich eh gesagt, dass ich ein, zwei Versuche gebe und ihn dann Multiplayer machen will und nicht von Anfang an Solo grinden will. Ich glaube, du warst nah dran. Selbst dann hatte ich nur noch ein Leben. Das ist, also so gesehen war ich im, in keinerlei Richtung nah dran. Das ist halt eben das. Also ich will am ersten Abend halt eben, äh, nicht, wie gesagt, ihn einfach zu Tode grinden. Das finde ich die falsche, die falsche Richtung. Und so machen wir es jetzt halt. Das ist, wenn du ihn gerne zu Tode grindest, Garuga, wenn es dir nichts ausmacht, dann gerne. Aber für mich ist es nicht die richtige, die richtige Methode. Ähm, Melanza habe ich zur zweiten Phase auch ohne Kadettball geschafft. Na, okay. Das ist stark. Das ist tatsächlich schon stark. Glückwunsch. So, was wollen wir mitnehmen? Ich bin gleich da, okay. Grundlegend können wir nicht einfach nicht mehr mitnehmen, ne? Okay. Dann schauen wir mal. Mal sehen. Erstmal die wirklich wichtige Frage. Habt ihr auch schon neue Deko-Rüstungssets zusammengestellt? Naja, alles, was ich bisher mit dem neuen Update gemacht habe, ist fatales Töten. Deswegen, oder mich töten lassen, eher. Deswegen eher nicht. Na gut, die habe ich dabei, ansonsten habe ich nicht wirklich viel mehr. Naja, wir werden ihn auf jeden Fall nochmal Solo probieren. Ich finde ihn super cool. Solo kann mich dann auch gut bekämpfen. Ähm, es ist halt eben, es ist halt eben um ein Vielfaches anstrengender geworden. Und diese Anstrengung will ich mir halt gerade nicht geben. Vielleicht Sonntag nochmal. Vielleicht habe ich Sonntag auch einen anderen Kopf dafür. Das ist, äh, nach einem Tag Arbeit dann halt eben, ist es dann halt auch eben schwierig, da den Kopf dann zu behalten, wenn Monster sich dann auch die ganze Zeit abfuckt. Ähm, wenn ich das Spiel dann halt eben nicht treibt irgendwo. Äh, äh, das ist eben die Sache. Deswegen, denke ich, ist es so sehr viel cooler. Wenn wir jetzt tatsächlich ihn dann vielleicht auch nicht mal bekämpfen oder nicht mal schaffen, ne. So. Grundlegend würde ich gerne, äh, auf jeden Fall alle Biester noch erledigen. Also, äh, AT, also Meisterrang AT-KT. Äh, ne, bloß KT. Das stimmt. Ähm, dann Allatrion. Gut, und jetzt Fatales. Ich glaube, das sind die drei, die wir noch nicht gemacht haben, ne? Also, das ist Arch-Temper, Namiel habe ich. Ich habe Prioritäten gesetzt. Ist auch in der zweiten Phase gestorben. Ja, zweite Phase ist halt heftig, ne. Wir schaffen das schon nicht, glaube ich, an uns, ne. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ähm, egal, ich bin nicht Spoiler. Ich schaue jetzt trotzdem zu. Da kann ich mal abwarten. Fatales ist und bleibt mein Liebling. Fatales ist super cool. Absolut. Absolut. Und wie bei Allatrion, ähm, alles, was ich gesehen habe, ist halt richtig, richtig schön. Bisher. Auf jeden Fall. Leider wird es viele Sets nur als Event geben. Naja, gut. Aber das ist ja auch nicht verkehrt, oder? Da musst du halt eben, musst du da halt noch ein bisschen grinden. Aber grundlegend musst du ja für die, für die Sachen immer grinden. Egal, ob jetzt dann das mit den nächsten Events kommt oder nicht, oder? Komm, mal reingucken. Ich frage mich. Wenn wir eh nur nicht bereit sind. Können wir da mal reingucken, was da jetzt so gekommen ist. Die positive Seite. Ich habe zur zweiten Phase geschafft, ohne ein einziges augmentiertes Ausrüstungsgegenstand. Das ist schon krass. Schon sehr krass. Ihr schafft das. Ich werde ja auch bestens Super Mario für Filme 30. Sehr schön. Gwine ist nicht das Schlimme. Eher, dass es nicht 24-7 geht. Ja, gut. Aber das ist, glaube ich, immer das Problem, ne? Ich hoffe, ob die Steampunk... Ah, die gibt es noch nicht. Aber die ganzen Monster-Dekos sind schon da. Okay. Okay, das ist cool. Das ist sehr cool. Okay. Ich habe gar nicht gewusst, dass Radobahn so aussieht. Radobahn sieht ganz cool aus. Lanze ausgerüstet, Lanze ausgerüstet, also 100% und augmentiert. Dann ist schon krass, dass du es dahin geschafft hast. Nein, nicht kaufen. Ich will sie bloß angucken. Das war knapp. Ist so wie Kalfteroth. Also, dass man mehrmals die Quest machen muss, bis man erledigt hat oder vertreibt. Äh, nein. Außerdem ist Meisterin Kalfteroth auch nicht mehr so. Das ist keine Belagerungsquest. Das ist eine Tötungsquest. Okay. Ab geht's. Ähm, das heißt, ganz oder gar nicht bei der Quest. Es bringt theoretisch nichts, äh, reinzugehen und irgendwas zu machen. Das ist bloß beim Safi Jiva so. Äh, weiß ich, ob wir einen Blocken hoch brauchen für fatales Attacken? Keine Ahnung. So, dann schauen wir mal, was wir zu fünft so anfangen können. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ach, zu fünft sag ich schon. Zu viert natürlich. Äh, so. Äh, so. Ach so, ja gut. Wobei, ich weiß nicht, gibt es andere Buffs? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Haut weg, den gedaupten Wackelwurm. Wir geben unser Bestes. Hahaha. Okay, Ausdauer-Buff haben wir auch. Gut, da wird alles gleich rausgetankt. Na dann, let's go. Let's go. Wie gesagt, ich finde es halt eine komische Entscheidung. Äh, dass man das halt so geändert hat. Das wäre in Ordnung gewesen, wenn es nicht mehr die dringende Quest wäre, als wenn es bloß noch dann die normale Event-Quest ist. Da kann er so sein, aber naja. Passt schon. Passt schon. Oh. Merkwürdige Entscheidung, wie ich finde, aber naja. Das sieht jeder anders. Oh. Okay. Oh weh. Ah, weg. Okay, ja. Das ist lange, oder? Ja, schade. Also, ja, nee. Ich wollte gerade sagen, wäre eh aggro, aber nee. Jetzt wurde er erst aggro. Nee. Ja, schön. Wunderbar. Ja. Außerdem, es ist halt auch einfach ein Multiplayer-Monster, ne? Man muss nicht immer alles, finde ich, äh, Solo unendlich machen müssen. Sorry, alles gut, alles gut. Ah. Ah. Okay, dankeschön. Oh, okay, da hat mich bloß der Wind getroffen. Der war trotzdem schon heftig. Ja, ich wollte gerade sagen, der zweite Feuerball könnt ihr jetzt probieren wir machen. Okay. Sehr schön. Nicht nach vorne. Ja. Da hätte ich eher nach mir gucken sollen, nicht nach anderen Leuten. Au. Das hat ein bisschen sehr weh. Ja, ist noch aggro. Das ist so gemein, weil es gerade so weit rausgeht. Sie wissen schon ganz genau, wie, wie lang die Reichweite sein musste von diesem Angriff. Weil der Angriff gerade so weit rausgeht, dass er halt eben, ähm, dass es sich gerade trifft, wenn du so ein bisschen von hier wegstehst. etwas ärgerlich. Oh. Nein, warum? Aber ich muss dringend lernen zu sehen, wann er seine Supernova auflädt. Das ist total dämlich. Was ich da immer wieder mache. Ja, genau deswegen. Hey. Da können wir doch jetzt mal neben Staub raushauen. Ja. Kommst aber auch nicht durch, ne? Nein, nicht, das war das falsche Item. Okay. Ich würde am liebsten nochmal, komm schon. Yes. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Das war ultra knapp. Leider gerade eben nicht mehr, naja, gerade nicht mehr angeschlagen, aber hat ihm trotzdem wehgetan. Hoffe ich zumindest. Okay. Das war zum Glück kein Platschen, sondern bloß so ein normales runtergehen. Habe ihn auch nochmal geprobiert. Wie ist es bei euch aus? Schon geschafft. Ich habe ihn vorhin noch ein zweites Mal solo probiert und bin dann bei der ersten Phase direkt verreckt, weil ich etwas überrascht war, dass der dass der Askadet nicht dabei war. Oder wie auch immer heißt. Und jetzt machen wir Multiplayer. Das ging weiter als gedacht. Jetzt probieren wir ein Multiplayer. Er hasst mich. Wo die Kanone? Feuer! Voll ins Gesicht! Oh Gott! Das war schön. Wir haben uns gegenseitig eine Breitseite gegeben. Ich hoffe, es hat ihm mehr weh getan als mir. Ich glaube fast nicht. Zu viert wird er einiges aushalten, schätze ich mal. Ja. Erste Phase gar nicht ist überstanden. Nein, leider nicht. Also beim zweiten Mal. Direkt in der ersten Phase draufgegangen. Ah, au. Und guten Abend, bye bye. Willkommen zu Spremen. Tschüss, dabei bist. Hey. hat jemand sein Knie angehauen. Au. Oh. Danke schön für die Heilung. Äh. Okay. Das macht guten Schaden. Also gut, wir sind halt auch zu viert, aber ne? Das haut heftig rein. Er setzt seinen Ohne ein. Oh. Okay. Das ist wohl die zweite Phase. Oh. Das geht sehr schnell. Äh. Okay. Das tickt nicht so heftig durch. Oh Gott. Oh. Das ist stylisch. Das ist sehr stylisch. Wow. Okay. Phase Nummer zwei. Gut. Dann werden wir versuchen, diese zu benutzen. Ah, schade. Oh. Haben wir ihn? Ja. Ja. Ja, okay. Ah, das ist so cool. Ach, komm schon. Als ob er das macht. Den Angriff hat er noch nie gemacht, während ich auf der Balliste stand. Das ist viel zu unfair. Äh. Verteilte sind auch Schweißbrenner genannt. Auf jeden Fall. Ah, wie mies. Ich sehe auch nichts, was das Drachensiegel blocken könnte, oder? Nee, Drachensiegel wird da nichts bringen. Drachensiegel ist ja nur für die kleinen Monster. So viel dazu. Aber gut, wenn er halt schon liegt, dann ist es halt auch Selbstmord. Das ist, du darfst, wenn er halt eben wieder steht, darfst du auf keinen Fall an der Balliste stehen oder irgendwo unbeweglich stehen. Das ist halt so wichtig, dass du dann halt in Bewegung bist. Weil ansonsten bist du sofort tot. Da hätte ich halt gerne rausgehauen, aber das ist, wie gesagt, du ziehst halt auch so massive Agro, dass es unmöglich ist, da irgendwas Gescheites zu machen. Ah. Uh. Uh. Nice. Ach, kann man... Nee, halt. Man kann jetzt binden. Wollte gerade sagen, kann man ihn jederzeit binden, aber nee. Wie ist das in der ersten Phase mit dem Binder? Das verstehe ich da nicht ganz. Es ist... Och. Ich muss sagen, das nervt mich tatsächlich am meisten im Moment, dass man sich halt komplett auf die erste Phase neu einstellen muss. Naja. Ah. Okay. Okay. Können wir hier ein bisschen raushauen. Uh. Das habe ich nicht, äh, nicht gesehen. Ja, gut. Ja, gut. Nicht der Punkt, wo ich sein wollte, wobei im Gesicht ist er eh auch angeschlagen. Wir hätten ein bisschen mehr Schaden im Gesicht machen können, aber ich glaube, mehr hätte es dann auch nicht gebracht. Nice. Er ist noch Agro. Ah. Oh, das Binden war ungewollt. Okay. Ja, gut. Binden wäre in der Luft besser gewesen, nicht wahr? Ja, aber gut. Hopp. Als ob das nicht getroffen hat. Ja. Oh. Natürlich schnappt er direkt nach mir. Ah. Okay. Ach, schade. Da war es gerade vorbei. Ärgerlich. Da haut er mich mit der Bombe auch nochmal weg. Doppelt ärgerlich. Glaube nicht, mein Freund. Ich glaube nicht. Na, jetzt liegt er wenigstens. Jetzt an sich gleich nochmal, oder? Ja. Nice. Reicht das? Geht das? Yes. Wunderschön. Das musst du eigentlich tun. Die dann am besten eigentlich nochmal was bereit haben, damit du ihn dann gleich gegen die Wand hauen kannst, nicht wahr? Das wäre dann schon ziemlich stark. ID? Mach dasselbe nochmal mit Ausrufezeichen vorne und dann hast du sie. Das ist immer schön. Es gibt zwei Gruppen von Leuten. Eine Gruppe, die instant irgendwelche Commands ausprobiert. Ohne zu wissen, ob es die in dem Chat gibt. Und andere... Ja. Es gibt Leute, die einfach tot sind. Großartig. Ah, da steht sie. Hast du ihn schon mal geschafft? Nein. Ich habe ihn zweimal solo probiert und jetzt machen wir den Multiplayer. Kriegen gerade hart auf die Fresse. So. Ah, ich habe die Verteidigung nicht genommen. Welche ist schlimmer? Die, wo einfach in einem Angriff drinsteht und draufgeht. Die ist schlimmer. Ausrufezeichen tot. Wäre eigentlich cool, wenn Ausrufezeichen tot immer so random Clips bringen würde, wie ich irgendwo draufgehe. Das wäre schon stylish. So Death Clips. Können wir bestimmt einfügen. Irgendwie... Oh Gott. Ich dachte, er zuckt zusammen. Also scheinbar schon, aber dabei walzt er alles um. Oh, die Supernova. Oh, war seine Brust. Nice. Roller. Okay. Nein. Komm schon. Schluss damit. Okay. Er fliegt wieder. Oder auch nicht. Ey. Sehr cool. Schöne Sache. Wären viele DS-Tote dabei. Ziemlich sicher, ja. Ziemlich sicher. Sehr, sehr schön. Hatt ich auch noch nicht hinbekommen, ihn dann zu reiten. Oh Gott. Sehr gruselig, was es so treibt, während du ihn. Oh, reites. Okay, Anklammern ist nicht so cool. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Jetzt aber. Ja, wenn ich rankommen könnte. Ja, okay. Vielleicht sogar fast zu spät. Nice. Sehr schön. Ihr geht ins Gesicht. Ich gehe hier auf die Brust. Dann bin ich euch ein bisschen aus dem Weg. Okay. Sehr schön. Auch schön. Dieses typische Eisborne-Klavier, das gerade eben war, ne. Diese Eisborne-Klavier-Abfolge. Er wird so schnell reingehauen. Richtig schön. Fatal ist es. Wunderwunderschön. Muss man einfach sagen. Starkes Monster. Haben sie sich mal wieder selbst übertroffen. Fatal ist, dass Mount hätte was, wie ich es gerade sehe. Ja, muss es aber erstmal irgendwie kontrolliert bekommen. Ich starte gerade. Oh Gott. Okay. Genau darauf habe ich eigentlich die ganze Zeit gewartet. Das ist mies, wie schnell das geht. Ich bin drin. Ich bin drin. Ich bin drin. Mach zu. Mach zu. Oh Gott. Oh. Ich dachte schon. Ich habe wieder keine Tränke. Okay. Die Wand hält nicht mehr als einmal. Ich sehe schon. Toll. Wow. Das war mal eine Wand. Holy. Okay. Krass. Heftig. Sehr, sehr heftig. Oh. What? Okay. Er bereitet Judgment vor. Okay. Okay. Uh. Sehr schön. Na, dann probieren wir das mal. Schöner Binder. Richtig schöner Binder. Oh. Er wackelt so sehr. Oh. Er wackelt so sehr. Okay. Also ganz typisch. Drachenhälter ist ein Hörner brechen. Um ihn fertig zu machen. Oh. Guten Tag. Das war nicht die schlauste Idee, die ich jemals hatte. Sehr, sehr heftig. Ah. Okay. Nicht die, nicht die beste Richtung. Eindeutig nicht die beste Richtung, um voll weg zu gehen. Okay. Oh. Wenn er jetzt irgendwie kurz mal Ruhe geben würde, dann könnte ich ihm schön die Dings in den Kopf pflanzen. Oh. Das wäre ein schöner Moment. Yes. Wunderschön. Ich ramm ihm trotzdem gleich noch das Schwert rein. Keine Gefangenen hier. Keine Gefangenen hier. Oh. Wäre zu lustig, wenn man aus Versehen vor jemandem die Wand zuhaut. Wäre schon hart mies. Das meint ihr mit Odem ist geschwächt? Odem ist immer noch ziemlich mächtig, würde ich sagen. Oh. Was? Ach so. Ich hatte gerade meinen Buff nicht mehr. Das ist ärgerlich. Ich dachte gerade eben so, hä? Was geht denn jetzt ab? Okay. Mit dem Startpunkt habe ich nicht gerechnet. Ich glaube, wir sind auch auf unserem letzten Leben, nicht wahr? Soweit ich das weiß. Ich habe noch einen Maxi. Dankeschön. Okay. Bloß der wieder. Das heißt leicht geschwächt. Statt 1000 Grad 999. Ja. Nähere dich ihm. Okay. Wie soll ich mich so schnell nähern? Oh Gott. Yo. Okay. Das ist mies. Nähere dich dem Fatale. Oh. Alle tot. Schade. Holy haut er raus. Holy haut er raus. Mächtig. Sehr, sehr mächtig. Hey. Einen Forschungspunkt bekommen. Das ist extrem heftig, dass du dem, ähm, dass du dem zweiten Odem halt so raushauen musst. Das ist noch mal eine weiteste Runde bei diesem Moment, okay. 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 Krass. Soll ich den Fatales noch mal steuern? Bitte nicht. Ich komm nicht. Äh, ich komm nicht mal bis zur zweiten Cutscene. Einfach weiter probieren. Einfach weiter probieren. Irgendwann wird das schon. Puh. Was für ein, was für ein Biest. Viertelstunde, aber schon in der dritten Phase war sehr gut. Glaubst du an euch? Ja, wir haben ein paar Meisterjäger dabei. Fehlen ja nur noch 17 Phasen, ja. Äh, wow. Wow. Einfach wow. Das war schon krass, ja. Starke Runde. Auf jeden Fall. Ich denke auch mal, das lief gar nicht so verkehrt. Ah ja, das ist, das ist schon sehr krass. Da musst du halt wirklich sofort reagieren. Ansonsten bist du halt einfach Toast. Und nicht die angenehme Art von Toast. Hey, Wetterkatze. Hase klingt ja auch gut. Ich hase das. Das ist sicherer. Uh, sehr schön. Ich gehe mal auf, äh, auf Elementarwiderstand. Ist vielleicht, vielleicht besser. Und guten Abend, Joganon. Willkommen zu Steam. Schön, dass du dabei bist. Okay, der, der haut raus. Der haut extrem raus. Oh, da wird dir, da wird dir selber ganz warm, ne? Wenn du das so siehst. Da wird dir doch etwas warm ums Herz. Oh je. Ich glaube, das juckt halt niemanden. Das juckt halt tatsächlich niemanden. Du bist, du bist tatsächlich wieder ein Satz vorm Bann, Dreckloff, ne? Und ich glaube, du wurdest bisher in jedem Monster Hunter Stream getimeoutet oder beinahe gebannt, wo es irgendwelche News gab. Ich sehe immer wieder dich und du nervst mich immer wieder. Das ist, bitte lass Dinge einfach mal passieren, ohne sie ständig rauszuhauen. Das ist vor allem, Dö, wir brauchen den Drachenspeer. Nein, dein Ernst? Ich dachte, den bekämpft man ohne Drachenspeer. Und wie viel Schaden das macht, juckt auch niemanden. Weil es komplett unrelevant ist. Das heißt, das war einfach mal wieder an sich ein Spoiler, der komplett unnötig war. Und das passiert immer wieder und immer, immer wieder. Deswegen, letzte Verwarnung. Ansonsten kriegst du einfach mal ein paar Timeouts. Du bist angezählt. Wie läuft's, wenn du mit Fatales? Was hab ich so verpasst? Gerade eben, also ich hab zweimal ihn solo probiert. Lief mehr schlecht als recht. Ähm, und ansonsten haben wir jetzt das erste Mal ein Multiplayer probiert. Äh, und da ging's eigentlich schon ganz gut voran. Da haben wir schon, schon ordentlich draufhauen können. Und ich denke, wir wären auch relativ weit gewesen. Also wir kriegen den, glaub ich. Zu wütend hab ich dir eigentlich nicht mehr erlebt seit DEFCON. Ich bin nur enttäuscht. Ich bin nur enttäuscht, von meinem Chat, äh, von meinem Chat zu schauen. Ach, alles gut. Ich sag eben so gut von dir. Wie gesagt, nur enttäuscht. Weil's halt, es sind immer diese Momente, wenn irgendwas Neues, gerade in Monster Hunter kommt, wo Leute teilweise ihre schlechten Seiten zeigen. Und das nervt mich dann immer ein bisschen. Nicht enttäuscht sein. Bisschen klasse ist du immer. Und freu mich auf morgen. Ich bin ja nicht enttäuscht von mir. Ich bin ja enttäuscht von, von manchen Zuschauern. Äh, schön. Nee, aber freut mich ja. Nee, ist auch, ist auch alles gut. Ähm, wie gesagt. Es ist auch alles, alles gut, dass ihr es jetzt auch nicht böse nehmt, ne? Ähm, sondern einfach, einfach drauf achten. Aber erst mal hinlegen. Was habt ihr eigentlich zu sagen? Oh, ich glaub, im Singleplayer kann man mit denen reden, nicht wahr? Und ich breite. Der Fatale ist letztendlich auch nur ein Monster. Graf sein Mittelteil an, damit er zurückschreckt, wo sich durch seinen Kopf senkt. Na, immerhin. Ja, wir sind schlechte Zuschauer. Nein, nicht alle. Das hab ich nie gesagt. Er ist immer noch ein Monster. Also ist der Kopf bestimmt ein Schwachpunkt. Die Kanonen da oben sollten in der Lage sein, seinen Kopf zu treffen. Okay. Gehen wir wieder rein. Oh. Okay, der Ballistenbinde ist auf jeden Fall auch nicht hier. Das ist interessant. Interessant zu wissen. Ähm. Ich hab vorhin wenig mit meinen Mänteln gespielt. Das war eine schlechte Idee. Ha. Der hat mich beinahe der Fatale Schwein verwischt. Nicht alle, nur fast alle. Ha, 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 ha. Ihr könnt selber entscheiden, ob ihr euch zu den fast allen zählt oder zu den nicht fast allen. Oh. Das war so knapp. Also Garuga hat's erwischt. Aber ich hing da auch fies an den Beinen. Das war nicht so angenehm. Äh. Oh je. Da ist er nur, der Herr der Drachen. Oh ja. Und schlängelt wie eh und je. Frisst Dreck. Wie er es früher schon gerne getan hat. Oh Gott. Entschuldigung. Ha, 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 ha. Steht er? Ich kann es tatsächlich nicht sagen, ob er steht oder nicht. Ich bin ganz ehrlich. Ich habe das noch nicht wirklich raus. Ha, 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 ha. Du kannst ihn umschmeißen, wenn du es richtig machst. Aber dafür brauchst du halt eben gut Zeug. Ach so, die Steine sind weg. Okay. Du bist ein Rivale, es kann nur ein Dragon leben. Die Welt ist einfach zu klein, ja. Da ist das Traurige dran. Äh. Keine gute Idee. Oh. Der ist ein Drache, keine Giraffe. Ha, 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 ha. Eine seltene Mischung. Sind irgendwie gerade alle so auf ihm drauf, ne? Jetzt wackelt er irgendwie so gegen die Wand. Wie weit kann ich die Kanone drehen? Uh. Nice. Ja, bye. Wo willst du denn hin? Wo zur Hölle willst du hin? Ha. Okay, da hatte ich Angst. Ich will doch nur ein Lied spielen. Ich glaube, der Fatalis ist nicht so musikalisch begeistert. Vielleicht eine Giraffe, die sauer auf Jäger geworden ist. Wirklich. Naja, immerhin Einschuss hat getroffen. Immerhin Einschuss. Was wird das? Ich schwöre Fatalis gerade nicht. Oh. Das hat irgendjemand anderes gerade übernommen. Okay. Sehr schön. Mal da raufhauen. Jetzt müssen wir es nur überleben. Oh. Das war sehr unangenehm. Das hätte ganz anders laufen können. Äh, so. Ihr seht, ist der Feuerschutzmantel echt beliebt. Gibt auch Sinn bei so viel Feuerschaden. Würde ich auch gerne ohne reingehen. Ich hab's das erste Mal ohne gemacht. Ohne Feuerschutzmantel. Vielleicht hat's sogar besser funktioniert. Aber, äh, es ist auf jeden Fall sehr angenehm. Nein. Oh, wow. Hörst du jetzt wohl auf, mich zu bombardieren? Und das zu machen. Hey. Ich bin scheinbar schon durchgelaufen. Sehr cool. Ja, und der ist früher, früher schon so vor sich hin geschlängelt. Grundlegend, äh, hat wenn dann der Najerala von ihm geklaut. Hahaha. Ho. Eier, die Menge an Feuerschaden, die er halt raushaut, ist extrem. Ah, das ist schon so. Das Feuerschutzmantel ist auf jeden Fall eine gute Wahl. Aber wie gesagt, ich hab auch das Gefühl, dass die, ähm, oh, nein, dass der Lebensreitermantel auch ganz gut sein kann. Okay, da schraubt er wieder durch die Gegend. Er steht halt auch gerade eben. Eigentlich blödsinn, den jetzt, äh, anzugehen. Müssen wir hier in sein Mittelteil hauen. Genau. Damit er das hier macht. Ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Genauso muss man das halt auch angehen. Also auch Solo. Musst du das dann so, musst du ihn da so kontrollieren. Uh, schön. Schön die Kanonen getroffen. Und das war's. Hahaha. Das ist, ich komm noch nicht ganz mit seiner Supernova klar. Da seh ich immer nie, wie, wie weit die reicht, beziehungsweise wann er sich vorbereitet. Ah, jetzt hab ich wieder nicht. Ich sollte nicht immer auch direkt reinrennen. Das ist halt auch ne große schlechte Angewohnheit von mir. Da sich halt immer wieder komplett unüberlegt sofort reinrennen in den Kampf. Ohne irgendwas. Ah, deswegen kann man da noch an dem Ding hängen. Oh. Das war nicht so gut. Ah, das war überhaupt nicht gut. Ah, es ist halt einfach immer noch. Man muss einfach immer noch sagen, es ist so krass, dass Fatales jetzt hier ist, ne. Da komm ich zumindest immer noch nicht so ganz drüber hinweg. Ja, vielleicht sollte ich auch nicht bei ihm sein. Hahaha. Vielleicht ist auch einmal ein Fehler, dass ich ihn bekämpfe, wenn ich sowas treibe. Ach. Hängenbleiben wär gut gewesen. Ich verstehe jetzt, weswegen man hängenbleiben kann. Ich, äh, habe gelernt. Hahaha. Man hat's vielleicht nicht gesehen, aber ich habe gelernt. So, wenn ich aufhören könnte, direkt gegrillt zu werden, können wir ja tatsächlich auch ein bisschen was tun. Wie fliege ich? Wie bin ich gerade in der Luft gewesen? Das war merkwürdig. Ah. Okay. Oh, nicht gut. Wobei es ganz angenehm ist, dass wir gerade eben hier sind. Besser als, äh, komplett drüben, nicht wahr? Der Olim ist halt auch so mies, weil wenn du auf der anderen Seite der Karte stehst, dann bekommst du halt schon massiv Schaden, ne. Und vor allem bei dem Feuerspalt merkt man richtig, da ist Dampf dahinter. Oh ja. Oh ja. Aber kräftig. Aber kräftig. Hahaha. Ist er gerade eben? Oh ja. Das ging sehr schnell. Okay. Hahaha. Wir haben erfolgreich gezwungen. Achso, er ist gebunden. Ne. Ist er? Ne, ist er eigentlich nicht. Dann weiß ich nicht, warum er gerade eben liegt. Okay. Ah, nein. Oh. Knappes Ding. Ich komme nicht an Iran. Jetzt. Was ist, wenn wir den Grill dann heißen? Haben wir eine Ausrüstungssysteme gestellt mit 37 Feuerwehr. Vielleicht hilft das ein wenig. Das sollte auf jeden Fall ein bisschen helfen, ja. Da ich sag mal, 5, ja, vielleicht 60% seiner Angriffe feuerbasierend sind, ist das auf jeden Fall schon mal eine gute Hilfe. Das wird mich auch noch treffen, ja. Das ist das gemein. Dass die Bombe einen noch an der Brust trifft. Das ist sehr gemein. Okay. Das ist sehr schön. Wenn man so ein bisschen zu Boden zwingen, theoretisch. Uh, okay. Hat er sich wohl aus der Luft geholt? Das waren wenig Schüsse dafür, deswegen... Vielleicht hat er hier mit anders noch irgendwas gemacht. Keine Ahnung. Oder er war halt wirklich kurz davor aus der Luft zu... Oh, zu fallen. Auch möglich. Okay, Feuerschutzmantel haben wir noch. Das hat das Angenehme. Der hält halt eine ganze Weile. Gott. Er haut raus, ne. So langsam kommen wir 15 Feuerreste gar nicht mehr so viel vor. Nee, 15 Feuerreste ist an sich gar nichts bei ihm. Das ist das Problem dran. Ab 25 reden wir nochmal. Das ist langsam kühler draußen. Der muss der Grill heißer werden. Ach so macht man das mit dem Wintergrillen. Jetzt aber bloß den Grill sehr viel höher. Auch nicht schlecht. Sehr schön. Ah. Kann man fast nochmal machen. Morgen Feuerwehr 50 einpacken. Klingt nicht verkehrt. Ah. Hänge 0 dran, dann passt das. Könnte gerade so funktionieren. Okay. Oh wow, die war vorne nicht hinten. Mies. Ah, okay. Gehen wir einfach an seinem Kopf. Tut ja trotzdem weh. Sehr schön. Okay, Brust gebrochen. Sehr schön. Wenn du irgendwo im Winter eine Stichflamme bei den Nachbarn siehst. Die Höhe ist halt das Hausdach. Die grillen nur. Ja, ja. Grillen nur ein bisschen. Alles gut. So, Fläschersmantel wirkt nicht mehr. Uh. Jetzt hat er gerade mal aufgeräumt. Okay, und der fliegt wieder. Das nehme ich mit. Katale Scherbe. Wir haben noch einiges an Rattern. Dann werden wir das auch tun. Ach, ich wusste nicht wohin. Aber egal, wohin ich gegangen wäre. Es wäre besser gewesen, als einfach da zu bleiben. Machen wir Ballisten? Ne, das ist jetzt ein Binder. Ja, jetzt ist er gebunden. Okay. Bestimmte Wachsensprächenelement braucht man dieses Mal nicht. Ne, nicht, dass ich wüsste. Wobei ziemlich sicher, ähm, ein Drachenelement ganz gut hilft. Aber an sich nicht. Also du musst kein, du musst keine Elementarsachen damit abblocken. Ja, das ist ein hartes GG. Keine Chance. Keine Chance. Zweimal hintereinander hat er mir halt keine Chance gelassen. Ach, mies. Was mit dem Liegen kann ich erklären. Okay. Na dann, mach mal. Ich bin gespannt. Schade. Schade. Hatte schon jemand Absicherung gegessen? Kann sein. Kann gut sein. Und Scram. Oder Scram. Willkommen zu dem Team. Guten Abend. Schön, dass du dabei bist. Äh, Dragon is durch und kann serviert werden. Na, ich glaube, ich bin schon ein bisschen verbrannt. Das hat schon verkugelt geschmeckt. Weil ich es gerade noch gegessen habe. Okay. Ich glaube, ähm, ja, ich glaube, da hatte vorhin schon jemand. Ich weiß es glaube gar nicht. Wenn du ihm bestimmt viel mit Ballisten und oder Kanonen abschießt, kann er hinfallen. Deswegen schieß ich so oft mit Balliste. Ah, okay. Hey, du. Interessant. Äh, so. Machen wir ihn gleich nochmal. Ähm, der Tweet für den MH-Trailer ist total verwirrend. Da steht 26.20 Uhr. Haben die in Japan mehr Stunden am Tag? Würde mich bei dem nicht wundern. Das ist so können sie nochmal. So können sie nochmal zweieinhalb Stunden mehr arbeiten. Wie gesagt, das würde. Oh, ich habe sicher. Ich habe sicher. Ähm, ich habe sicher dabei. Das würde mich bei denen nicht wundern. Oh, Gott. Ah, tatsächlich. Hm. Ja, ich wüsste auch nicht, was es sonst heißen soll. Vor allem. Ach so, bei denen ist ja schon. Ich wollte gerade sagen, warum denn morgen? Aber ist der dann echt mitten in der Nacht gedroppt, der Tweet? Ist ja komisch, ne? Und guten Abend, Benni. Willkommen zum Stream. Schon Fatales geschafft? Nein, noch dran. Noch dran. Wir versuchen noch unser Bestes. Japaner haben einen 30-Stunden-Tag. Äh, je. Denk ist schon durch, ja. Ich wurde schon serviert. Wäre sogar die Frage, ob man sich schwere Artillerie holt. Ähm. Also, im Multiplayer kann es schon helfen, nicht wahr? Wenn du es irgendwie gescheit drauf bekommst auf deine Rüstung, kann es definitiv schon helfen, denke ich. Ähm. Aber ansonsten, äh, ansonsten ist die große Frage, wie viel es bringt. Also, Solo, glaube ich, nicht wirklich. Weil du Solo halt kaum die Ballisten rausbekommst. Äh, stimmt, wir haben jetzt Donnerstag. Woher ist übermorgen der Trailer? Ja, gut, ja. Das ist echt wert, ein Freitag. Upsi. Wäre nicht so gut gekommen, ne? Äh, oder hätte, hätte problematisch sein können. Ich bin erstmal wieder weg. Viel Glück und Spaß noch, wenn ich morgen auch mal ihn versuche. Okay, dann dir morgen viel Glück. Und Peko, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche dir einen schönen Abend, eine gute Nacht. Schlaf schön und bis zum nächsten Mal. Äh, schön. Der Typ, ey. Aber wenn die Mates das große Tor zumachen, bevor ich drin bin. Da kann ich nichts machen. Das ist schon arg gemein, wenn das so passiert. Oh, schön. Alleine ist ein bisschen schwierig. Oder ein bisschen schwer gewesen. Das hat schon geholfen mit der Balliste. Echt? Ist die Balliste so stark? Also bringt die wirklich so viel? Weil du kannst halt mal schnell rangehen, ein, zweimal schießen und so, ne? Aber ich hab immer, also von früheren Teilen her, hatte ich immer das Gefühl, dass Ballisten halt komplett nutzlos sind. Weil die machen halt so, pjuu. Und dann passiert halt gar nichts. Vielleicht jetzt mit Schadenszahlen sieht man erst vielleicht, wie stark die Dinger sind. Keine Ahnung. Ich stell mir das Abschätzen mit dem Tor echt schwer vor. Na, lieber stirbt dann ein Ausgesperrter als alle. Ähm. Ja. Wobei, äh, wobei das Tor ja doch relativ schnell hoch geht, nicht wahr? Denke ich. Willkommen in der Zukunft, Dragon. Wird sich schaden an die Brust, äh, und wenn er liegt, kann man schön draufhauen. Äh, klar, wenn er liegt, dann auf jeden Fall. Äh, also wenn du ihn dann zum Liegen bekommst, das ist natürlich eine starke Sache. Deswegen ist die, die Balliste auf jeden Fall stark. Die Frage ist halt bloß, ob die, äh, ob die Verstärkung dann sinnvoll ist. Von der Balliste. Die Balliste zu benutzen, wenn du sie kannst, ähm, das, äh, das ist auf jeden Fall, oder das stell ich mir auf jeden Fall so vor. Also, bloß halt mit schwerer Artillerie weiß ich halt nicht, ob das wirklich viel bringt. Äh, so. Haben wir nur schnell Essen geholt? Ah, okay. Alles, kein Problem. Kein Problem. Dann dir guten Appetit. Äh, so. Sicher, sicher, bevor alle sterben. Und halt lieber eine Sekunde früher zu. Ja, gut, klar. Aber ich glaub, das kannst du ja auch einschätzen, ne? Das In-Game-Spoiler, warte was. Äh, so. Wollt ihr mal gewinnen? Hm, wär cool, ne? Hätte ich nichts dagegen. Äh, ein 4-Slot ist gleich 100% mehr Schaden mit Kalonen-Ballisten. Oh, okay. Okay. Ach, im Ladescreen zu Fatale stehen auch Tipps. Oh. Das hab ich jetzt so gar nicht gesehen. Ich guck meistens gar nicht auf die Sachen. Das ist ja auch witzig. So, das Spiel muss gebannt werden. Mal gucken, was ich ja machen lässt. Zu großzügig heute. Muss einen guten Tag haben, Kenneth, ne? Ah, schade. Mit dessen 52 Feuerwehr, das klingt schon stark. Ja, okay, man kann die Ballisten halt schon verdammt schnell feuern. Das ist eben schon die Sache. Ich glaube, dahingehend kann man da halt dann schon viel, viel reißen, nicht wahr? Halt, er steht noch. Er steht noch. Nichts überstürzen. Versprechen kann ich auch nichts. Hallöchen, Play it. Willkommen zu dem Team. Schön, dass du dabei bist. Zack. Die Brust. Die brauchen wir jetzt gerade eben ja eigentlich auch am meisten. Oh, das macht immer noch Schaden. Haha, wie er dich anguckt. So, was macht der da? Ah, schade. So, hat er sich da echt gerade so weggeduckt. Ärgerlich. Das sah so gut aus. Das sah tatsächlich so gut aus, der Winkel. Schade. Schade. Was sagst du gegen ihn? Morphax, Hammer oder Gewehrlanze? Ähm. So wie ich das mitbekommen habe, denke ich von denen Morphax. Weil Gewehrlanze ist, glaube ich, zu langsam und Hammer bringt dir nichts, weil du ihn nicht betäuben kannst. Ja. Ich hoffe, dass ich dann extra starker Fatal ist. Oh, okay. Er liegt. So, jetzt können wir versuchen, ihn gegen die Wand zu klatschen. Huh. Okay, das sieht gut aus. Bam. Wunderschön. Oh. Hoppla. Das war die falsche Richtung. Hahaha. Das hat ihn leider auch nicht so lange blockiert. Ärgerlich. Kampf gehärtet? Oh Gott. Der in Kampf gehärtet. Das will ich gar nicht erleben. Oh. Ach. Da hätte ich gar nicht rollen müssen. Na, egal. Wäre ich vollkommen sicher gewesen. Aber passt schon. So war es auf jeden Fall die bessere Methode. Nein. Nein. Oh. Stehvermögen. Dankeschön. Und danach dann halt noch dieser, 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 dieser Schwung da drinnen, ne? Er hat halt doch schon einige echt miese Angriffe. Sehr schön. Okay. Hat ihn nach unten gezwungen. Vielleicht habe ich damit ein paar Leute platt gewalzt. Tut mir leid, wenn dann. Hahaha. Ich bin immer wieder begeistert, wie gut Eispawn eigentlich hier ist. Absolut. Absolut. Sie übertreffen sich mit Eispawn immer wieder selber. Das ist so wahnsinnig. Was sie da immer wieder raushauen. Ich bin auch immer wieder begeistert. Vor allem, wie sie halt alte Klassiker einfach auf eine ganz neue Weise nochmal darstellen. Gerade Alatrion und auch jetzt Fatales. Und Fatales hat es halt soo notwendig. Ja. Das ist Fatales. Tut es gerade eben so gut, was du hier bekommst. Ach, nein. Voll daneben. Was war das denn? Oh, das sind keine Ballisten mehr. Ich wollte gerade sagen, dann... Dann hauen wir eben auch ein paar Ballisten raus, aber da waren keine. Oh, wie gut, dass der Schweif keinen Schaden gemacht hat. Das wäre arg ärgerlich gewesen. Rise wird anders heftig. Ich denke auch. Ich denke auch, dass Rise auf seine Weise heftig wird. Wie jedes Monster Hunter, ne? Das ist... Viele Leute versuchen ja immer alles so... Zu sagen, dass alles so super easy ist. Aber jedes Monster Hunter war auf seine Art schwer. Und da ist jetzt auch Eispawn oder World allgemein keine Ausnahme. World ist ein klasse, aber auch teilweise wahnsinnig schwieriges Spiel. Oh, komm schon. Was war das denn? Klar. Natürlich macht er den perfekt auf mich gezielt. Ja. Gut, ich habe ja den Sicherer dabei gehabt. Headshot, ja. Halt, ich hätte nochmal nachkombinieren können. Naja. Gesundheit, ja. Fatale sind die Armbeugen niesen. Nicht auf andere Leute. Ach, man bekommt gleich 10 Stück. I see. Früher war das so, dass du die alle einzeln sammeln musstest. Deswegen habe ich halt auch nie Ballisten benutzt. Weil du halt eine halbe Stunde dran stehst, bis du erstmal Ballisten gesammelt hast. Hä, wo schieße ich denn hin? Welche Armbeugen? Ach, da sind schon welche. Ist doch schön, dass er mich nicht gesehen hat bisher. Ja, also so ist ein Fatales ohne Musik. Sneaky. Ey, jetzt hat er mich wieder gesehen. Schön. Ich darf tatsächlich mal wieder aktiv im Kampf dabei sein. Kleines Stummelchen. Ach, das reicht schon. Ja. Wunderschön. So, dann haben wir das Ding noch. Ah, der Schnapper. Zum Grab ist reingeäschert. Über die Ohren. Okay, das war jetzt wegen der Balliste, ne? Ach, komm schon. Nein, tu es nicht. Ja, okay. Das ist interessant tatsächlich, dass er dann so rumlebt. Da muss man definitiv drauf achten. Okay. Das ist der Elbenbogen, in dem man niesen soll. Eigentlich der gleiche, mit dem man sich begrüßt. Naja, du hast einen, um sich zu begrüßen, und einen, um da reinzuniesen. Du kriegst mich nie, Riesenechse. Du kriegst mich nie. Das ist halt schon mega cool, wenn du halt was zu deinem Langfers und ihm schön auf die Brust ballerst. Sehr stylisch. Fallen, wenn du dich einfach nicht instant ins Visier nimmst. Das macht dann ein Einarmiger. Ein kleines Problem. Es gehen gerade so ein bisschen die Sachen aus, ne? Haben wir da hinten noch Ballisten? Weil ich hab gerade eben nichts mehr. Oh ja. Yes. Ja, nicht niesen, ja. Nicht niesen oder keine Leute mehr begrüßen. Der muss sich halt entscheiden. Habe ich da noch Ballisten? Ne, er ist jetzt eh gerade im... Oh, der Binder. Ne, ich hab keine Ballisten mehr. Schwierig. Oh, schade. Ich hatte gehofft, dass er da seinen Kopf nochmal runterstreckt. Ach so, er legt die ja eh. Dann passt ja. Klar. Oh, nein. Okay. Das trifft er nicht, bloß das direkt unter ihm trifft. Das ist sehr gut. Die Schwiegereltern höflich begrüßen. Okay. Ich nehme mal den Sprintshaft. Kann nicht schaden. Jedes bisschen Ausdauer zählt hier. Der seitliche Feuerschwung, der tut halt am meisten weh. Also, der tut nicht am meisten weh, aber... ...da bekomme ich am wenigsten klar. Weil ich da so selten die gescheite Zeit habe, um auszuweichen. Da könnte man in sein Gesicht gehen. Äh, wo willst du hin? Hörst du wohl auf, mich mit dir mitzuschieben? Ah, das wäre schön gewesen. Ah. Ja, auch schön gewesen. Ich frage mich, was Langschwert hier machen würde. Ich habe das Gefühl, Langschwert wäre hier ganz interessant mit den Kontern. Also, ich denke, dass eine Konto- oder Block-Methode hier ganz cool ist. Da ist Morphax fast schon die zu krasse Haut-rauf-Methode. Bis ich es nicht sagen sollen, ja. Ich weiß, es war ein Fehler. Ich bin fast um überlegen, mal einfach zu versuchen, ...eine Latrion Langschwert zu machen. Ich weiß nur, ob wir das Doppelklingen hier machen. Äh, Rattern? Ich glaube nicht viel, weil du halt überhaupt nicht an seine Brust reinkommst, ne? Oder? Oder doch schon einiges. Gut, wenn er halt liegt, dann kannst du raushauen. Keine Ahnung. Ich könnte es gerade schwer einschätzen. Muss ich tatsächlich sagen. Das war gefährlich. Nein. Ja, ich wusste es. Kanter hat Doppelklingen genommen. Oh, okay. Okay, gut. Dann weiß ich, was die Doppelklingen tun. Sagen wir was anders. Wir wissen, was Kanters Doppelklingen machen. Keine Garantie, dass es bei jedem funktioniert. Au! Oh, laut Pharma rufen in panischem Kreisrennen. Das ist immer eine gute Strategie. Kanter, ähm, wie heißt er komplett? Kanter, Permel? Oh! Ein sehr berühmter... Schade. Äh, Monster Hunter. Äh, ja. Äh. Ähm. Wie soll man sagen? Spieler. Spieler. Speedrunner. Krasser Typ. Ähm. Oder... Ich weiß nicht. Ist... Ist überhaupt bekannt? Ob Kanter... Ich glaube, das ist... Ist gar nicht bekannt, ne? Ob Kanter männlich oder weiblich ist? Oder doch männlich? 1000 Sasser. Ja, ich glaube, so kann man ihn auch nennen. Kanter geht morgen vermutlich schon mit dem Silberlöffler Fatales los. Ja, wahrscheinlich. Und stellt aber fest... Oh, Silber ist seine Schwäche. Kanter ist ein Dude. Okay, okay. Ich war mir nicht sicher, ob es bekannt war. Oder nicht. Aber okay. Passt, passt schon. Ah. Steht sogar in seinem Twitch-Profil. Okay. Ich muss jetzt sagen... Ich hab mit Kanter jetzt noch nie so viel zu tun gehabt, ne? Ah, schade. Schade. Redet ja nie. Genau deswegen, ne? Weil er ja nie Commentary macht, ne? Deswegen. Äh, Kanter ist deutsch, soviel ich weiß. Hätte ich jetzt auch... Also, ich weiß und ich wüsste, dass einer der großen Monster-Hunter-Leuten deutsch ist, ne? Ich hätte es aber gerade nicht mehr gewusst, wer. Also, Team Darkseid ist ja auch teils deutsch, ne? Ähm. Aber Kanter kann auch sein. Ah, okay. Interessant. Dann bist du doch mehr als ich. Äh, der Viecher zur Demütigung degradiert. Ja. Ja. Die meisten suchst sogar weiße Deutsche. Ich weiß auch nicht, was die Deutschen mit Monster-Hunter haben, ne? Äh, lange Zeit war es ein Mysterium. Und Arcus, äh, hatte mal ein angebliches Interview hochgeladen, der eine weibliche YouTuberin für ihn spricht. War, glaub ich, April's Fool oder sowas. Ah, okay. Daher kommt das vielleicht. Ja, das kann sein. Eine Lanze ist cool, wenn er seinen Feuerschwall über dich hier gießt und du ihn aber komplett blockst. Ja, das ist okay. Das ist stylisch. Auf jeden Fall. Ich hab keine Alatrion-Langschwert, nicht wahr? Ich würd gern mal ein Langschwert probieren, einfach. Weil ich fast das Gefühl hab, Switch-Axis ist hier manchmal zu langsam. Brauchst, glaub ich, doch eine sehr schnelle Waffe. Okay, Lanze klingt auch echt cool. Weil du halt viel blocken kannst, ne? Kannte ist das. Äh, ich hatte ihn schon bei, äh, einem anderen im Hard-Channel schreiben sehen. War deutsch. Ah, okay. Cool. Das ist sehr cool. Ja, die Deutschen haben's halt drauf. Drachen töten. Drachen töten haben wir halt drauf, ne? Hätte man jetzt eigentlich gedacht, dass es eher den Briten zugesteht. Aber nein. Äh, ich als Weep-Kling-Main kann's gegen Vatale sehr empfehlen. Wie wäre Energie-Klinge? Ah. Weiß ich nicht. Energie-Klinge finde ich immer etwas schwierig. Ich bin kein großer Fan von Energie-Klinge. Also, Energie-Klinge ist super cool. Ähm, mir ist sie bloß teilweise etwas zu, zu störrisch, was die Kombos angeht. Da mag ich Switch-Axis sehr viel lieber. Tatsächlich. Weil ich damit ein bisschen, ein bisschen freier agieren kann. Hab ich das Gefühl. Was? Drachen töten? Du darfst nicht getötet werden, nur geröstet. Naja, die anderen Dragons. Dragon ist ja immer noch nur die Kurzform von Dragon-Killer bei mir. Ich meine, ergibt ja schon Sinn, ne? Dass wir Deutschen alle ziemlich stark sind, was Drachen töten angeht. Wir sind ja alle irgendwo weite Nachfahren von Siegfried. Das ist dann natürlich schon klar, wenn man so einen berühmten Drachentöter irgendwo, äh, irgendwo im Land hatte. Dass, äh, das ist dann natürlich so ein bisschen, so ein bisschen überschwappt. Hi! Langschwert-Kumpel. Ich wollte gerade sagen, deine Waffe sieht wie blauer aus als meine, aber nee, die ist aber so blau. Die frühen Sachen auf dem YouTube von Kante hat er auch, ähm, H auch auf Deutsch gehabt. Ach, krass. Sehr interessant. Ja gut, manche Leute wechseln ja dann einfach, ne, wenn sie, wenn sie es dann versuchen, äh, international zu machen, äh, wechseln ja dann einfach die, die Sprache dann auf Englisch. Beziehungsweise, wenn ihr ja grundlegend nicht redet, dann ist ja eigentlich eh egal. Äh, Elementar können wir nicht machen. Wir können Gesundheitsregeneration machen. Ich meine von mir aus. Äh, wenn ich mit dem Bluesverband bin, hänge ich einen Claymore ins Treppenhaus. Äh. Ich dachte als Kind immer, dass Siegfried total die Lusche wäre, weil ich nur diesen schlechten Slapstick-Film gesehen habe. Ich glaube, je nachdem, was du da schaust, hast du auch ein anderes Bild von dem, ne? Ach, schön. Okay, ich muss noch was futtern und dann, ach so, ich habe den Quas noch gar nicht angenommen, ne? Es tut mir leid. Hm, zerlegen eins, weiß ich nicht, ob das so, das können nur eine Weile dauern, bis wir zerlegen eins brauchen, liebes Spiel. Sehe ich jetzt noch nicht. Äh, so. Und, äh, Brezel. Free-to-Play-Bretzel. Willkommen zu dem. Guten Abend. Schön, dass du dabei bist. Aber ich gehe trotzdem auf Elementarwiderstand. Ah, so. Erlegt den Fatalis nochmal. Habt ihr ihn schon erlegt? Nein, nein, wir haben bisher nur nicht geschafft. Fatalis ist bisher noch nicht besiegt worden. Äh, schöner Tag, hm? Ich weiß nicht. Ist ein schöner Tag. Hahaha. Wir werden immer und immer wieder komplett verbrutzelt. Hm. 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 Bin ich mal gespannt, was das Langschwert so macht. Wir haben jetzt ein bisschen weniger Elementar. Aber das muss ja nichts heißen. Sommer, Sonne, Fatalis Feuer. Hahaha. Äh, halt. Ich kann auch noch zwei. Deswegen haben wir ein bisschen weniger. Hm. Äh, nein, nicht Ausrüstung ändern. Hier, genau. Da kann ich die beiden Drachensachen nochmal ranpacken. Okay, ich habe noch genügend Drache. Das ist sehr gut. So, von 720 auf, na, 97. Okay. Äh, so. Blaufoxboy überfordert mich, obwohl ich weiß, dass er ein Bot ist. Wie überfordert er dich? Hahaha. 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 Jetzt habe ich den True God, den weißen Wackel, da alles. Hahaha. Es geht tatsächlich, dass du den Kopf ändern kannst. Oh Gott. Hahaha. Ich dachte echt, dass es ein komplettes Kostüm ist. Ach, wie gut. Wie gut einfach. Hahaha. Ja, das ist, also es ist abstrakt. Das ist krank. Hahaha. Ah, wie hat euch die Gegend wackelt. Hahaha. Ach, schön. Habst du das zweiten Cutscene geschafft? Endlich. Glückwunsch. Na also, siehst du? Einfach weiter probieren. Dann wird das schon was. Ah, wie gesagt, Glückwunsch. Hahaha. Ey, ich hätte bis jetzt gerade eben, hätte ich immer noch schwören können, dass es ein komplettes Kostüm ist. Ich dachte nicht, dass sie das, dass sie das zulassen. Ich glaube, ich kenne meinen nächsten Halbtraum. Stell dir so eine Fatales-Mod vor. Hahaha. Oh, der wackelt alles. Hahaha. Liebe im H-Community. Bitte. 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 Oh, bitte macht was draus. Hahaha. Das wäre viel zu nice. Now it's time for dragons revenge. Ja, hoffen wir es. Sonst sehen wir ziemlich dumm aus, wenn das nicht das wäre. Das Haus hier ist ein Mixer aus Drache und T-Rex. Naja, mit Wackelkopf, ne? Okay. Dann probieren wir das mal. So, jetzt bin ich gespannt. Großes Problem an der Sache ist, wir müssen jetzt zweimal anhauen, um ihn zu schwächen. Das heißt, Schwächen ist längst nicht mehr so effektiv. Aber vielleicht können wir jetzt ein bisschen besser überleben und ein bisschen besser gegen ihn klarkommen. Oder an ihm dranbleiben. Das hat schon mal ganz gut funktioniert. Gut, dass ich nicht Stream-Snipe. Das wäre ja schon gemein, wenn du das tun würdest, ne? Hättest du ja einen unfairen Vorteil. Hahaha. Ah, schade. Du musst halt trotzdem super schnell agieren. Was er gerade ihm so tut. Was du darauf tun musst. Das ist nur wieder ein bisschen schön, was anderes zu spielen. Man braucht ja auch immer ein bisschen Abwechslung. Gläfe wäre halt die große Frage. Aber ich glaube, Gläfe würde auch nicht so viel bringen, nicht wahr? Ach. Ich will kein fatales Schlabber an mir. Danke. Hahaha. Lieber fatales, sie können aufhören, mich anzuschlabbern. Ah. Okay, schön. Schönes Ding. Wunderbar. Ah, ich wollte eigentlich. Ach, schade. Hat es eigentlich schon rausgehauen. Naja. Kann man nichts machen, ne? Was wäre es jetzt eigentlich für ein Troll, wenn sein Schweif jetzt abtrennbar wäre? Hahaha. Nach all den Jahren, wo es keiner verstanden hat, weswegen der Schweif nicht abtrennbar ist, wäre es jetzt der Übertroll. So, oh, by the way. Hahaha. Aber nein. Wird wohl nicht der Fall sein. Da bin ich mir relativ sicher. Vielleicht wäre der Kopfstammler auch effektiv gegen ihn. Naja, wenn der Kopf seine Schwachstelle ist, bestimmt. Ah, ich wusste es. Ich wusste es. Bin wieder nicht weggegangen. Och, komm schon. Fatales Schlammerei, nicht die Poren. Äh, guten Abend, Richmitch. Willkommen zu Stream. Schön, dass du dabei bist. Ein bisschen wie Nivea-Creme. Nur hundertmal widerlicher. Hahaha. Na gut, das hat nicht so gut funktioniert. Ähm, probieren wir das gleich nochmal. Fatales Schweif in Eisbond abtrennbar war mir der Megatroll, ja ne? Hahaha. Hahaha. Ich würde es irgendwo auch feiern, muss ich sagen. Ich würde es irgendwo feiern. Ach, je. Okay. Ja, ja, genau. Das Langschwert, mit dem man angeblich den Lausch an Lungen-Schweif abtrennen soll. Oder können soll. Hahaha. Das war auch richtig gut. Hahaha. Wer auch immer das geschrieben hat, ne? Aber wer war dafür zuständig, dass der komplette Generation verwirrt war. Hahaha. Oh, ich seh's immer nie. Ich... Es war jetzt Glück, dass ich davon nicht getroffen wurde, aber ich seh's tatsächlich immer nie. Das ist eine meiner größten Schwächen gerade doch in dem Kampf. Dass ich nicht sehe, wann er die Ulti auflädt. Ach, hier ist das noch gar keine Balliste. Ja. Nein. Fatal ist es leider noch nicht geschafft. Wir sind noch dran. Du hast eine gewisse Richtung, wo du hin willst. Scheibe. Okay. Guter Schaden. Ja. Okay. Oh Gott. Okay. Jetzt haben wir den mal so ausgewichen. Äh, hab ich bisher auch noch nicht geschafft. Ist auch ein krasses Biest. Muss man aber einfach sagen, ne? Das ist... Keine Schande, den ja vorher ist nicht zu schaffen. Es ist ähnlich wie Alatrion. Du brauchst erstmal Zeit, um dich, äh, an ihm erstmal zu gewöhnen und einzufinden. Ich wollte mal fragen, ob du weißt, wie ich Alatrion Gewebe in Jen bekomme. Kalle, Rücken, Kopf sind es nicht. Zwischen ewig dran, kommen mir langsam dumm vor. Äh, Flügel. Gewebe sind normalerweise immer Flügel. Äh, ich weiß nicht, ob du Flügel zerstören kannst. Äh, wenn ja, dann musst du mal versuchen, die Flügel zu zerstören. Weil Gewebe heißt normalerweise immer, dass du Flügel brauchst. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob du Alatrion Flügel in Jen zerstören kannst. Also generell, ob du sie selbst zerstören kannst. Das ist nicht die beste Idee gewesen. Hahaha. Das war definitiv nicht das, was ich wollte. Ja, Flügel. Und genau, ja. Am besten, äh, also ich schlag Keranico zum Beispiel vor. Ist eine wunderbare Seite, wo du alles findest, was du dazu wissen musst. Da kannst du einfach theoretisch Alatrion Gewebe eingeben. Gibt's sogar auf Deutsch. Ähm, und dann zeigt es dir an, was du dafür tun musst. Jetzt komm ich mir richtig dumm vor. Wenn man's nicht weiß, das ist, man lernt immer weiter. Das ist, Monster Hunter ist ein Spiel, in dem man ständig lernt. Deswegen, gräm dich nicht, sondern, ähm, ja, sondern lerne einfach draus. Oh Gott. Dazu sei gesagt, dass man, äh, die im Hiring zu 75 bekommt. Im G-Rank nur zu 10%. Oh, krass. Oh. Bin drin. Uuuh. Könnte ich bitte mal das Feuer loswerden? Danke. Ja, am besten ist keine schlechte Idee. Okay, Phase 2. Let's go. Das klingt sehr gut. Ah, ist gerade nicht angeschlagen, nicht wahr? Bleibt doch im Feuer stehen. Ja, ich weiß nicht. Klingt gerade eben nicht so toll. Gott, wie rumbackelt. Der Arme. Fatal ist die etwas heißere Variante zum Grill. Okay, und da ist er auf dem Boden. Aber er steht noch. Also aufrecht. Das wollen wir natürlich nicht sehen. Ah, zu früh. Ah, zu früh. Ah. Das war mies. Ich weiß nicht, wie over the top dieser Angriff ist. Aber es ist das ganze Zeug weggeschmolzen. Das ist halt schon krass. Ah, das ist halt schon extrem krass. Ja, wie er einfach wirklich alles dort wegschmilzt. Cool gemacht. Auf jeden Fall. Dieser Spezialangriff von ihm. Sehr, sehr cool gemacht. Ach, halt. Das war total Blödsinn. Ah, so. Statt der Sitz sein Odum ein, habe ich gerade erheizt seinen Ofen an verstanden. Heizt seinen Ofen an. Vielleicht backt er uns gleich was. Ah, schön. Oh. Ich wollte schon sagen, das sah gerade ihm sehr merkwürdig aus. Er hat sich extrem lang geschlängelt, ne? Ah, kleiner. Und wird alles der Bäcker. Ah, ha, 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 ha. Da wollte ich gerade mal nicht direkt drinnen stehen. Zack. Sehr schön. Oh, nein. Au. Oh. Okay. Ah, ja, okay. Das ist das Schrauben. Kleine Bonus wäre natürlich noch, wenn man aufpassen müsste, dass man nicht vom geschmolzen Metall getroffen wird. Das wäre dann, glaube ich, ein bisschen heftig, oder? Ja, da musst du schon über das ganze Feld rennen, um nicht drauf zu gehen durch den Angriff. Das ist vielleicht ganz nett, wenn du dich da kurz erholen kannst. Der wäre schon zu stark. Nächste, die im Supermarkt, der Maxi Grill. Was so ein Fatales und Express-Bus. Das ist aus Talmadur. Zulang dir vorher reicht. Oh, weh. Okay. Ah. Nicht reinschubsen. Okay. Oh, das ist wahnsinnig schwierig, das zu treffen. Savi's Gärtner, Fatales Bäcker. Was ist denn der Latrion? Hausbesetzer? Schwierig zu sagen. Aha. Du fliegst. Ich habe direkt das passende parat. Ah, seine Brust ist halt wieder nicht angeschlagen. Ah. Hörst du wohl auf? Aller gemeiner Chef. Friseur. Er rasiert dich auf jeden Fall, wenn du, wenn du nicht aufpasst. Pass schon. Machen wir Pause, um mir was zu essen. Okay. Guten Appetit dir. Piu, 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 piu. Piu, piu. Ah. Ah. Au. Oh, der Schaden. Oh, der Schaden. Au. Das war unangenehm. Okay. Keine Föhnfrisur machen. Haare statisch aufladen. Eine kühle Rasur geben. Wasser. Haare waschen. Passt schon. Okay. Yes. Ah. Ah, ich wollte gerade eben. Eindeutig Föhnfrisur. Max, da baut nochmal nach. Dann dir auch einen guten Appetit. Play it. Latron ist der Depp, der das Memo zu den Gender-Revealed-Partys nicht gekriegt hat. Was? Moment, wenn der Fatale so tief in die Augen sieht und einfach weißt, jetzt kommt irgendwas Großes. Ja. Und du bist gerade eben nicht darauf vorbereitet, es irgendwie zu blocken. Das ist der schlimmste Moment. Ich erwähne gerade wieder normal. Das ist super. Aber er steht noch. Er steht noch. Können wir so gerade eben nicht lassen. Oh. Das war ein schöner Schaden an die Brust. Nein. Ah. Hätte er da nicht gerade eben so nach unten. Also wäre ich noch einmal weitergerollt, dann hätte er schön gepasst. Hau den Schweif ab. Ich probiere es ja. Ja. Ja, jetzt ist er fast schon zu weit weg. Nicht wahr? Also gefühlt. Wir werden das eine Versammlungsstätte, ernste Gespräche. Ernste Gespräche sind immer wichtig zu führen. Pew, 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 pew. Oh. Okay. Geht nicht in meine Richtung. Das heißt, wir können hier durchhauen. Wunderschön. Das gibt das große. Ne, gibt es nicht. Achso, er ist zusammengezogen. Okay. Dann kann es natürlich nichts Großes geben. Das hat er noch getroffen. Ärgerlich. So, mach pew, pew. Hau ihn weg. Ach, steht schon wieder. Unfassbar. Das ist ein Trend in den USA. Wollte ein großes, äh, Wo-how draus machen. Das Geschlecht sich aus ungewordenen Kindes zu entfüllen. Au. Kommen dabei völlig übertriebene Effekte zum Einsatz. Wenn er pure Technik im Einsatz war, brennt jetzt ein Großteil von Karnefolien. Holy, okay. Ach, krass. Das ist halt schon echt übertrieben, ne? Oh. Es ist halt so eng vom Timing her. Oh, bin drin, bin drin, bin drin. Schade. Hey, der Wall hält. Wow. Mies. Das ist aber halt, ne? Wir hatten keine Chance. Also, es war ja, ähm... Es war ja nicht so, als wären wir langsam gewesen. Es war ja, sobald er losgeflogen ist, sind wir ja gerannt. Das ist ein unfassbar... Das hat beim ersten Mal so viel besser funktioniert, ne? Also, so viel einfacher ausgesehen. Ich sag mal so, diese Affen können kein herzliches Gespräch mitmachen. Ich verschwinde mal... Äh, ich fühl mich schrecklich, weil ich diesen Kampf nicht gebacken kriege. Es passiert immer Quatsch. Irgendwann geht es mir heute nicht so gut. Ja, dann übertreib's nicht, ne? Ähm... Das ist, das ist immer das. Fatal ist es jetzt erstmal ne Weile da. Das ist... Übertreib's nicht, wenn's dich... Wenn's dich nervt hat, wenn's dich ärgert, dann... Mach Pause, beende es. Mach morgen weiter. Das ist so, so... Ähm... Burnt man sich schnell aus. Nicht wahr? Wenn man... Wenn man dann halt immer, immer weiter macht. Gut dich zu sehen. Deswegen... Einfach Schluss machen. Es sein lassen. Theoretisch... Sieh's auf der guten Seite, was du alles erreicht hast, theoretisch. Ähm... Heute Morgen konntest du nicht mal sagen, wie fatal das überhaupt funktioniert. Und jetzt hast du schon einen guten Plan, wie du... Wie du ihn packen könntest. Ähm... Sage ich jetzt einfach mal, ne? Deswegen einfach positiv sehen. Und... Dann morgen mit einem guten Gewissen weitermachen. So mach ich das auch. Äh... Das meinte ich vorhin. Dann doch lieber zumachen. Er wird ja alle gleich schnell. Ja, das ist das Problem. Es war keine... War keine schneller als der andere. Das war die... Die schlimme Sache. Aber ja, ich seh... Ich hab... Ich hab tatsächlich nicht realisiert, wie schnell sich der Schaden erhöht. Also, dass du halt... Kurz, äh... Nachdem der Schaden ein bisschen runter tickt, du wirklich instant tot bist. Da hab ich tatsächlich nicht geschalten. Ähm... Ich wollte ihn halt mal besiegen. Um zu gucken, wie sein Equip und so weiter ist. Wollte ihn nicht online nachgucken. Ja, aber... Das wird ja... Wird hier noch genügend Momente geben, oder? Ähm... Das muss ja alles nicht am ersten Tag passieren. Und wie gesagt, wenn du... Wenn du irgendwo mitmachen willst oder dabei sein willst, dann... Ähm... Hättest du ihn jetzt schon zehnmal erledigen müssen, aber... Das ist überhaupt nicht... Überhaupt nicht notwendig. Morgen ist auch noch ein Tag. Können wir sogar fast die Beine herstellen. Ich seh's dann equipiert schon. Okay. Wär schon stylisch, wenn du aber mit der kompletten Fatales-Rüstung zu ihm gehen kannst, ohne ihn zu erledigen. Hahahaha... Egal. Viel Spaß euch noch. Gute Nacht. Okay. Ebt ihr auch eine gute Nacht. Ich hoffe, morgen geht's dir wieder besser, Tregios. Ähm... Und ja, schlaf schon. Bis zum nächsten Mal. Äh... Ich bin froh, dass ich ihn einmal Solo geschafft hab. Damit es mein Tagesziel erreicht. Ja, gut. Hier, da setzt sich auch immer andere Ziele auch. Je nachdem, wie er's ja... Wie er's ja kann und wie es möglich ist. Hahahaha... Das ist... Ich würde heute auch gerne noch länger grinden, aber das ist heute auch... Oder das ist jetzt auch der letzte Versuch. Egal, wie's passiert. Weil... Ja. Muss natürlich morgen wieder raus, ne? Also ich kann... Leider nicht bis 6 Uhr morgens Fatales durchgrinden. Und deswegen... Äh... Ja. Schauen wir mal. Gelobt seid die Diebeskatze. Oh, okay. Das ist cool. Diebeskatze ist da mega. Hallo, das ist Standard. Also ich bitte euch, ne? Bist du Fatales auch schon auf dem PC raus? So sieht's aus, ja. Ähm... Das... Äh... Die Versionen sind jetzt komplett gleich gekoppelt. Das heißt... Der PS4 passiert, passiert genau gleichzeitig auch auf dem PC. Äh... Welcher wahnsinnige Irre versucht sich denn bis 6 Uhr morgens immer am gleichen Content? Hm... Ich weiß es nicht. Hahahaha... 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 Und dann... Ciao, Firebay. Schön, dass du dabei warst. Wir wünschen noch einen schönen Abend, eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Sie haben es tatsächlich gleichzeitig releast. Ja, krass, ne? Hahahaha... So. Haben wir noch eine Person? Ein Karuga an sich. Machst du noch mit oder... Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Du bist du gerade eben? Was gibt's morgen im Steam? Dann so auf dem Silver Tablet Dragon? Äh... Naja, mich. Hahahaha... Hahahaha... Das ist das Problem. Mich gibt's dort. Hahahaha... Das ist... Auf dem PC bin ich sehr viel schlechter ausgerüstet. Deswegen wird das sehr, sehr viel problematischer. Hahahaha... Bin gleich da. Okay, alles gut. Alles gut. Kein Stress, nur ob du da bist oder nicht. Street Fighter Content wurde mit diesem Update auch endlich mal auf dem PC nachgereicht. Okay. Welcher Street Fighter Content? Also das noch von High Rank oder was? Was gab's da? Der Irre macht Fatal ist heute am PC. Naja, morgen. Hahahaha... Ich weiß nicht, wie lange ich gemacht hab. Ja, bis 6 könnte ich bei mir auch... Könnte bei mir auch hinkommen. Hahahaha... Hahahaha... Ähm... Wenn's... Wenn's bei mir nicht nur die... Äh... Nur nicht die Arbeit wäre, die da im Weg stehen würde. Würde ich sowas natürlich auch gerne machen. Naja... So ein Release-Stream, ne? Naja... Und auf der Gegenseite... Naja, Fatal ist, ne? Ich denke mal Fatal ist. Achso, du meinst Kanter. Oh, okay. Hahaha... Hahaha... Jetzt... Na, aber wo ist der Unterschied? Er hat ihn ja auch schon auf Dings gemacht. Schon auf der PS4 gemacht, oder? Hahaha... Äh... Ich glaub, ich war auf dem Morgen-Wirk-Bereich. Hahaha... Gut möglich. Only... Äh... Wir gucken mal. Ich mein, wenn's läuft wie heute, dann schon. Ähm... Mal sehen. Vielleicht machen wir morgen auch die USJs. Äh... USJ haben wir jetzt heute ja gar nicht gemacht. Aber grundlegend ist erstmal Fatal ist angesagt, ja? Vielleicht farben wir erstmal ein bisschen für Fatal ist. Und machen dann irgendwas. Ähm... Gucken wir mal. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber generell sind die nächsten paar Streams, äh... Eher Fatal ist lastig. Weil ich ihn gerne auf jeden Fall mal besiegen würde. Und auf der PS4 am liebsten natürlich auch mal Solo. Äh... Bei mir war's dann der Alkohol, der mich dazu gebracht hat aufzuhören. Ja gut, das ist... Wenn du halt Fallen so lange durchtrinkst, dann tut das, glaub ich, irgendwann schon arg weh. Ich hab erst vor ein paar Stunden eine Daterung geschafft. Ich persönlich muss das neue Monster nicht abgefarmt haben. Hauptsache das Game macht fun. Ich schätze, sind viele hier der gleichen Meinung. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm... Das absolut. Nur, wie gesagt, das ist halt... Äh... Du kommst halt immer ein bisschen komisch vor, wenn die ganze Community... Halt... Doch schon... Schon sehr hart dann halt eben... In dem Bereich ist, oh wie, du hast es noch nicht geschafft. Und, äh... Ihn halt schon theoretisch speedrunnt, während du versuchst ihn noch normal zu bekämpfen. Sagen wir es mal so. Aber klar. Das ist jedem seine Geschwindigkeit und jedem sein was. Deswegen hab ich vorhin auch aufgehört, ihn solo zu erledigen. Weil ich gemerkt hab, dass es mir... Äh... Heute keinen Spaß mehr machen würde. Ich weiß nicht, ob er immer noch ein Monster ist. Vielleicht ist sie ja eine Katze. Eine versteckte Katze. Oh Gott. Oh. Okay. Na, ich wollt grad sagen, wenn ihr jetzt einen Feueratem macht, aber das war halt... War halt der komplett falsche Feueratem, den er gemacht hat. Dammit. Vielleicht ist ja Manuel Neuer. Oh Gott, das hab ich ewig nicht mehr gehört. Oh, wow. Hol mal einen Laserpointer raus. Ja genau, dann können wir's feststellen. Er ist eine Illusion. Meinst du, er ist Loki? Oh, okay. Das war der letzte Feuerball. Und... Raus. Sehr schön. Dragon besiegt sich seit Stunden selber. Deswegen kann ich ihn auch nicht töten, weil ich dabei immer mich selber töte. Oh Gott. Phantom Ganon. Ah. Das Gewackel immer. Auf dem Gewackel. Okay. Drachenkapsel. Okay. Sehr schön. Fatalismaterial. Eine Scherbe. Die werden wir alle noch brauchen später. Die werden später alle noch sehr, sehr wichtig werden. Gott, seine Rüstung immer zu farmen, ne? Na, Fatalis-Meme gesucht. Aber hier bin ich hier drauf gestoßen. Muss ich mir gleich mal anschauen, worauf du da gestoßen bist. Oh. Komm. Nein. Au. Gott. Ups. Ups klingt nicht so gut. Oh. Das war so knapp. Schöner Schaden. Er wackelt wieder. Oh. Oh. Ich bin immer ein bisschen zu schwer. Zum Glück hat man das nicht gesehen. Ich hab's gehört. Okay. Das war ja peinlich. Passiert dem Besten. Passiert dem Besten. Ich überseh's immer. Meine Güte. Wenn ich da besser aufpasse. Weil das ist so ein Angriff, der... Der halt alles entscheidet. Na gut, okay. Ich dachte, er wäre noch nicht angehittet. Aber passt schon. Nein. Schluss damit. Ah. Ah. Wo willst du denn hin? Das war nicht die richtige Richtung. Ich glaube, mein Talimatur wird hungrig. Das ist so ein größtes Fatales. Das wäre, glaube ich, genau das Richtige. Dafür müssen wir ihn erst mal rösten. Oh, wow. Oh. Bam. Schön auf die Brust. Nice Sache. Na. Was hat er? Ich glaube, der kann dich nicht leiden. Das ist deine Rüstung. Die ihm nicht gefällt. So, Lir. Ich werde mich für heute mal verkrümeln. Ich wünsche ihm noch ein frohes Fatales-Mobben. Gute Nacht. Bye, bye. Bye, bye. Necro-Fan. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ah. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Eine gute Nacht. Und du bist zum nächsten Mal. So. Kleine Mettelchen. Hör. Nicht mit mir, Fatales. Nicht mit mir. Hohoho. Also unfassbar gefährlich. Nein. Ah. Sehr, sehr stressig das Ganze. Sehr stressig. Natürlich beugt er sich so weit zurück, dass ich ihn ja nicht treffe. Okay, wir haben mal wieder Elan aufgebaut. Das war mal wieder sehr wichtig. Okay. Mal wieder ein bisschen weiß. Ah. Das wird auch mal die wichtig. Ach. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber das finde ich auch so schwierig, das abzupassen, wann er das macht. Das fackelt aber schon ordentlich, ne? Das war nicht das. Ja. Vielleicht ist es ganz gut, dass es die letzte Runde ist, ne? Ich denke nach, äh, nach vier Stunden Fatales ist man irgendwo auch generell durch. Hahaha. Wir hatten ja auch keine, keine Abwechslung. In die Runde hast du mich, ja. Sehe ich auf jeden Fall. Das ist, das ist schon hart, wie er dich mobbt. Das ist kein Fatales Mobbing, das ist gerade Bomber Mobbing. Hahaha. Und ich bin's nicht mal, der Bomber mobbt. So, zacker. Sehr schön. Wo genau willst du hin? Oh, oh, okay. Das war gruselig. Da hatte ich nicht genau gewusst. Ich habe mich halt vor allem noch reingezogen, ne? Ach. Ärgerlich. Oh, das war klar. Okay, es gibt nur einen Angriff, den du ohne Blocken hoch, äh, nicht blocken kannst. Das ist interessant. Das ist ja tatsächlich auch ganz angenehm, ne? Der Feuer-Swipe. Okay. Ganz schnell aus dem Menü raus. Hörst du wohl auf damit? Nein, du sollst nicht das weit... Oh. Oh. Nutz die Spitzenfelsen für irgendwas. Denk nach. Ich habe nachgedacht. Ich habe festgestellt, das ist ganz cool. Ja. Nicht riesige Feuerexplosion. Der einfach Swipe. Okay. Ah, interessant. Dass der da nicht blockbar ist, ne? Morgenbach mit dem First Try Dragon. Ich verzweifle es. Aber hey. Ich, äh, ich gehe mal mit mit einem großen Optimismus. Ja. Dragon hat es gefunden. Denk nach. Ja. Ich habe nachgedacht. Ich habe festgestellt, ich hätte mich irgendwie schon viel früher nutzen können. Hi. Okay. Wunderschön. Phase 2. Einmal habe ich versucht, der wurde geröstet. Dachte, dass es nichts bringt. Hm. Vielleicht... musst du es im richtigen Winkel treffen. Vielleicht war das jetzt aber nur der perfekte Winkel dafür. Okay. Ey. Er liegt. Also er steht. Also er, wie auch immer. Whatever. Oh. Er schläft. Gute Nacht. Kleiner Fatalis. Träumen von brennenden Schloss Schraders. Ja. Das hat nicht gehört raus. Nicht schade. Ich gebe 200% Kampfeinsatz. Sehr gut. Ich glaube, vielleicht war es einfach nur ein falscher Winkel oder keine Ahnung. Schade. Schade. Aber nochmal eine gute Quest. Nochmal in die zweite Phase gekommen. GG. Ja. Ja. Ach Gott. Dieser Fatalis. Dieser Fatalis. Hör. Hör. Monster on the World. Neues Update. Danke, Steam. Hätte ich sonst nicht gewusst. Hör. Danke für die Erinnerung. Was? Monster hat ein neues Update. Lass mal morgen gleich reinschauen. Ich will wissen, was es ist. Hör. Bestimmt wie solche komischen Viecher. Die niemand leiden kann. Ach, schön. Ah ja. Damit würde ich dann für heute beenden, weil ich bin A erstmal fertig. Und ich denke, dass ihr alle auch ein bisschen fertig seid. Deswegen machen wir für heute mal Schluss. Übrigens, Emma Wolter hat ein neues Update. Was? Wir spielen hier die ganze Zeit noch den alten Kram. Na dann doch. Was du heute kannst besorgen. Das Verschiebe stets auf morgen. Naja, es geht nicht darum, dass ich irgendwas besorgen kann. Es geht nicht darum, dass ich es verschiebe. Es geht ja mehr darum, dass ich morgen arbeiten muss. Und deswegen aber keine Zeit mehr habe. Schön. Und piegerüstet. Aber Fatales. Wunderschöner Kampf. Richtig, richtig cool. Hat mir sehr, sehr gefallen. Ähm. Das ist. Manchmal wünschte ich mir, dass es einfach nur eine Singleplayer-Quest ist. Die halt stärker auf den Story-Fokus geht. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ähm. Aber grundlegend ist es auf jeden Fall mega cool. Also ich hätte halt mehr tatsächlich... Also mir hat halt der Anfang sehr Spaß gemacht. Ähm. Und, äh. Die Sache ist, äh. Ja. Ist jetzt halt eben ein krasser Kampf. Aber dieser Story-Teil fehlt irgendwie so ein bisschen. Das ist ein bisschen schade. Aber. Äh. Super, super krass. Was man da machen kann. Ähm. Ist es etwa das legendäre Update, mit dem man DLCs direkt aus dem Spiel kaufen kann. Ohne sie im Shop zu suchen. Der Hype ist real. Ich habe da irgendwas gelesen. Ich habe es jetzt noch nicht genau angeschaut, aber irgendwas habe ich da gelesen zu... Zu Sachen, die man jetzt direkt kaufen kann. Das klingt natürlich mega cool. Das ist sehr schön. Es gibt bestimmt schon Petitionen. Ich habe das Gefühl, wenn ich hier auf Reddit gehe, werde ich nur Posts darüber sehen, ähm... Dass Fatalis, äh... Zu schwer ist. Äh. Ich weiß es nicht. Entweder oder würde ich sagen. Entweder oder. Äh. Ein Teil würde sagen, oh, Fatalis ist so schwer. Bitte nerft ihn. Ähm. Der andere... Äh. Der andere Teil würde sagen, oh, Fatalis ist so einfach. In Freedom Unite war Fatalis viel schwieriger. Öh. Du hast Klammerklau und so. Das sind halt immer die beiden Lager von Monster Hunter. Das ist eben das. Und guten Abend, Bobitanium. Willkommen zum Steam. Du kommst gerade rechtzeitig zum Ende. Schauen wir die Gesten, dann siehst du es. Okay. Äh. Oh, ja, okay. Das ist cool. Das ist mega cool. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und das kannst du dann theoretisch... Ist für mich die Playstation Steuern herzustellen? Nein, ich glaube nicht. Hahaha. Ah, das ist sehr stylisch. Ja, das ist super, super cool. Ja gut, Ausrufe kann man sich nicht unbedingt kaufen. Hahaha. Ist mir etwas voll jetzt? Oh, ja. Wobei, du kannst ja die wichtigen Sachen speichern, ne? Fackeltallies, äh, winken in die andere Richtung. Bei mir nicht. Hahaha. Äh, so. Ich habe nach Dragonkiller Glacier gesucht. Und auf einen Schlag fünf neue Bilder von meiner Collection gefunden. Okay, krass. Jetzt muss ich nochmal das Meme angucken. Warte mal, bevor ich das vergesse. Hahaha. Hahaha. Äh, die Katze guckt sehr begeistert. Warum auch immer das fatales Meme ist. Hahaha. Äh, ist schön. Ich hatte bei allen Runden, die ich heute versucht habe, Spaß gehabt. Äh, weil ich immer neue Sachen gesehen habe. Äh, ja. Das ist, wie gesagt, für mich war es heute nichts mehr gewesen, den Solo zu probieren. Aber, äh, die Runden haben auf jeden Fall Spaß gemacht. Die normalen. Muss ich sagen. Möchte dich eine gute Nacht und schöne Träume. Bis dann. Bis dann, Vobitanium. Und dir auch. Wunderschöne Träume. Der meisten Runde geladene Mod, äh, senkt fatales Angriffskraft auf die Hälfte. Denkt, der Aufschrei wird mal wieder unnötig groß. Echt jetzt? Das ist, aber, ja. Auf der einen Seite, ja, vielleicht, wenn du halt hart casual bist, aber, ach, keine Ahnung. Das ist, das ist, das ist doch irgendwie traurig, wenn du das am ersten Tag machst, oder? Halt da ihn schon hart nervst. Das ist halt irgendwie, ah, das ist ein, das ist ein Trauerzeugnis. Ich bin ja niemanden, der, der jemanden, ähm, zu, zu extremen Sachen pusht, ne? Das ist, wenn Leuten irgendwas zu schwierig ist, dann, äh, von mir aus. Niemand muss, äh, Manus in, in Dark Souls töten. Äh, vor allem nicht ohne Black Knight Waffen. Ähm, das, äh, das muss nicht sein. Aber, na, am ersten Tag, halt so häufig, äh, weiß ich nicht. Das ist schon tragisch. Weil du hattest ja nicht mal Zeit, ihn zu probieren. Das ist okay, ich habe jetzt sehr viele Leute gehört, die scheinbar wirklich, äh, Urlaub genommen haben für ihn. Schätze ich mal. Oder einfach, äh, einfach noch zu Hause sind. Ähm, in seinem, äh, wo der Release jetzt kam. Aber, wenn es so Leute sind wie ich, die halt wirklich jetzt am Abend oder zum Mittag erst, die versucht haben, dann kannst du ja, äh, vielleicht 10, 15 Versuche gemacht haben. Das ist ja gar nichts. Sollen Fatale so lassen, wie ihr Capcom macht da was? Ich denke aber nicht. Ich denke nicht. Capcom schreitet bloß ein, wenn es wirklich dumm ist. Ähm, zum Beispiel Waldschrath. Waldschrath haben sie vielleicht ein bisschen zu viel gemacht. Vielleicht haben sie bei Waldschrath auch, äh, auch ein bisschen zu sehr auf die Leute gehört. Aber das haben sie danach dann auch nie wieder gemacht. Das Waldschrath war, war so eine Sache, wo sie gelernt haben, okay, man muss nicht immer auf jeden Aufschrei hören. Weil die Leute immer schreien. Wie gesagt, Alatrion wurde nicht genervt. Safi wurde nicht genervt. Extreme Behemoth wurde nicht genervt. Von dem her, ich denke, das passt schon so. Mal gucken. Freue ich mich auf Monster Hunter Rise? Da kann niemand schummeln. Äh, ja. Ja. Das, äh, das auf jeden Fall. Wobei, na, ja, keine Ahnung. Also ich meine, geschummelt wird immer irgendwie. Ähm, aber, ja, solche Mods kommen dann halt natürlich nicht mehr vor. Da ist es schon richtig. In Hinsicht, äh, eines der neuen Bilder. Glaciola ist ready für die Jagd. Oh, oh. Tief in, tief in Meditation. Bereit für den großen Schlag gegen eine Fatalis. Sehr schön. Cooles Bild, auf jeden Fall. Ähm, Fatalis ist super. Ist so eine richtige, richtig gute Endgame-Herausforderung. Absolut, ja. Ja. Ist wie es absolut ist, Endgame. Äh, man muss so viel im Spiel erledigen, bis man ihn überhaupt erst betrachten kann. Ja. Äh, er ist gut so, wie er ist. Auf jeden Fall. Leute kommen einfach nicht damit klar, dass sie zum... Erstmal etwas nicht in fünf Minuten mit ihrem Raging-Brachi-Waffen zerfetzen. Er ist kein Hackenslay-Spiel, aber nein. Nee, er ist auf jeden Fall so. Äh, und da, finde ich, hat, äh, Iceborne auch einen wunderbaren Schwierigkeitsgrad. Ähm, den man, den man supergut auch spürt, wie es langsam immer schwerer wird, ne? Wo dann die Leitlande anfangen, wo es dann heftig wird. Äh, wo es dann zu den DLC-Monstern übergeht, die den halt sehr raushauen. Äh, deswegen, ja. Es wird halt immer solche Leute geben. Ich will ja eigentlich nie was gegen solche Leute sagen. Äh, weil es gibt halt immer Casuals. Und wir waren irgendwo auch irgendwann mal Casuals. Die jetzt halt einfach nur ein bisschen mehr gespielt haben und sich mehr informiert haben über das Spiel. Äh, und das muss ich auch nicht jedem zumuten. Aber auf der anderen Seite, ach, keine Ahnung. Ist schwierig. Ähm, es ist halt eben, ja, du kannst eigentlich kein Casual mehr sein, wenn du in diesen Bereich gehst. Aber manche Leute lassen sich halt pushen oder haben sonst irgendwelche anderen Sachen. Naja. Genau sind die Leute, die das Hauptspiel einfach mit der Defender-Rüstung machen. Die machen nicht Solo. Ähm, ist mal was falsch. Sind wieder am Ausrasten. Äh, ja gut, aber du kommst nicht zum Alatrion mit Defender-Gear. Ja, das ist halt eben das. Also es sind nicht die Leute, diese Leute sind nicht das Problem. Die Leute werden ganz schnell aussortiert. Nun wäre ich dafür, äh, dass die großen Endgame-Monster-Bmeisterung 200 erst machbar sind. Wenn er die Monster machen will, spielt das so lange. Dann müssen wir auf niemanden Rücksicht nehmen. Äh, ja. Ja. Wäre ich, wäre ich auf jeden Fall, ja, wäre ich da dabei, wäre ich da nicht dabei. Ich meine, ich habe Meisterrang 200 auch vorher nicht allzu lange Zeit erreicht. Und, ich weiß nicht. Das ist, sagen wir Meisterrang 100. Weil Meisterrang 200, da gibst du halt eben den Leuten, die nicht 300 Stunden Zeit haben zu spielen in den ersten 5 Monaten, äh, gibst du dann halt ein Problem. Das ist, wo hättest du dann angefangen, theoretisch, äh, Leute wegzuexen? Äh, bei Höllensynure? Bei Safijiva? Das ist halt eben die, die Frage. Ähm, und, ja. Ich zumindest in meinem Bereich, hätte es dann irgendwie nicht so fair gefunden, Safijiva erst zu machen, bis ich ewig gegrindet hätte. Äh, weil 200 ist schon ein guter Grind. Ähm, also von dem her 100, würde ich sagen. Das ist, theoretisch, mit 100 endet ja irgendwo auch die Story mit dem Dings, mit dem Rune an der Gigante. Ab da kannst du dann theoretisch DLC machen. Das wäre in Ordnung. Aber 200 ist halt sehr viel Grind beinhaltet. Den du vielleicht auch brauchst für die Beister. Äh, definitiv. Aber, wie gesagt, nicht jeder hat halt eben massig viele Stunden, um da hochzugrinden. Ähm. Das ist halt immer so die Sache. Und nicht jeder hat die Lust, das dann zu machen. Also, ich weiß auch nicht, ob ich halt dann so die große Lust hätte, so, hey, jetzt muss ich 40 Meisterrenge grinden, um Safijiva zu bekommen. Ja, 100 bis 150. Ja, das, das würde ich schon eher sehen. Aber 100 klingt gut, da die Eggs in Genioh auch ab 100 sind. Ja, wie gesagt, 100 finde ich vernünftig. In 2 habe ich mich damals auch nicht beschwert. Äh, dass ich ja Latryon Solo einfach nicht konnte. Ich habe eingesehen, dass es nun mal etwas für deutlich fortgeschritte Spieler ist. Jetzt habe ich einen Multiplayer trainiert. Die weiße Strategien ausprobiert und so weiter. Bis ich ihn geschafft habe. Und damit als Jäger gewachsen bin. Äh, ja. Ja, auf jeden Fall. Und das, äh, macht dich auch zu einem sehr guten Jäger. Aber dieses Level an, äh, an Spielgefühl und an Interesse, äh, haben eben viele Leute nicht. Ähm. Das ist halt eben die, die Sache. Äh, und vor allem mittlerweile ist es ja so uninteressant geworden. Viele Leute blättern ja bloß noch durch Spiele durch. Äh, statt, äh, sie wirklich intensiv zu spielen. Weil ja auch so viel rauskommt. Äh, deswegen gibt es die wenigsten bloß noch, die halt wirklich sich für das Spiel interessieren. Und halt einfach bloß Content abgrasen. Wo sie halt eben, gerade eben welchen finden. Wie gesagt, jeder, der das machen will, da reicht 200. Früher oder später. So trennt man Spreu von Weizen. Äh. Meisterang ist ein Lightline nicht schwer hochzukriegen. Ja, da hast du aber halt wieder ein anderes Problem, ne? Das ist, äh, zu viert halt einfach irgendwelche Drachenältesten töten und Meisterang grinden. Ähm. Das kann auch zu einem, zu einem Fehl, äh, zu einer Fehl Einschätzung. Du hast viele Leute dann vielleicht nicht mehr, die direkt, also, ähm, ich sag mal, du hast die Leute nicht, die nicht bereit sind, äh, für, äh, für Fatales. Weil sie direkt gerade eben nach Safijiva, äh, Quatsch, nach, äh, äh, ähm, nach dem anderen Gruseldämon gekommen sind. Äh, die Leute hast du dann natürlich nicht. Die können sich dann vorbereiten. Ähm. Ähm, aber Leute, die kein Interesse dran haben, äh, die werden immer einen Weg finden. Also, die halt eben nicht besser werden wollen, werden immer einen Weg finden, um da hinzukommen. Das ist, Meisterang ist einfach bloß ein, ne Levelgrenze. Nein, nicht Alatrion. Der, das Bossmonster. Ach, wie heißt er denn? Ähm, es ist zu spät. Schara, Schara, Schara ist weiter, dankeschön, genau. Das ist, äh, wie gesagt, mit dem Meisterang 200 Limit hältst du halt Leute davon ab, direkt nach Schara, ähm, Fatales zu machen. Aber ich glaube, es sind auch nicht die Leute, die rumheulen. Sondern es sind Leute, die dann halt eben auch den Grind bis 200 machen würden und dann trotzdem rumheulen würden. Weil sie halt eben 10.000 Großjagoras gefarmt hätten, in den Lightlanden und dann halt Fatales machen. Hä, 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 hä. Ähm. Das ist halt eben die Sache. Also, der Meisterang sagt dir an sich auch nicht so viel, außer wie viele Spielstunden du im Spiel hast. Äh, das ist halt immer das große Problem. Deswegen, das ist wie bei vielen anderen Spielen so. Wenn sich Leute damit rüsten, oh ja, ich bin Level 300. Ja, ist halt egal. Das heißt aber bloß, dass du auch, äh, oder Meisterang 300. Kann halt sein, dass du einfach 10.000 Stunden lang Biotodus gefarmt hast. Solche Leute gibt es immer, das ist das Traurige. Ja, aber man sollte die gar nicht ernst nehmen. Ähm. Das ist eben die Sache. Solche Leute sollte man einfach gar nicht ernst nehmen und darauf auch nicht irgendwie eingehen. Capcom macht es nicht, warum sollten wir es dann einfach tun?